So, liebe Freundinnen und Freunde, wir würden langsam anfangen und in unsere 48. Landesdelegiertenkonferenz starten und es freut mich sehr, dass ich gleich mit einer positiven Nachricht anfangen kann, nämlich tatsächlich haben wir seit Februar einen neuen Landesgeschäftsführer, Matthias Beiland, frisch aus dem Knast, der euch durch diese zwei Tage sehr professionell leiten wird. Matthias, herzlich willkommen bei uns. Ja, danke, liebe Christine, danke, liebe Freundinnen und Freunde. Ich wurde ja schon oft auf die Parallelen zwischen Knast und dem Bündnis 90 die Grünen Landesverband Sachsen angesprochen. So richtig kann ich das noch nicht abschließend beantworten. Bitte gebt mir dafür noch etwas Zeit. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zur 48. Landesversammlung von Bündnis 90 die Grünen in Sachsen. Herzlich willkommen in Neukiritsch. Ich darf zunächst unsere Ehrengäste ganz herzlich begrüßen. Es sind zum einen die Hausherren hier, der Landrat des Landkreises Leipzig-Land, Herr Hendrik Reichen und Herr Bürgermeister der Gemeinde Neukiritsch, Herr Thomas Hellriegel, herzlich willkommen und schön, dass Sie heute da sind. Ja, ich freue mich auch und ich denke, es ist ein wichtiges Zeichen, dass wir heute Vertreterin der nahezu aller anderen demokratischen Parteien im Sächsischen Landtag hier begrüßen können. Der Landesgeschäftsführer der Linken, Thomas Dudzak, liegt leider krank im Bett und grüßt deshalb von Ferne Herzlich willkommen, Generalsekretärin der SPD in Sachsen, Daniela Kolbe und dem Landesgeschäftsführer der CDU in Sachsen, Thomas West. Des Weiteren, und das freut mich ganz besonders über die Anwesenheit der Vertreterin der Zivilgesellschaft, ganz besonders der Bürgerinitiativen, Bürgerinitiative Pödelwitz wäre hier konkret zu nennen und Vertreter und Vertreter der Verbände, ganz konkret hier des BUND Sachsen. Herzlich willkommen, Herr Dr. David Greve. Schön, dass Sie da sind. Ich freue mich auch, dass wir zahlreiche Medienvertreter hier begrüßen können und es ist gut und wichtig, dass Sie hier sind und es ist eigentlich traurig, dass ich das betonen muss, aber heutzutage ist es ja keine Selbstverständlichkeit mehr im politischen Spektrum, dass man sich über die Anwesenheit freut. Ja, und last but not least freuen wir uns, dass unser Bundesvorsitzender Robert Habeck heute hier ist und nachher zu uns sprechen wird. Robert, herzlich willkommen. Eine Landesversammlung liegt von den Menschen, die sich vorbereiten und das ist vielleicht nicht Usus, aber ich denke an dieser Stelle heute und hier gebührt es ganz besonders, das gleich zu Beginn zu erwähnen. Ganz herzlichen Dank an Clemens Schneider, Magdalena Elkmann, Anna Nowitzka und Julian Siegel für die tolle Vorbereitung. Ihr habt hier aus dem Stand eine großartige Vorbereitung hingelegt. Vielen Dank an euch. Hinter mir und vor mir steht Grün bricht auf, ein neues Kapitel für Sachsen. Und wenn man sich im Moment so umschaut, kann man ja aller Orten vor Aufbruchsbekundungen sich kaum retten. Und wenn ich es recht verstehe, ist aber die Frage schon wieder Aufbruch natürlich berechtigt. Aber ich denke, Aufbruch ist genau die Essenz dieser Partei, die Essenz von Bündnis 90 die Grünen und das zu jeder Zeit. Und gerade die letzten Wochen und Monate haben das in unserem Landesverband deutlich gezeigt, dass wir eine Work in Progress Partei sind. Eine Partei, die sich selber immer wieder auf den Prüfstand stellt. Das ist nichts Schlimmes, das ist ein grünes Selbstverständnis und deshalb Grün bricht auf. Grün bricht hier in Neukiritsch auf. Herzlich Willkommen noch einmal. Und danke. Ja, das ist genug der Vorworte, denke ich. Zum Aufbrechen gehört vor allem erstmal ein wichtiges formelles Kriterium. Das ist die Beschlussfähigkeit. Und ich darf feststellen, dass wir um 17.551 stimmberechtigte Mitglieder anwesend hatten. Das heißt, wir sind beschlussfähig. Das führt uns unmittelbar zum ersten wichtigen Punkt, der einen Beschluss erfordert, nämlich die Bestimmung des Präsidiums und seine Wahl. Und der Landesvorstand schlägt euch dazu Mitglieder vor, die ihr im ausgedruckten Antrag F01 vor euch findet. Das sind im Folgenden, werde ich sie persönlich benennen, die folgenden Personen. Achim Wess-Johann, KV Dresden, Jens Bitzka, KV Bautzen, Gesine Mertens, KV Leipzig, Tina Siebeneicher, KV Dresden, Markus Scholz, KV Mittelsachsen, Thomas Pils, KV Görlitz, René Richter, KV Chemnitz, Ulrike Böhm, KV Leipzig, Martin Widerstedt, KV Leipzig, Valentin Lippmann, KV Dresden, Juliane Hundert, KV Dresden, Anne Kämmerer, KV Meißen und Matthias Weiland, KV Dresden. Erst einmal vielen Dank an euch, die ihr euch bereit erklärt habt, hier an dem Präsidium mitzuwirken. Es wird eine relativ straffe Zeitplanung und ein anspruchsvolles Präsidium. Vielen Dank an euch, dass ihr hier zur Verfügung steht. Gibt es weitere Vorschläge? Möchte noch jemand am Präsidium mitwirken? Das sehe ich nicht. Dann würde ich euch darum bitten, bei Zustimmung zu dem vorgeschlagenen Präsidiumskandidaten das Handzeichen zu geben. Das ist meine Gegenprobe. Wer ist dagegen? Kann ich nicht erkennen, dass es Gegenstimmen gibt. Wer enthält sich? Ist ebenfalls nicht erkennbar. Damit haben wir mit den genannten Personen ein Präsidium. Neukiritsch ist die Gemeinde im schönen Landkreis Leipzig-Land. Deshalb darf ich nun Herrn Landrat Greichen bitten, ein Grußwort an die Versammlung zu riechen. Herr Greichen, bitte. Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen der Partei Bündnis 90 Die Grünen hier in Sachsen, liebe Kollegen auch aus den anderen Parteien, Herr Bürgermeister, liebe Gäste, herzlich willkommen von meiner Seite hier im Landkreis Leipzig übrigens. So nennt er sich ganz korrekt seit fast zehn Jahren, seit dem Jahr 2008, das Jahr, wo in Sachsen die Funktional- und Kreisgebietsreform in Kraft getreten ist. Der Landkreis Leipzig feiert wie alle anderen in diesem Jahr seinen zehnten Geburtstag und Grund genug, Sie noch mal aufs Herzlichste hier im Landkreis begrüßen zu dürfen. Die Situation des Landkreises Leipzig noch vor zehn Jahren gestartet mit einer Einwohnerzahl von um die 265.000 Einwohnern. In den ersten Jahren kontinuierlich demografisch negativ. Der Landkreis verlor im Jahr 2.000 bis 3.000 Einwohner bis im Jahr 2013 ein Tiefstand erreicht war von 255.000. Es gab seit dem Jahr 2014 eine leichte Bewegung nach oben, ein Bevölkerungsplus. Zum einen durch steigende Geburtenzahlen, aber zum anderen durch Zuwanderung bedingt auch durch die Stadt Leipzig. Das Jahr 2014 und das ist sicherlich eines der wesentlichen Faktoren, hängt auch damit zusammen, das in der Region weit über den Landkreis und über die Stadt Leipzig hinaus das mitteldeutsche S-Bahn-Netz in Betrieb gegangen ist und insbesondere für den Kreis nach Süden auf einer Trasse Markleberg, Neukiritsch, Burna und nach Osten über den Bereich Burstorf, Bennewitz bis nach Wurzen hinaus weite Teile des Landkreises mit dem leistungsfähigen Schienenpersonennahverkehr erschlossen hat. Wir als Landkreis experimentieren seit einigen Monaten ein bisschen rum mit ÖPNV, um diesen Effekt, den wir deutlich spüren im Kragen, um Leipzig, aber auch an den S-Bahn-Trassen in die Fläche zu ziehen und versuchen den ÖPNV ganz anders auszurichten, den Busverkehr ganz anders auszurichten, als es in dem Land und in dem Landkreis bisher der Fall war. Da war er ausschließlich darauf ausgerichtet, die Schüler früh vom Wohnort in die Schule zu bringen und nach dem Schulklingeln von der Schule wieder nach Hause. Wir versuchen da neue Wege zu gehen, versuchen den Bus starten zu lassen, damit jeder, der in seinem Wohnort wohnt, den Übergang zum Schienenpersonennahverkehr erreicht und für Berufspendler damit der Anschluss gegeben ist, in die Stadt Leipzig oder weit darüber hinaus zu pendeln. Wir versuchen damit, einen ganz anderen Kreis von Bevölkerung auch für ÖPNV anzusprechen, ihn dafür attraktiv zu machen. Dafür spricht nach meinem Dafürhalten definitiv nicht, den öffentlichen Personennahverkehr kostenfrei zu stellen, sondern die finanziellen Kapazitäten dafür zu nutzen, ihn sinnvoll zu vertakten, dass er mit dem Schienenpersonennahverkehr in Übereinklang steht und auch Berufstätige den ÖPNV sinnvoll nutzen können. Ich denke, die Zahlen zur Benutzung, ja, da ist der, danke, also. Ich hoffe natürlich, dass dieses Experiment auch einen positiven Ausgang hat. Die vorliegenden Zahlen zumindest sind ganz erfolgsversprechend. Wir haben über 250.000 neue Busnutzer alleine im Bereich Markleberg. Markleberg ist eine besondere Situation, ist nicht repräsentativ für den Landkreis, aber auch in ländlichen Räumen rund um das Mittelzentrum Grimma mit 80.000 Einwohnern können wir seit Inkrafttreten des Projekts zweistellige Zuwachsraten im Bus und später auch im Schienenpersonennahverkehr verzeichnen. Ich denke, das ist eine gute Entwicklung, die wir auch nur dank des Freistaates Sachsen verzeichnen können, weil der uns bei der Finanzierung hilft. Aber ich denke, auch das richtige Zeichen für ländliche Regionen, die sich nicht abgehängt fühlen müssen, aber auch für pulsierende Metropolen wie das Oberzentrum Leipzig, wo es wichtig ist, dass der eine oder andere Berufspendler vielleicht mit ÖPNV in die Stadt kommt und nicht mit motorisierten Individualverkehr. Der Landkreis Leipzig war einer der Ersten, die im Freistaat Sachsen bewusst ein Kreisentwicklungskonzept auf den Weg gebracht haben. Kreisentwicklungskonzept, ein verbindliches Papier, wo drinsteht, wo will der Landkreis hin. Und er hat interessante Projekte, wie ich meine, auf den Weg gebracht, die es auch mal lohnenswert sind, an einer solchen Stelle zu benennen. Wir haben als Landkreis Leipzig einer der Ersten im Freistaat Sachsen ein Konzept, wie kann Elektromobilität im ländlichen Raum funktionieren, welche Ladeinfrastruktur ist notwendig und was kann man daraus auch explizieren auf die kreiseigenen Unternehmen in der Abfallwirtschaft und im Bereich des ÖPNV. Wir stecken noch in den Kinderschuhen, was das Thema Energie- und Klimaschutz und die Rolle des Kreises betrifft. Eines, was auch im Kreisentwicklungskonzept steckt, wo wir uns aber noch anders aufstellen müssen. Eins, wo wir wirklich noch ganz am Anfang stehen und in diesem Jahr mit der Einstiegsberatung ganz vorsichtig beginnen. Ich möchte Sie aber ausdrücklich auch in einer Region begrüßen, die vor wenigen Jahrzehnten noch davon geprägt war, dass existensiver Braunkohleabbau betrieben wurde, ohne Rücksicht auf Mensch, auf Natur, auf Umwelt, dass diese Braunkohle hier vor Ort veredelt und verstromt wurde und binnen weniger Jahre, in den 90er Jahren, zusammengebrochen ist dieser gesamte Wirtschaftszweig. Das hat dazu geführt, dass wir Arbeitslosenquoten von weit über 20% in der Region hatten. Die Suizidquote im Raum Burna war die höchste im gesamten Freistaat Sachsen und ich denke, wenn man heute durch die Region fährt, dann sieht man, wie eine Landschaft in Wert gesetzt werden kann, die von den Menschen angenommen wird, die aber auch nach meinem Dafürhalten sich im Einklang mit Umwelt und Natur entwickeln kann. Auch dafür haben wir gute Belege und monitoren das in jedem Jahr. Ich wünsche Ihnen für Ihren Dialog, für Ihren Landesparteitag alles Gute und bitte darum, dass bei Ihren Entscheidungen der kommunale Blickwinkel nicht ganz außer Acht gelassen wird. Herzlichen Dank und gutes Gelingen zu Ihrem Landesparteitag. Vielen Dank, Herr Landrat Greichen. Ich darf nun den Bürgermeister der Gemeinde Neukiritsch, Thomas Hellriegel, um ein weiteres Grußwort bitten. Bitte schön. Eine Sache, die wir gerade eben noch vergessen hatten. Es ist ganz wichtig, uns das in Erinnerung zu rufen. Wir haben heute einen Livestream, wofür wir ganz herzlich Martin Jenichen danken. Und in dem Zusammenhang, wäre es aber noch, kommen Sie ruhig hoch. Wichtig zu erwähnen, dass wer nicht gefilmt werden möchte, wer etwas dagegen hätte, möge bitte sein Wort erheben, denn dann müssten wir entsprechende Maßnahmen ergreifen, dass das nicht eintritt. Wie auch immer die aussehen. Ist zum Glück nicht der Fall. Ich sehe Achim. Achim, hast du dich gemeldet? Nein? Okay. Herr Hellriegel, bitte schön. Recht herzlichen Dank. Ja, herzlich willkommen, sehr geehrte Delegierte, herzlich willkommen in der Park Arena in Neukiric zu ihrer 48. Landesversammlung heute hier. Ganz besonders begrüßen möchte ich die Landesvorstände, Frau Christine Melchow und Herrn Jürgen Kasseck, die Fraktionsvorstände, Franziska Schubert und Volkmar Czocke, sowie den Herrn Bundesvorsitzenden Robert Habeck. Es ist uns in unserer kleinen, überschaubaren Gemeinde eine besondere, ehrunden Vergnügen, als Veranstaltungsort zu dieser Landesversammlung ausgewählt worden zu sein. Gemeinde Neukiric mit rund 7.000 Einwohnern verteilt auf acht Ortsteile ist die einzige Gemeinde im Südraum Leipzig, welche die Tradition des Bergbaus und der Energieerzeugung und der Chemieindustrie in der Region, aber auch die der Naherholung in den Bergbau-Folgelandschaften miteinander verbindet. Auf der einen Seite der aktive Bergbau im Tagebau Vereinigtes Schleenhain, der Mieprag, welcher rund 12 Millionen Tonnen Braunkohle im Jahr fördert und dem neu erbauten Kraftwerk Lippendorf-Taleag im Industriegebiet Lippendorf zuführt, welches diese Braunkohle dort verstromt, aber auch das zusammenhängende, wird das größte zusammenhängende Industriegebiet Sachsens, das Industriegebiet Bölen-Lippendorf liegt zu großen Teilen auf unserem Gemeindegebiet. Hier sind Firmen wie Dile Chemical, Air Liquide, die BGH Edelstahlwerke, aber auch kleinere Firmen aus der Zulieferer und dem Servicebereich für diese Global Player angesiedelt. Auf der anderen Seite die Bergbau-Folgelandschaften mit dem Karnshofer, dem Heiner und dem Haubitzer See, die zum Verweilen, Baden und Erholen einladen. Aber nicht nur Naherholung wird in unserer Gemeinde großgeschrieben. Auch der Hochwasserschutz für die große Stadt Leipzig ist sozusagen eine Aufgabe, die wir hier mit unseren Seen auch absichern. Die Gemeinde Neukiritsch hat letztes Jahr ihr 175-jähriges Bestehen gefeiert. Nun werden Sie sagen, 175 Jahre ist für eine Gemeinde, für einen Ort, für eine Stadt nicht gar sehr alt, aber wir sind die Einzigen, die auf den Tag genau wissen, wie alt wir sind. Am 19. September 1842, also fast genau vor 175 Jahren, fuhr der erste Zug der Sächsisch-Bayerischen Eisenbahn auf der fertiggestellten Teilstrecke damals von Leipzig nach Altenburg. Auf halber Strecke lag zunächst der Haltepunkt Kiritsch. Daraus entwickelte sich diese Ansiedlung, wo heute ihr Tagungsort steht und seit dem 1.11.1935 heißt dieser Ort Neukiritsch. Baubeginn dieser Strecke war übrigens der 1.7.1841. Ich habe gerade gesagt, am 19. September 1842 fuhr der erste Zug, also knapp 15 Monate haben die Arbeiter gebraucht, um mit Hacke, Schafe, Spaten und mit Pferdefuhrwerken diese Strecke fertigzustellen. Und das, wie gesagt, 1840, man stelle sich das heute in der heutigen Zeit in Zeiten von BER Elbphilharmonie in Stuttgart 21. Die anderen Ortsteile unserer Gemeinde sind wesentlich älter. Die sind alle so im 11., 12., 13. Jahrhundert zum ersten Mal urkundlich erwähnt. So auch der Ortsteil Karnsdorf. Der Ortsteil Karnsdorf ist der Ort, in dem 1785 europäische Geschichte geschrieben wurde. Am 1. Juli 1785 lud der damalige Rittergutsbesitzer Johann Christian Ernesti die Herren Gottfried Körner und Friedrich Schiller nach Karnsdorf ein. Schiller und Körner, in dem Fall der Vater von Theodor Körner, verbannt seit diesem Treffen eine innige Freundschaft, welche den Dichter Friedrich Schiller zu seiner Ode an die Freude bewegte. Von Beethoven vertont heute die Hymne Europas. Sie sehen also, hier hat Geschichte Europas schon um 1785 stattgefunden. Ein weiterer Bekannter verbrachte einen Sommer in Karnsdorf. Erich Löst verbrachte seinen Sommer hier und hat auch die Rortslage Karnsdorf, insbesondere das Rittergut Karnsdorf in seinem Roman Durch die Erde einen Riss mit erwähnt. Einige der Delegierten werden sicherlich Neukiric mit dem Sportverein Neukiric in Verbindung bringen mit den Sportfreunden 1921. Einer der größten Vereine, nicht nur im Landkreis, einer der größten Sportvereine in ganz Sachsen, der auch, wenn nicht gerade eine Landesversammlung der Grünen stattfindet, diese Halle auch als Trainingsort hier mit nutzt. Ein Verein, der mit 15 Sektionen und rund 850 Mitgliedern, davon ungefähr 170 Kindern hier Sport betreibt. Sportlichen Wettkampf, aber auch Behinderten, Reha und Seniorensport. Ganz besonders aktiv sind die Neukiricer im Seniorensport. Die Sportfreundinnen Neukiric haben im letzten Jahr bei den 45. deutschen Teammeisterschaften der Seniorinnen und Senioren in Kevlar mit Altersklasse W50, 55, den sechsten Titel in Folge erkämpft. Das hat bisher noch keine andere Mannschaft geschafft. In den anderen Ortsteilen geht man es eher gemütlicher an. Im Ortsteil Deutzen wird gekegelt, wird Fußball gespielt, aber es wird so gut gekegelt, dass die erste Kriegemeinschaft des SV Blau-Weiß-Deutzen der Sieger, der Bundesliga-Klassik war, sozusagen der letzte deutsche Meister in der Saison 2016-2017. Wir sind hier in Neukiric, das haben Sie gemerkt, recht gut mit der S-Bahn zu erreichen. Auf der einen Seite Richtung Leipzig, auf der anderen Seite Richtung Burna-Geithain-Chemnitz, aber auch Richtung Altenburg-Zwickau. Des Weiteren trägt die A9, die A38 und die A72 zur hervorragenden Erreichbarkeit ab. Mit unseren drei Grundschulen, unseren Kindertageseinrichtungen in den großen Ortsteilen in unserer Gemeinde sind wir nicht nur Wohnstandort, nein, wir sind Heimat für viele junge Familien geworden. Und so wie es der Landrat vorhin gesagt hat, auch wir haben steigende Einwohnerzahlen, der demografische Wandel wurde ausgeglichen. Und das ist zum einen durch die große Stadt Leipzig, die natürlich den ganzen Bevölkerungszuwachs gar nicht mehr verkraften kann. Und wer wie wir so gut erreicht ist, ist natürlich dann auch erste Wahl, wenn es um seinen Wohnstandort geht. Ja, mit anderen Worten, es macht Freude, in Neukiric zu leben, zu arbeiten, ein rundherum gelungener Ort. Meine lieben Delegierten, ich wünsche Ihnen viel Spaß in Neukiric, ich wünsche Ihnen gute Gespräche, ich wünsche Ihnen eine gute Versammlung. Ich bedanke mich, dass Sie uns als den Ort gewählt haben für Ihre 48. Landesversammlung und vielleicht sehen wir uns ja alle mal irgendwann wieder. Herzlichen Dank, schönen Abend. Vielen Dank, Herr Hellriegel, vielen Dank für die Gastfreundschaft in Neukiric. Last but not least sind wir ja heute auch zu Gast beim Kreisverband und der heißt wirklich Leipzig-Land und da darf ich Alexander Schmidt ebenfalls um ein letztes Grußwort bitten. Liebe Ehrengäste, liebe Freundinnen und Freunde, also unser Kreisverband heißt nicht Leipzig, sondern heißt Kreisverband Landkreis Leipzig, genauso wie da wie auch der Landkreis heißt. Das mal so zur Korrektur. Ich darf Sie als Co-Sprecher des Kreisverbandes hier im Landkreis begrüßen und ich darf uns allen ein gutes Gelingen unserer Delegiertenkonferenz, in der wir wichtige Sachen zu besprechen haben und in der wir auch wichtige Wahlen durchzuführen haben, wünschen. Der Herr Landrat Greichen hat mir meinen vorbereiteten kurzen Exkursen, das ist eigentlich im Wesentlichen weggenommen, den will ich jetzt hier nicht nochmal wiederholen. Richtig ist, er kann stolz sein, wir können hier im Landkreis wirklich stolz sein auf die Entwicklung des öffentlichen Nahverkehrs. Ich bin jetzt als Stadtrat aus Brandis, also aus der Muldentaler Seite eigentlich des Landkreises jetzt da tätig und auch da sind wir in unserer Stadt Brandis, also in einem Pilotprojekt Muldental in Fahrt einbegriffen, was in der Tat auch da zu erheblichen Zuwachs beim öffentlichen Nahverkehr führt, was wir natürlich grundsätzlich und klar begrüßen. Es schaut gerade auch im ländlichen Raum, von dem wir im Landkreis hier ja viel haben, wir haben einen Raum, so ein Gürtel rund um die Großstadt Leipzig und dann haben wir aber einen großen Raum, der wirklich ländlich geprägt ist, der ein ländlicher Raum ist, trotz dieser Infrastruktur. Da haben wir ein großes Problem in der aktuellen Ausbau der Digitalisierung, das ist glaube ich überall ein Hauptproblem, aber auch hier gibt es das. Wir haben einzelne Lösungen, Insellösungen in einzelnen Kommunen, die funktionieren, die nicht funktionieren, es gibt keine einheitliche Strategie und das muss, denke ich mir, dringend geändert werden. Überhaupt Bildung, auch bei der Bildung müssen wir, denke ich mir, noch ein bisschen nachlegen, auch hier gibt es noch Defizite, auch hier gibt es auch in unserem Landkreis noch Bereiche in der Jugend, die wir noch etwas stärker fördern müssen und wo wir wirklich sagen müssen, wir müssen da auch ran, um auch diese sich auftuende Spaltung in der Gesellschaft wirklich zu bekämpfen. Gerade heute ist auch wieder viel von Heimat die Rede. Auch da müssen wir uns als Grüne, denke ich mir, einbringen und wir dürfen das Feld nicht anderen überlassen, die das ja relativ lautstark sagen. Wo Menschen behaust sind, ist Heimat, sagt eine palästische Sprichwort. Darüber muss man nachdenken, denn eine Verengung des Begriffs Heimat, die sollte mit uns nicht zu machen sein. Wir haben heute bereits in Pödelwitz, das ist nun eine Gemeinde, die vom unmittelbaren, von der unmittelbar bedroht ist durch den Braunkohleabbau, eine Aktion gehabt und da begrüße ich jetzt die Teilnehmer an dieser Aktion und unseren Landtagserbenden Gert Lippold, der ja auch von unserem Kreisverband im Landtag sitzt und sich wesentlich mit diesen Fragen befasst, der uns diese Aktion vorstellen wird. Danke, Alexander. Wir waren vor zwei Stunden einige von uns stellvertretend für uns alle in Pödelwitz, um eine rote Linie zu ziehen. Wenn ihr hier vor der Halle steht, seht ihr nicht, dass ihr mittendrin im mitteldeutschen Braunkohle-Revier seid. Wir wollen es euch zeigen. Und inzwischen bitte ich alle, die vorhin dabei waren, kommt hoch, tragt die rote Linie nochmal auf die Bühne. Der Tagebau Vereinigtes Schleenhain hat bereits 25 Quadratkilometer Sachsen gefressen und umgewühlt. Elf Millionen Tonnen Kohle pro Jahr allein aus diesem einen Loch. Fast drei Tonnen CO2 pro Kopf in Sachsen. Allein aus diesem Kraftwerk. Dazu 8.000 Tonnen Stickoxide, vergleichbar mit 100 Milliarden Euro sechs nur am Kilometer. Eine halbe Tonne hochkiftiges Quecksilber in die Luft und ein Vielfaches davon dort abgelagert, wo mal ein See entstehen soll. Doch Paris lässt keinen Zweifel. Der größte Teil selbst der bereits genehmigten Kohle muss im Boden bleiben. Und doch plant man im Jahr drei nach Paris in Sachsen Tagebauerweiterungen. Pödelwitz, ein 700-jähriges Dorf. Niemand braucht die Kohle, die darunter liegt und für ein Jahr Kraftwerksbetrieb reicht. Und dennoch will die MIPRAG S, unterstützt durch die Staatsregierung, abbaggern, weil sein Schutz vor dem Lärm und Staub des Tagebaus Geld kosten würde, weil es der profitabelsten Abbaufführung im Weg steht. Doch der Widerstand wächst. Im Schulterschluss mit einer breiten zivilgesellschaftlichen Bewegung für Klimaschutz, Klimagerechtigkeit und Kohleausstieg ziehen auch wir hier eine rote Linie. Bis hierher und nicht weiter. Noch droht diesem Dorf tödliche Gefahr. Es droht die Gefahr der Auslöschung nach 700 Jahren Geschichte. Nach vielen Generationen, die erhalten, aufgebaut und an ihre Kinder weitergereicht haben. Nach überstandenen Kriegen und Nöten. Das Dorf steht auf Kohle und hat dennoch bis jetzt das Kohlezeitalter überlebt. Und jetzt soll es untergehen, obwohl die Kohle unter ihm für das Kraftwerk gar nicht mehr gebraucht wird. Es soll einfach deshalb zerstört werden, weil es im Weg steht und seine Beseitigung billiger wäre als sein Schutz. So einen Wahnsinn lassen wir nicht zu. Vor einem Jahr sind viele Menschen hierher gekommen, die Entschlossenheit, aber auch Freude und Zuversicht mitgebracht haben. Und sie haben den Frühling in Form tausender Osterglocken mitgebracht und daraus ein gelbes Kreuz des Widerstandes gepflanzt. Und zugleich ein Symbol des Lebens und des Gedeihens. Vor zwei Stunden waren wir stellvertretend für euch alle dort bei den Menschen, die um ihr Dorf kämpfen. Als rote Linie. Wir waren dort als Teil der vielen Menschen, die das inzwischen zu ihrem Anliegen machen. Vertreter dieser Initiativen und Verbände waren heute wieder dort, um nach den Blumen zu sehen und erneut zu bekräftigen, ja, dieses Dorf wird leben. Davon sind wir fest überzeugt. Und wir erinnern daran, dieses Dorf hat viele, viele Freundinnen und Freunde. Mehr als es Menschen unter seinen Dächern hat. Und es steht nun im Brennpunkt der Aufmerksamkeit, was hier passiert. Und wir versprechen, wenn es in seiner Existenz bedroht wird, dann kommen wir wieder. Mit Blumen und mit allem, was sonst noch für seine Verteidigung gebraucht wird. Ein gallisches Dorf hat einen Asterix. Und der von Pödelwitz, der ist hier. Der heißt Jens Hausner. Und den bitte ich jetzt um ein paar Worte. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, verehrte Anwesende, ich bin Jens Hausner, ich bin Mitglied der Bürgerinitiative Pro Pödelwitz. Wir haben die Bürgerinitiative 2013 gegründet, weil wir gemerkt haben, dass wir als Einzelperson keine Öffentlichkeitsarbeit machen konnten in dem Maße, wie man das als BI machen kann und unser Problem in die Öffentlichkeit tragen. Worum geht es? Der Herr Lippold hat es bereits angesprochen. Wir befinden uns am Tagebau Vereinigtes Schlehen ein. Dieser Tagebau hat eine genehmigte Laufzeit bis 2040. In dieser Laufzeit steckt unser Dorf nicht mit drin, um es zu beanspruchen zum Kohleabbau. Jetzt will die MIPRAG ein Planungsverfahren anstreben und den Tagebau erweitern. Dieser Erweiterung sollen zwei Dörfer zum Opfer fallen, Obertitz und Pödelwitz. Wir wollen hier heute eine Resolution auf den Weg bringen. Mit der Forderung an die Entscheidungsträger auf Landkreisebene, auf Landesebene und auf Bundesebene dafür zu sorgen, dass ein Dorf, was nicht für den Braunkohleabbau beansprucht werden muss, auch erhalten bleibt. Und da geht meine Forderung auch an den Landrat, auch als Vorsitzender des Planungsverbandes Westsachsen. Tragen Sie diese Forderung nach Dresden, diese Dörfer müssen nicht abgepackert werden. Hier geht es nur um finanziell-wirtschaftliche Interessen eines Bergbauunternehmens. Das Kraftwerk Lippendorf ist bereits mit der Planung dieses Tagebaus komplett über seine gesamte Laufzeit mit Kohle abgesichert. Das heißt, man muss diese Dörfer nicht mehr opfern. Wir Pödelwitzer werden nicht lockerlassen. Wir arbeiten weiter. Dieses Jahr findet in Pödelwitz ein zehntägiges Klimacamp statt. Dort wollen wir Öffentlichkeitsarbeit machen, damit es jeder versteht, was hier passiert. Das ist absolut nicht mehr zeitgemäß, dass ein Tagebau erweitert wird über eine Laufzeit von 2040 hinaus. Wenn wir wissen, dass bereits die genehmigte Kohle nicht in diesem Umfang abgepackert werden darf, wie sie zur Abpackerung genehmigt ist, das widerspricht unseren Klimazielen, die die Bundesregierung Deutschland selber festgelegt hat. Es gibt bei uns im Landkreis so ein Wettbewerb, der heißt Das Dorf hat Zukunft. Die sächsische Landesregierung fordert Heimatverbundenheit ein. Wir als Pödelwitzer, wir brauchen diesen Wettbewerb nicht. Wir brauchen nicht diese Heimatdebatte. Wir leben das jeden Tag aufs Neue. Wir haben uns dieses Schicksal nicht ausgesucht. Wir nehmen es aber an und kämpfen für den Erhalt der Orte, die noch den Braunkohleabbau zum Opfer fallen sollen und das ohne Kompromisse. Danke. Applaus Jetzt bitte ich Dr. David Grebe, Landesgeschäftsführer des BUND Sachsen, um ein paar Worte. Der BUND steht Seite an Seite mit allen anderen Aktiven seit Jahren in Pödelwitz und kümmert sich um das Dorf. Danke, Gerd. Danke, dass ich hier sein darf. Schönen guten Abend, liebe Freundinnen und Freunde, liebe Grüne. Danke, Jens, dass du da bist. Ich muss wahrscheinlich nicht sagen, warum ich als BUND hier vorne stehe, denn der BUND ist spätestens seit 2013 sicherlich der Umweltverband hier in Sachsen, der am meisten für den Braunkohleausstieg kämpft und das liegt nicht zuletzt an unserem Vorsitzenden, den ihr auch alle gut kennt, Felix Eckert, der sich entschuldigen lässt, der ist bei einer Tagung in Paris und der den Verband eigentlich darauf eingeschworen hat, wir müssen was gegen den Klimawandel tun und wir müssen den Braunkohleausstieg voranbringen. Wir machen das als Verband, vor allem durch Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Seit 2015 gehen wir auch in die Regionen und versuchen dort eigentlich zu erklären, wie kann so ein Ausstieg funktionieren und wir versuchen mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, die dort vor Ort sind, um mit denen eigentlich zu erklären, wie kann das eigentlich aussehen, wie kann ein Strukturwandel aussehen, wie kann man Arbeit schaffen für die Zukunft, wie kann die Umwelt in Zukunft aussehen und wie kann das auch mit dieser Energiewende überhaupt funktionieren. Wir haben angefangen mit einer Konferenz in Weißwasser, wir sind also quasi mitten in die Lausitzer Bergbauregion reingegangen, wir sind dann nach Leipzig gegangen, wir hätten eigentlich hier sein müssen, aber die Erreichbarkeit ist in Neukiritsch, haben wir gehört, sehr gut, aber in Pödelwitz ist hier nicht ganz so gut, deswegen sind wir nach Leipzig gegangen, weil Leipzig hängt in einem hohen Maße von der Fernwärme hier in Lippendorf ab oder vom nahe beiliegenden Lippendorf ab und insofern dachte wir, wir müssen dorthin und dort mal mit den Leipzigern klären, wie stellt ihr euch das eigentlich vor, wie wollt ihr euch abnabeln von dieser Fernwärmeversorgung durch Lippendorf, wie soll das weitergehen, vor allem mit den anstehenden Entscheidungen, weil wir haben einen Pariser Klimavertrag, der zwingt uns dazu, dass wir aussteigen müssen aus der Braunkohle, um möglichst schnell unsere CO2-Emissionen zu vermindern. Dann sind wir nach Dresden gegangen mit einer Tagung, weil wir gedacht haben, wir müssten jetzt eigentlich mal näher an die Landespolitik herangehen, das wisst ihr wahrscheinlich auch alle, die Landespolitik ließ sich davon nicht so sehr beeindrucken, dass wir da rangegangen sind und blieb weitestgehend unserer Tagung fern, aber dennoch war es uns wichtig, dass wir in der Hauptstadt sind und dort erklären, also in der ist uns eigentlich diese energetische Zukunft vor, ohne die Braunkohle und dieses Jahr gehen wir nach Chemnitz, denn Chemnitz hat ein Braunkohle- Heizkraftwerk, das mit Kohle beliefert wird, hier aus dem mitteldeutschen Revier und wenn wir das richtig verstehen, dürfte das ab 2021 gar nicht mehr betrieben werden und dann frage ich mich, wie kriegen die Chemnitzer eigentlich ihre Wohnungen warm und darüber muss man sich ziemlich Gedanken machen. Der Jens hat uns vor, ich glaube zwei Jahren angesprochen, das kann noch drei Jahre her sein, gesagt Leute, ihr guckt immer nur in die Lausitz, da gibt es noch ein anderes Revier, das mitteldeutsche Revier und da müssen wir auch was tun und hört mal zu, unser Ort soll abgebaggert werden. Völlig unnötig, Jens hat es eben erklärt, warum das unnötig ist und daraufhin haben wir auch angefangen, uns um Pödelwitz mitzukümmern und im vergangenen Jahr haben wir zusammen mit vielen anderen Initiativen eine Aktionsgruppe gegründet, heißt Pro Pödelwitz, wir machen regelmäßig oder wir nicht, sondern diese Aktionsgruppe macht regelmäßig jetzt Veranstaltungen in und um Pödelwitz, um einfach dafür zu sensibilisieren, worum geht es hier eigentlich, warum soll dieses Dorf abgebaggert werden, das soll eigentlich nicht mehr abgebaggert werden, die Zeiten sind vorbei, dass Dörfer abgebaggert werden für die Kohle. Und im vergangenen Jahr haben wir eine Reihe von Aktionen gemacht, Gerd hat ein paar davon schon aufgezählt, wir haben schon Bilder davon gesehen, meine Lieblingsaktion, deswegen trage ich dieses T-Shirt hier, war unsere rote Linie, die wir im November gemacht haben und jetzt kann jeder sagen, 300 Leute, die gekommen sind für einen Braunkohleausstieg, das ist ja ganz schön wenig, aber jeder, der heute nicht in Pödelwitz war, hat das wahrscheinlich gemacht, weil Pödelwitz so schwierig zu erreichen ist und deswegen ist es wichtig, dass wir da mit 300 Leuten in Pödelwitz gestanden haben und gesagt haben, rote Linie, Braunkohleabbau nicht weiter. In diesem Jahr geht es weiter, wir werden, haben wir gehört, das Klimacamp begleiten, wir werden sicherlich auch andere Veranstaltungen mit den anderen Verbänden, die mit uns in der Initiative Pödelwitz bleibt drin sind, begleiten, einiges machen. Ich denke, in diesen weißen Overalls sehen wir auch Menschen, die rund um das Klimacamp oder zu anderen Veranstaltungen hoffentlich so ein bisschen die Gegend hier rocken, gegen die Braunkohle und genau, euch ein Applaus, weil ihr macht etwas, was die anderen sich alle nicht getraut haben und es wurde mal Zeit, dass sich jemand das traut und dann ist immer noch die Frage, reicht das alles aus und deswegen überlegen wir zusammen mit anderen Verbänden, der Klima Allianz, mit Greenpeace, dem WWF, mit Robin Wood, ob wir nicht mit einem Klageverfahren direkt dieses Braunkohlerevier hier draußen angreifen und damit quasi auf dem Klageweg den Braunkohleabbau ein Ende machen und damit vielleicht Sachsen ein Stück voranbringen in der Energiewende, wo es doch jetzt so weit zurückhängt. Danke. Und jetzt bitte ich Sophia Mneneck, die sich da hinter der roten Linie verschanzt hat, nochmal vorzukommen und aus Sicht der grünen Jugend ein paar Worte zu sagen, denn ihr werdet im Sommer hier eine große Rolle spielen. Ja, vielen Dank, liebe Freundinnen und Freunde, also wir, die grüne Jugend Sachsen, wir freuen uns auch mit euch heute hier stehen zu können, weil es einfach mal wieder zeigt, dass wir viele sind und dass wir gemeinsam unseren Kampf gegen Kohle kämpfen. Der Blick auf Pödelwitz lässt in besonderer Weise schaudern, denn was wir alle wissen, was uns unser Kopf sagt, das können wir hier eigentlich mit allen Sinnen erleben. Unser Kopf, unser Verstand, der sagt uns ja eigentlich schon relativ klar, welche katastrophalen Folgen für Umwelt, für Klima, für Landwirtschaft, der Kohleabbau hat. Aber hier, hier sehen wir das kleine Dorf, das nochmal weggebaggert werden soll. Wir können es spüren, wir können es hören, wir können es sehen, wir nehmen es wahr und wir spüren, was hier vor Ort zerstört wird. Das ist Landschaft, das sind Dörfer, das ist Umwelt, Klima und im Endeffekt unser Planet. Wir wissen es, wir nehmen es wahr, also ist jetzt eigentlich die einzige logische Konsequenz, jetzt handeln und jetzt was dagegen tun. Und dennoch, trotz unserer gemeinsamen Kämpfe tut sich bisher einfach nicht genug. Die fortlaufende Politik des unbedingten Kohleabbaus hat harte Konsequenzen. Sie bedeutet nicht nur, unsere Zukunft wird zerstört, nach uns die Sinnflut, nee, sie bedeutet einfach auch schon längst, neben uns die Sinnflut. Als zur Klimakonferenz 2017 in Bonn Klimaaktivistinnen aus pazifischen Inselstaaten kamen, also von Staaten, die längst vom steigenden Meeresspiegel betroffen sind, von den Folgen des Klimawandels, da fuhren diese auch ins Rheinland und haben sich diese Kohlekraftwerke und diese Gruben mal angeschaut. Und wenn man sich die Menschen wiederum betrachtet, die diese Gruben anschauen, da sieht man Schock und Entsetzen und ganz schön viel Verzweiflung in den Gesichtern. Denn was hier die Zerstörung der Umwelt, hier die Zerstörung der Landwirtschaft, der Landschaft bedeutet, bedeutet dort auch die Zerstörung der Leben. Das passiert längst. Und das ist auch der Grund, warum wir heute in weißen Anzügen hier vor euch stehen, denn mit den Kohleanzügen, die wir tragen, werden wir gemeinsam mit tausenden Aktivistinnen von Ende Gelände erneut in die Grube steigen, um das Klima zu retten. Mit Ende Gelände zusammenziehen wir die Konsequenz aus unserem Wissen und aus unserer Wahrnehmung und Handeln. Ja, wir folgen unserem Gewissen. Ja, wir sind zivilungehorsam und ja, wir blockieren Kohle. Wir stehen an der Seite derer, die schon längst von den Folgen des Kohleabbaus betroffen sind, die den Klimawandel bereits spüren. Wir solidarisieren uns mit der weltweiten Klimabewegung, die für Gerechtigkeit und für Zukunft auf unserem Planeten eintritt. Unsere Solidarität kennt keine Grenzen und keine Nationen. Liebe Freundinnen und Freunde, was gibt's jetzt zu tun? Erstens dranbleiben, zweitens bleibt informiert bei Ende Gelände. Kommt gerne im Herbst mit uns in die Grube, da geht's in den Hambacher Forst. Wir verteidigen dort auch den uralten Wald, den Hambi, der nach den Plänen von RWE weiter gerodet werden soll. Kommt zum Klima-Camp, das ist schon mehrfach angesprochen worden. Das ist dieses Jahr das erste Mal hier in der Region, um sich über das Klima auszutauschen, um sich darüber auszutauschen, wie wir das Klima retten. Und zu guter Letzt, lasst uns nicht aufhören, bis die Kohle endlich im Boden bleibt. Vielen Dank. Danke, Sophia. Liebe Freundinnen und Freunde, liebe Gäste, dieses kleine Dorf im Süden von Leipzig ist bereits heute ein Symbol. Und wenn es gemeinsam gerettet wird, dann wird es das erste Mal, dass die Braunkohlebosse hier etwas nicht bekommen, weil sie auf das Entschiedenste wollen. Und zugleich das letzte Mal, dass sie es noch versuchen konnten. Wir werden nicht müde, öffentlich und im Parlament Vernunft einzufordern. Denn es wäre kein Zeichen von Schwäche, sondern selbstbestimmter Handlungsfähigkeit, dieses Irrsinnsprojekt jetzt und hier unter neuen Rahmenbedingungen zu stoppen. Gestoppt wird es auf jeden Fall. Wenn es durch tausende Menschen gestoppt wird, dann hat dieses kleine Dorf im Süden von Leipzig wirklich das Zeug zum Wackersdorf der deutschen Braunkohleindustrie zu werden. Und auf euch, liebe Freundinnen und Freunde, kommt es dabei ganz besonders an. Denn als Grüne hier in Sachsen seid ihr mittendrin statt nur dabei. Deshalb haben wir euch eine Resolution auf den Tisch gelegt, mit der diese Landesdelegiertenkonferenz ein starkes Signal gegen die Abwackerung von Pödelwitz setzen kann. Und wenn ihr das wollt, dann zeigt das bitte mit eurem Klimazeichen, was bei euch auf dem Tisch liegt. Kann mal jemand das Licht anschalten? Super. Der Robert ist doch nicht stimmberechtigt. Das ist ein schönes Bild. Das ist eine Akklamation, das ist keine offizielle Abstimmung. Aber ich glaube, eine Gegenrede hätte es sowieso nicht gegeben. Ich sehe Zustimmung im Saal und ich glaube, wir können dieses Zeichen nach draußen senden und auch an die Presse senden, dass dieser, diese Landesdelegiertenkonferenz ein starkes Zeichen setzt gegen diesen Wahnsinn, gegen diese Abwackerung von Pödelwitz ohne jeden Sinn und Verstand. Ich danke euch. Applaus Applaus Klaus Vielen Dank. 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 Die Gegenstimmen bitte und die Enthaltungen, dann ist das einstimmig. Vielen Dank. Das ist der Antragsschluss für eigenständige Anträge Freitag, der 2.3.2018 um 18 Uhr war. Uns liegt nach unserer Kenntnis kein Antrag vor, der verfristet eingereicht wurde, das ist ein gutes Signal. Und wir stellen somit auch fest, das ist einstimmig. Und 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 das ist einstimmig. Dann haben wir einstimmig. Und das ist einstimmig. Und das ist einstimmig. Und das ist einstimmig. Und das ist einstimmig. Gibt es dazu Änderungswünsche? Gibt es dazu Änderungswünsche? Davon mag ich ebenfalls nicht erkennen. Dann bitte auch hier die Abstimmung dazu, wie er dem so folgen kann. Das Kartenzeichen. Danke. Die Gegenprobe. Und die Enthaltung. Danke. Dann haben wir auch eine Wahlkommission für den Fall, dass wir schriftliche Abstimmung machen müssen. Jetzt brauche ich ein paar Sekunden länger zum Vorlesen. Es geht um das Thema Redezeiten und Aussprachen. Das ist die Nummer 6 im F01, wo ihr das jetzt auch alles nachvollziehen könnt. Und da gehe ich es nochmal kurz durch. Zuerst zu den Redezeiten. Grundsätzlich, es gilt eine allgemeine Redezeit von 3 Minuten für Redebeiträge. Also immer dann, wenn nichts anderes festgelegt ist, habt ihr 3 Minuten. Wir wollen allerdings, oder der Landesvorstand vor allem, will allerdings die Redezeiten für Folgendes anders festlegen. Abgesehen und abweichend davon ist vorgesehen für die Einbringung von Anträgen. Für den Antrag L01 und P01 je 7 Minuten. Für die Anträge W01, RB, RP, H01, H02 und LTW01 je 5 Minuten. Für die Anträge unter Verschiedenes eine Einbringung von 3 Minuten. Zudem sieht der Landesvorstand gesetzte Redebeiträge zu den Anträgen L01, P01 und LTW01 vor. Und zwar 2, 2 und 1. Und hier sind 5 Minuten Redezeit vorgesehen. Darüber hinaus sind für Änderungsanträge 2 Minuten Redezeit für die Einbringung und 2 Minuten für etwaige Gegenreden vorgesehen. Gibt es zu den Redezeiten Änderungswünsche? Da gibt es eine Meldung. Malte, bitte, du hast einen Änderungswunsch. Bitte nutze dazu am besten das Saalmikro, das geht glaube ich am schnellsten. Ich habe einen Änderungsantrag Landwirtschaft und das ist ein größeres strategisches Thema. Ich glaube, das ist mit 2 Minuten, das ist also der letzte Änderungsantrag, der noch übrig geblieben ist, der noch strittig war zwischen den Antragstellern und Änderungsantragstellern. Ich möchte bitten, dass wir da 5 Minuten Redezeit bekommen für Rede und Gegenrede. Wie gesagt, es handelt sich hier um ein wichtiges Zukunftsthema und damit wir dieses Thema auch tatsächlich darstellen können, bitte ich dafür um eine Ausnahme. Vielen Dank. Malte, kannst du den Änderungsantrag bitte nochmal konkret mit Nummer bezeichnen? Das wäre recht freundlich, damit wir wissen, welcher Änderungsantrag das dann ist. Gibt es gegen den Vorschlag abweichend für diesen gleich noch als Nummer zu benennten Änderungsantrag 5 Minuten Einbringung und 5 Minuten Gegenrede vorzusehen ist schon eine Gegenrede. Da gucke ich schon mal in den Saal. Malte, die Nummer? L01 146. Okay. Bitte, war das eine Meldung? Ja, wir stimmen so oder so alle diese Anträge ab, deswegen ist die formale Gegenrede nicht zwingend notwendig. Wir stimmen dann diesen Antrag ab. Wer abweichend dazu noch den entsprechenden L01 146 mit entsprechenden 5 Minuten Einbringung und 5 Minuten Gegenrede vorsehen will, den bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank. Die Gegenprobe. Ich zähle drei. Vier. Danke. Und die Enthaltung. Dann bei vier Gegenstimmen einer größeren Anzahl Enthaltungen bei einer überwiegenden Zahl an Ja-Stimmen ist der Änderungsantrag zum Verfahren angenommen. Vielen Dank, dann verfahren wir später so. Nun noch zur Anzahl der Redebeiträge. Für den Antrag L01 sind vier geloste Redebeiträge und zwei gesetzte Redebeiträge vorgesehen. Für die Anträge W01, RB, RP, H01 und H02 sind je drei geloste Redebeiträge vorgesehen. Für den Antrag P01 sechs geloste und zwei gesetzte Redebeiträge. Gibt es hierzu Änderungswünsche? Gibt es hierzu Änderungswünsche? Das vermag ich nicht zu erkennen. Dann stimme ich jetzt die Redezeiten und die Zahl der Redebeiträge ab. Wer dem so folgen kann mit der einen Änderung, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank. Dann entsprechend die Gegenprobe und die Enthaltungen. Bei zwei Enthaltungen und kein Gegenstimmen verfahren wir dann entsprechend so. Zu guter Letzt zu den Vorstellungsverfahren und Vorstellungszeiten. Diese findet ihr in Nummer sieben der entsprechenden Vorlage. Demnach wird für die Wahlen des Landesvorstandes Folgendes festgelegt. Die Redezeit für die Vorstellung der Kandidatinnen für die Ämter der Sprecherinnen und des Landesschatzmeisters beträgt sieben Minuten. Für alle anderen Kandidatinnen für den LAFU fünf Minuten. Nach der Vorstellung der Kandidatin werden bis zu drei schriftliche Fragen. Ich betone schriftliche Fragen durch das Präsidium gelost und verlesen. Anschließend hat die der Kandidatin die Möglichkeit diese bis zu drei Minuten zu beantworten. Diese Antwortzeit gilt auch wenn keine oder weniger als drei Fragen gestellt wurden. Für die Wahlen zum Landesparteirat wird Folgendes festgelegt. Die Redezeit für die Vorstellung der Kandidatin für den Landesparteirat beträgt vier Minuten. Nach Vorstellung der entsprechenden Kandidaten werden jeweils bis zu zwei schriftliche Fragen durch das Präsidium gelost und verlesen. Anschließend hat der die Kandidatin die Möglichkeit diese bis zu zwei Minuten zu beantworten. Auch hier gilt, dass die entsprechende Redezeit Anwendung findet. Unabhängig von der Frage, ob und wie viele Fragen gestellt wurden. Gibt es hierzu Änderungswünsche? Ich sehe einen Änderungswunsch. Dieter Rappenhöner, KV Vogtland. Bitte das Saalmikro benutzen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich stelle den Antrag bei 7c eine Änderung durchzuführen. Ich bin sehr damit einverstanden, dass wir bei der Menge der Personen, um die es geht, beim Parteirat, bei dem Verfahren bleiben. Ich finde aber eine reine schriftliche Vorgehensweise bei dem Landesvorstand, was ja deutlich weniger Personen sind, sehr unpersönlich. Sondern ich fände es in Ordnung, wie wir das früher gemacht haben, dass jeder Redner hier an dem Mikrofon stehen kann und bis zu einer Minute eine Frage stellen kann und die auch begründen kann. Das würde man niemals schriftlich machen. Das würde die Veranstaltung sehr beleben und ich denke gerade für unseren Vorstand wäre das eine sehr wichtige Angelegenheit. Vielen Dank, Dieter. Ich habe das jetzt verstanden, das so abzuändern, dass die Fragen mündlich gestellt werden. Ich betone Fragen. Gut. Dann gibt es dazu eine Gegenrede. Das vermag ich nicht zu erkennen, dann stimmen wir auch diese Änderung erstmal ab. Wer dem so folgen mag, den bitte ich um das Kartenzeichen. Vielen Dank, die Gegenstimmen. Bei einigen Gegenstimmen und dann bitte die Enthaltungen. Und einer größeren Zahl von Enthaltungen gibt es aber mehrheitlich Ja-Stimmen für diesen Verfahrensvorschlag. Dann werden wir entsprechend auch so verfahren. Dann noch der Hinweis. Wir stimmen jetzt erstmal noch das ganze Verfahren ab, sprich die Vorstellungszeiten und alles, was unter Änderterform jetzt unter 7 steht. Wer dem so folgen kann, den bitte ich um das Handzeichen bzw. Kartenzeichen. Vielen Dank, die Gegenstimmen und die Stimmenthaltungen. Dann haben wir auch die Vorstellungszeiten und das entsprechende Verfahren so beschlossen. Jetzt müssen wir noch einen Punkt ergänzend hier miteinander erörtern bzw. wir würden euch als Präsidium gerne einen Vorschlag machen. Wir haben die Situation, dass wir morgen zwei Kandidatinnen zum Landesparteirat nicht hier haben. Aus verschiedenen Gründen. Einmal arbeitsbedingt, einmal krankheitsbedingt. Die Wahlordnung ist nicht 100% eindeutig, was die Frage von Fremdvorstellungen angeht. Wir wollen aber als Präsidium nach Möglichkeit auch bei den Vorstellungen Waffengleichheit schaffen, sodass die reine Verweis auf die schriftliche Bewerbung uns hier gerade in der Situation, wo wir mehrere Bewerbungen auf Plätze haben, nicht ganz sinnvoll erscheint. Deswegen würden wir euch vorschlagen, den entsprechenden Passus der Wahlordnung, das ist der Paragraf 1 Absatz 4, dahingehend auszulegen, dass auch Fremdvorstellungen im Rahmen der Redezeit möglich sind. Gleichwohl dann nicht die Beantwortung von Fragen. Das wäre dann Tatsache mit hin etwas absurd. Gibt es zu diesem Verfahrensvorschlag eine Gegenrede? Das haben wir als Präsidium für uns auch nochmal gemeinsam erörtert und sind zu dem gemeinsamen Schluss gekommen. Das kann ich nicht erkennen, dann bitte ich auch das abzustimmen. Wer dem so folgen kann, bitte um das Handzeichen. Vielen Dank, die Gegenstimmen. Ich sehe eine und die Stimmenthaltungen. Dann bei keinen Stimmenthaltungen und einer Gegenstimme ist das so angenommen und wir verfahren dann so. Dann noch zu guter Letzt zwei Hinweise zur Wortmeldung und Fragestellung zum einen. Also außer beim Landesvorstand, wo es dann die Möglichkeit der mündlichen Fragen gibt, gibt es für die Fragen, die ihr einwerft, beziehungsweise auch für alle Redebeiträge hier unten Fragezettel beziehungsweise Wortmeldungszettel, die ihr dann am besten auch entsprechend quotiert in die Boxen einwerft. Wir werden dann je nach den Redebeiträgen, die ihr soeben beschlossen habt, das entsprechend losen, wer dann drankommt, beziehungsweise wer welche Frage entsprechend auch gestellt bekommt. Also diese Boxen bitte für Wortmeldungen nutzen, außer für Geschäftsordnungsanträge. Da reicht das Aufheben beider Hände. Und abschließend in diesem ganzen Verfahrensreigen und dann sind wir auch durch, noch der letzte Hinweis für alle, die hier oben reden möchten. Ihr habt eine Redezeit, an die ihr euch bitte auch haltet und jeweils links im Präsidium von eurer Seite und der rechten Seite wird sehr streng darauf geachtet, dass ihr diese Redezeit auch einhaltet. Markus guckt schon streng. Das gilt jetzt nicht für, logischerweise, Grußworte und politische Reden, aber dann für alles Weitere im weiteren Verfahren. Und hier der Hinweis. Wir haben diesmal etwas technische Schwierigkeiten gehabt und es ist nicht ganz so, wie wir uns das auch von Präsidiumsseite vorgestellt haben, mit der entsprechenden Versuch der Beampelung hier oben. Es ist jetzt so, dass hier oben nur an und aus geht bei der entsprechenden Ampel und nur eine Farbe. Das führt jetzt zu folgendem Hinweis an euch. Wir werden 30 Sekunden, bevor eure Redezeit abläuft, die Ampel anschalten, wobei Ampel jetzt falsch ist, das Lichtsignal anschalten. Es ist gelb. Wenn ihr gelb leuchtend seht an diesem Strang zu eurer Linken, dann habt ihr noch 30 Sekunden. Geht das Licht dann wieder aus, dann ist auch eure Redezeit aus. Sprich, dann ist sie abgelaufen. Hört ihr dann noch eine sonore Stimme des Präsidiums in einem Ohr oder in zwei Ohren, was euch bitte zum Schluss zu kommen, dann wisst ihr, eure Redezeit ist dann auch unwiderruflich abgelaufen. Und spätestens dann, wenn ihr Stühlerücken des Präsidiums hört, ist der Punkt gekommen, wo ihr schnellstens die Treppe zu eurer Linken verwenden solltet, um das hier oben zu beenden. Das nur zum Hinweis für all diejenigen, die dann reden wollen. Und wir sind auch in der Lage, und das haben wir mit dem Tontechniker besprochen, dass wir auch hilfsweise das Mikro hier oben abdrehen können. Soweit zu allen Präliminarien dieser Versammlung. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Wie gesagt, die Frage der Änderung der Wahlordnung würden wir nach den entsprechenden Tagesordnungspunkt der politischen Reden schieben. Und damit würde ich jetzt auch in den Tagesordnungspunkt 2 übergehen, den politischen Reden. Und dass mich dann doch sehr, dass mir die Ehre zu zeige, was vielleicht einige andere auch gern getan hatten, unseren Bundesvorsitzenden Robert Habeck anzukündigen. Nachdem ich euch hoffentlich erfolgreich eine Viertelstunde mit Formalia gelangweilt, ist es jetzt an Robert, euch wieder in den Modus zu bringen, den wir brauchen, nämlich in einen Modus für einen Aufbruch in Sachsen. Und ich begrüße ganz herzlich unseren amtierenden Bundesvorsitzenden Robert Habeck. Vielen Dank. Applaus Ja, das nickt an. Ne. Soll ich mal? Der Techniker nickt. Der Techniker nickt. Ja, jetzt ist es an. So, aber das Ding ist zu kurz. Okay. Lieber Valentin, vielen Dank. Liebes Präsidium, liebe Sächsinnen und Sachsen, danke für die Einladung. Es war überhaupt nicht langweilig. Lieber Valentin, ich habe selten so eine unterhaltsame Präsidiumseinführung in den trockenen Punkt TO gehört, wie von dir und von euch. Und ich habe jetzt auch verstanden, was eine sächsische Ampel ist. Wenn das gelbe Licht 30 Sekunden leuchtet, dann soll man zu Ende kommen. Und wenn die Ampel aus ist, ist Stopp. Okay. Das habe ich schon mal begriffen. Und das ist ja fast eine Metapher, die man mitnehmen kann. Ganz ernst. Danke für die tolle Aktion zur Einstimmung. Ich fand sie wirklich, wirklich eindringlich. Wie Sophia mit der ganzen Leidenschaft, sich politisch zu engagieren, der Jugend, der Zukunft dafür gebrannt hat, den Kohleausstieg umzusetzen, wie Jens. Ja, fand ich wirklich großartig. Und Jens, fast noch berührender, wenn ich das sagen darf, mit der persönlichen Betroffenheit, mit leiser Stimme den Zynismus herausgearbeitet hat, dass im Land ein Wettbewerb, unser Dorf hat Zukunft, ausgeschrieben wird für ein Dorf, das keine Zukunft hat. Das ging unter die Haut. Danke für diesen ergreifenden Einstieg in eure Tagung. Und lasst mich aus übergeordneter Sicht vielleicht noch zwei Anmerkungen zu dem klimapolitischen Aufschlag machen, den ihr hier gerade aus lokaler und landespolitischer Sicht gemacht habt. Es ist natürlich richtig, dass das Ende des Braunkohlebergbaus auch die Landschaft schützt und die Menschen in der Landschaft schützt und Werterhalt ist und in dem Wort von Alexander Heimaterhalt bedeutet. Aber natürlich ist das nicht der einzige Zweck, warum wir aus der Kohle raus müssen. Es ist zynisch, wenn die Landesregierung und die Behörden den Kumpeln und den Menschen in der Region vormachen, dass der Braunkohlebergbau bis 2040 oder länger laufen könnte. Damit verarschen sie die Menschen, die in diesen Regionen wirtschaften und leben. Denn das ist ausgeschlossen. Die Pläne der Bundesregierung, die internationalen Klimaabkommen sagen, dass wir eigentlich 2030 spätestens aus allen Kohleverstromungen raus müssen in Deutschland. Von 2040 und einer Verlängerung kann keine Rede sein. Kann keine Rede sein. Und in Wahrheit ist schon diese Zeit zu lang, denn, und das ist ja das, was man das Paradox von der Energiewende nennt, der Ausbau der Erneuerbaren und die Preisgünstigkeit der Erneuerbaren, die in den letzten Jahren erarbeitet und erreicht wurde, führen dazu, dass mit der Menge des erneuerbaren Stroms nur noch die dreckigsten und ältesten Kraftwerke, und das sind in der Regel alte Braunkohlekraftwerke oder Braunkohlekraftwerke noch marktfähig sind, während die moderneren Gaskraftwerke für die Übergangszeit aus dem Markt gedrängt werden. Sodass wir die absurde Situation haben, je mehr wir erneuerbare Energien ausbauen, umso mehr Braunkohlestrom wird noch wirtschaftlich. Die Bundesregierung hat gerade beschlossen, den Ausbau der erneuerbaren Energien, also eine große Koalition der Bundesregierung voranzubringen. Die logische Konsequenz muss sein, dass sie den Braunkohlebergbau und die Braunkohleverstromung vorher stoppen. Sonst reißen wir alle Klimaziele. Das heißt, selbst das Enddatum reicht nicht, sondern wir müssen jetzt 2020 mit 7 Gigawatt raus aus der Kohleverstromung und in den Jahren danach sukzessive und konsequent raus aus der Kohle. Und an einer Stelle werde ich gerne einhaken. Ihr habt das eine Plakat gezeigt aus dem Bundestagswahlkampf, wo drauf stand entweder Schluss mit Kohle oder Schluss mit Klima. Und in Pink war oder in Neon oder Magenta oder was auch immer, war dann dieser Eisbär, den wir da immer auf dem Klimaplakat hatten. Und ja, ich will auch ausdrücklich sagen, auch mir ist eine Welt mit Eisbären wichtiger und ich möchte sie erhalten als eine Welt ohne Eisbären. Aber ehrlicherweise habe ich in meinem Leben noch keinen Eisbären gesehen und den meisten Menschen wird es genauso gehen. Und ich bezweifle, dass ich auch jemals einen sehen werde, leider. Der Blick auf den Eisbär oder auf die Natur verstellt den Blick auf eine andere Dimension des Klimaschutzes und des Kampfes gegen den Klimawandel. Und das ist der demokratische Aspekt dahinter. Die Weltbank und die Weltbank ist kein Kreisverband der Grünen, das ist im Grunde eine neoliberale Vereinigung. Die neoliberale Weltbank hat vor einem Jahr eine Studie veröffentlicht, wo sie gesagt hat, wir werden im Jahr 2030 100 Millionen Menschen haben, die wegen dem Klimawandel ihre Heimat verlassen. Weil es Wüstenbildung gibt, weil es kein Grundwasser mehr gibt, weil sie keine Anbaumethoden mehr haben können, weil Überschwemmungsgebiete da sind. 100 Millionen Menschen werden ihre Heimat verlassen aufgrund des Klimawandels. Und sie werden mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit, wo sollen die armen Schweine denn sonst hin, ihren Weg nach Nordwesten suchen. Das heißt, sie kommen in irgendeiner Form nach Europa oder nach Nordamerika. 100 Millionen Menschen in 12, in 13 Jahren. Und jetzt macht euch kurz klar, auch mit Blick auf euer wunderschönes Bundesland, was demokratisch passiert ist, als ungefähr eine Million Menschen versucht hat, hier Zuflucht zu finden. Aus anderen Gründen. Syrien ist kein Klimakrieg, sondern das ist eine Schlacht eines Diktators gegen seine Bevölkerung. Und danach ist es zum Spielball der Großmächte geworden, die da ihre Waffensysteme ausprobieren. Aber gleichwohl eine Million Menschen, 100 Millionen Menschen. Wenn das so kommt, werden unsere demokratischen Prinzipien, unsere Humanität auf eine Prüfung gestellt werden, von der wir uns überhaupt nicht klar machen, was es bedeutet. Das heißt, wenn wir das Klima schützen, dann schützen wir damit auch die Prinzipien der liberalen Demokratie. Wir schützen unsere liberale Demokratie. Und wer den Klimaschutz missachtet, der missachtet die Prinzipien der liberalen Demokratie. Und diesen Zusammenhang, den müssen wir genauso deutlich machen wie den Eisbärenschutz. Anknüpfend daran, ich habe in eurem Antrag, den ihr morgen beratet, dem politische Kulturantrag, einen Satz gefunden, der die Haut ging. Da heißt es, in Sachsen zeigt sich wie in einem Brennglas, dass eine offene und demokratische Kultur alles andere als eine Selbstverständlichkeit ist. So ist es. Und eben als wir hier standen und euer neuer Landesgeschäftsführer als frisch vom Knast vorgestellt wurde, da hat Monika mir zugeraunt, ja willkommen in Sachsen, hier ist alles ein bisschen härter. Und das stimmt ja auch. In diesem lapidaren Satz und in dem Witz sozusagen steckt ja eine große, große Wahrheit. Die neue Bundesregierung ist jetzt gerade frisch im Amt nach einer Menge von demokratischen Wehen und Schwierigkeiten und Anlaufschwierigkeiten, die was bedeuten. Nämlich die Herausforderung in einem sich wandelnden demokratischen System, in einer sich wandelnden Gesellschaft zu stabilen demokratischen Mehrheitsverhältnissen zu kommen und die Prinzipien der Republik, des Grundgesetzes zu überführen in eine neue politische Zeit. Und erkennbar waren die politischen Parteien mehr oder weniger nicht darauf eingestellt, diese Arbeit zu leisten. Das war der Abbruch von Jamaika, wenn man jetzt nicht persönliche Schuldzuweisungen nach vorne stellt. Die Bundesregierung also gerade neu gefunden und man muss nicht böse sein, um zu sagen, das ist nicht die Verheißung des neuen Aufbruchs, sondern sicherlich das Zusammentackern des letzten Angebotes. Die CDU, die CSU, die SPD, sie wollten nicht regieren, sie konnten eigentlich nicht mehr regieren. Eigentlich sind die drei Parteien fertig und sie müssen dann doch nochmal in die Bütt, weil sich nichts anderes hat finden lassen an dieser Stelle. Und auf der anderen Seite riecht man ja bei euch im Saal die Landtagswahl, die kommende Landtagswahl in Sachsen und in Ostdeutschland. Und ich will es auf den Punkt bringen. Ich glaube, dass die Landtagswahl in Sachsen noch einmal härter werden wird als die Bundestagswahl und die Herausforderung zu stabilen demokratischen Verhältnissen zu kommen, die wir da jetzt mit dem Gewürge in Berlin die ganze Zeit erlegt haben. Und es wird bei der Landtagswahl entscheidend davon abhängen, wie die Grünen performen, wie wir uns anstellen, wie wir kämpfen, ob euer Land weiterhin eine demokratische Regierung bekommt oder ob es, um es auf den Punkt zu bringen, die NPD im Gewand von neuen Rechtspopulisten erstmals Teil in Deutschland einer Regierung wird. Das gilt es zu verhindern und es wird auf die Grünen maßgeblich ankommen, genau das zu verhindern. Und man verhindert das nicht, man verhindert das nicht, indem man den Rechten hinterher lauft. Und das sage ich mit Blick auf Horst Seehofer und auf Jens Spahn und auch mit Verlaub auf einige Äußerungen eures Ministerpräsidenten, Herrn Kretschmer. Man verhindert, man macht den rechten Rand stark, indem man die Parolen des rechten Randes wiederholt. Was also ist der tiefere Grund für diese gesellschaftliche Suche nach neuen Mehrheiten? Ihr beratet im Anschluss an diese politische Debatte einen Antrag zur Landwirtschaft. Und noch bin ich ja Landwirtschaftsminister in Schleswig-Holstein und erlaubt mir, ohne eure Debatte über Pestizide und Artensterben vorzugreifen, eine kleine Geschichte zu erzählen, die mir die Augen geöffnet hat, was vielleicht das gesellschaftliche Problem im Moment ist, sowohl der Landwirte, aber man kann das, glaube ich, verallgemeinern, aber was auch die Rolle der Grünen ist in dieser Zeit. Als ich Minister wurde in Schleswig-Holstein, ich bin kein Bauer, ich habe nicht Agrarwissenschaften studiert, und ich hatte keine Ahnung, was da auf mich zukam in diesem Amt und habe gedacht, das lerne ich jetzt und habe als erstes eine Fleischreise gemacht. Das heißt, ich habe die Sauenhaltung besucht und gesehen, wie die Sauen besamt wurden. Und nach der Besamung, 21 Tage, solange stellt man sie in einen engen Kastenstand, da können sich die Schweine die Sauen einmal hinlegen und aufstehen, aber nicht mehr bewegen. 21 Tage. Warum können sie sich nicht bewegen? Weil, wenn sie rumtoben würden, der Fötenverlust der besamten Sauen bei 10% vermutet wird. Und diese 10% sind so eine enge Marge, dass die Landwirte sie nicht mehr erwirtschaften können. Also müssen die Sauen 21 Tage stehen und aufstehen und sich hinlegen, aber sie können keinen Meter oder keinen halben Meter nach vorne gehen oder zurückgehen. Okay, dann habe ich mir das angeschaut und das war schon, also fürs liebes Leben ist das schädlich, sich das anzugucken, wie die Sauen besamt werden. Dann habe ich mir die Abferkelei angeguckt. Abferkeln heißt, wenn die Sauen werfen, dann kommen die in einen Gitterstand, werden überwölbt, damit sie sich nur gegen den Widerstand des Abferkelkäfigs umdrehen können, damit sie in dem engen Boxen nicht ihre eigenen Ferkel totdrücken. Wenn so eine fette Sau auf die andere Seite fällt, die Ferkel können ja nicht ausweichen, es ist ja alles sehr eng, dann drücken sie die Ferkel tot, damit die Ferkelmortalität nicht bei 10% liegt. Deswegen diese Bewegungseinschränkung für die Sauen, weil sich die Landwirte 10% tote Ferkel eben nicht leisten können, von Tierschutzaspekten mal ganz zu schweigen. Dann habe ich das verstanden. Dann habe ich mir die Endmast angeguckt. Wie ihr vielleicht wisst, beträgt das Recht eines 100 Kilo schweren Schweines auf Platz 0,75 Meter in Deutschland. Das heißt also 30 Schweine auf 20 Quadratmeter. Das ist die Nutztierhaltungsbedingung. Das sind die ganz normalen, legalen Bedingungen, nach denen in Deutschland Schweine gehalten werden. Das sind intelligente Tiere, die langweilen sich, die sind auf engem Raum. Es riecht nach Ammoniak, es stinkt nach Ammoniak. Ihre Lungen sind teilweise zerfressen. Was machen die? Natürlich beißen die sich in die Schwänze. Natürlich versuchen die miteinander Rangkämpfe auszutragen. Das ist also eine ziemlich widerliche Angelegenheit. Aber man braucht diese engen Margen, um die Schweine so zu halten, weil mehr Platz, dreifacher, vierfacher Platz, möglicherweise draußen rum zu sein, das gibt der Markt nicht her. Dann habe ich das verstanden und gesehen. Dann bin ich in die Schlachterei gefahren. Das erspare ich euch, wie da im Akkord die Schweine geschlachtet werden. Dann bin ich in die Wurstfabrik gefahren. Das ganze Prozedere kam zu seinem Ende. Das Fleisch wurde dann gemahlen und als Wurstmelasse gepresst. Und am Ende wurde es in Scheiben geschnitten und fiel auf diese goldenen Tabletts, die wir alle aus dem Supermarkt kennen, wo so 10er Pakete drauf sind. Und ganz am Ende von all dem, bei all diesen Margen, 10% Ferkelverlust können wir uns nicht leisten, 10% Besamungsverlust können wir uns nicht leisten, gab es eine Produktendkontrolle. Da waren dann junge Damen, die dann guckten, ob bei der Pfeffersalami auch noch ein Pfefferstück rausgefallen ist oder bei irgendeiner anderen Wurst ein Stück Paprika oder ob der Rand eingerissen war. Und wenn das passiert ist, haben sie nicht die eine Scheibe Wurst, die dann kaputt war, rausgenommen, sondern das gesamte Tablett, alle 10 Scheiben, zack, in den Mülleimer. Auch das habe ich mir eine halbe Stunde angeguckt und ungelogen, jede vierte Portion ist da weggeworfen worden. Jede vierte Portion. Mit der Begründung, dass die Kunden im Supermarkt keine Pfeffersalami kaufen, weil das Stück Pfeffer rausgefallen ist. Das ist ein perverses System. Das ist ein perverses System. Und das System funktioniert nur, weil die Landwirte ihre Schweine, ihre Tiere so halten, wie ich es beschrieben habe. Weil sie gezwungen sind, bei diesem Preisdruck und der Verschwendung am Ende immer mehr zu einem immer günstigeren Preis zu produzieren. Sie müssen sich diesem Zwang des Marktes, diesem Wachse- oder Weichesystem unterwerfen oder sie hören auf. Das gilt für die mittelständischen und kleinen Betriebe, das gilt auch für die großen Betriebe, wie ihr ja einige auch in Sachsen habt. Das ist der Druck, der auf der Landwirtschaft lastet. Und diese Landwirte müssen, um ihre Schweine zu ernähren, in diesem System Pestizide ausbringen, Kunstdrüger ausbringen, Fruchtfolgen missachten, wenig Rücksicht auf den Humus nehmen. Da kommt euer Antrag ins Spiel. Aber wollen sie das? Wollen das die Landwirte wirklich? Oder wollen sie nicht eigentlich, dass ihre Tiere mehr Platz haben und dass sie ohne diesen Leistungsdruck agieren? Und an der Stelle kommt die Rolle der Grünen anders definiert, als wir es manchmal vorgehalten bekommen ins Spiel. Es ist schon lange nicht mehr so, dass die Grünen die Feinde der Landwirte sind. Wir sind die Feinde eines Systems, das die Landwirte zwingen, so zu produzieren. Eines Systems, das auf Kunstdünger, auf Pestiziden, auf Artenverlust berührt. Aber in Wahrheit ist die Rolle, und das ist eine schmerzhafte Rolle, die wir anbieten, rauszukommen aus dieser engen Produktionsmarge. Landwirtschaft, Produktion von Lebensmitteln nicht auszuspielen gegen den Erhalt von Lebensgrundlagen. Grundwasser, Humus, Klima, Artenvielfalt, das ist unsere Rolle. Wir, in Wahrheit, sind wir die Helfer, die Räuberleiterhalter, die Verteidiger eines anderen landwirtschaftlichen Systems. Und so artikuliert können wir die Agrarbände nicht gegen die Landwirte führen, wohl gegen eine Landwirtschaftsproduktion, wie sie geschildert ist, sondern sie einladen, mitzumachen. Und diese neue Rolle, die können wir auch übertragen auf den Kohlebergbau, wo ja auch wahrscheinlich die Kumpel jetzt Angst haben und sagen, wenn die Grünen dann irgendwann in die Regierung kommen, und das stimmt ja auch, aus den Klimaschutzgründen, aus den demokratischen Gründen, die ich genannt habe, dann wird dieser Kohlebergbau früher oder später zu einem Ende kommen. Aber die brutale Wahrheit ist, wenn wir nicht die Prinzipien unserer Gesellschaft, die demokratischen und die solidarischen, missachten, dann wird es sowieso früher oder später zu einem Ende kommen. Und dann ist es doch besser, Rheinwein einzuschenken und ein Angebot zu machen und zu sagen, wir helfen euch, diesen Strukturwandel zu gestalten. Das ist unsere Aufgabe, nicht gegen die Region zu arbeiten, sondern in Wahrheit durch den Klimaschutz, durch den Abschied von der Kohle der Region auch eine prosperierende, eine ökologische, aber auch eine wirtschaftliche Zukunft zu geben. Denn das andere ist nur abwarten, bis der Zug gegen die Wand fährt. Und das Nichtwählen der Grünen, der anderen Parteien, ist ein Pokern darauf, ein Pokern darauf, dass es gut geht und es kann nicht gut gehen. Insofern scheitert diese Politik, die einfach nur den Besitzstand wahrt, aber die Zukunft nicht annehmen will, sie scheitert dann zu Lasten, wie bei den Bauern, zu Lasten der Kumpel, weil irgendwann einfach der Scheiter umgelegt wird. Man kann das drittes Beispiel bei der Verkehrspolitik sehen. Wie lange wurde darauf hingewiesen, dass Stickoxide Umweltbelastung und Gesundheitsbelastung bringen? Und wie lange wurde das ausgesessen? Ewig. Dobrindt hat sich damit gebrüstet, dass er das schon so lange negiert und ausgesessen hat, dass er jetzt auf keinen Fall noch, wo es nur noch um die nächsten zehn Jahre geht, noch was ändern würde. Und Andreas Scheuer, unser neuer Verkehrsminister, setzt das nahtlos fort. Ja, schützt das die deutsche Automobilindustrie? Nein, die Zahlen für Diesel brechen ein. Die politische Verhaltensstarre, Dinge zu ändern, Probleme anzusprechen, Lösungen herbeizuführen, ist nicht gegen die Menschen, die in diesen Industrien arbeiten. Sie ist gegen die Menschen, die in diesen Industrien arbeiten. Politik, die die Zukunft nicht gestalten will, vernichtet die Wertschöpfung in Deutschland. Politik, die die Zukunft gestalten will, ökologisch verändern will. Sie schafft nicht nur die ökologische Zukunft, sie schafft auch die ökonomische Zukunft für Sachsen und für Deutschland. Und das ist unsere neue Aufgabe, das klar zu machen. Lass mich das noch kurz ein bisschen verallgemeinern. Alexander hat eben gesagt, und wir müssen auch über Heimat reden. Und ich weiß, dass das bei uns in der Partei eine schwierige Debatte ist und dass einige Leute der Hut hoch geht, weil der Begriff verhunzt ist. Und das ist er ja auch. Er ist verhunzt. Ich meine tatsächlich trotzdem, man muss sich dieser Frage stellen und man kann nicht jeden Begriff einfach nur der anderen Parteien überlassen, nur weil sie ihn benutzen. Aber ich kenne eine... Ja, warte, die Pointe ist, dass die beste Definition, die ich gehört habe in diesem Zusammenhang mit Heimatdiskurs, lautet Heimat ist da, wo man doof sein kann. Und da ist was Ernstes dahinter. Es klingt so lapidar und veralbernd, aber es heißt ja, da, wo man sich angenommen fühlen kann, so wie man ist. Da, wo man seine Fehler nicht verbergen muss. Da, wo man auch Fehler machen darf. Da, wo man Schwäche zugeben darf. Dieses Gefühl von Geborgenheit, das fehlt im Moment. Und es fehlt nicht nur in der Lausitz oder bei euch in der Region oder den Landwirten, die ja merken, dass irgendwas im Umbruch ist, sondern es fehlt in der Gesellschaft allgemein. Und das ist meine Erklärung, warum das demokratische Parteiensystem in so einem Umbruch ist, unter so einem Druck steht. Weil die Gesellschaft sich rapide wandelt und weil die Politik nicht mehr auf Ballhöhe dieses gesellschaftlichen Wandels ist. Mit anderen Worten, Menschen spüren, dass es an vielen Stellen nicht mehr fair zugeht in der Gesellschaft. Und dieser Begriff der Fairness ist etwas ganz anderes, als zu sagen, alle sollen gleich viel verdienen oder wir nehmen den einen weg und die anderen sollen es kriegen. Fairness ist ein Prinzip, das berücksichtigt, dass Leben unterschiedlich sind, dass auch Einkommen unterschiedlich sind, dass Lebensbeläufe unterschiedlich sind. Aber die Prinzipien müssen für alle gelten, alle gleich gelten. Und diese Prinzipien werden nicht eingehalten. Das war vielleicht zum ersten Mal deutlich spürbar bei der Bankenkrise, dass der Staat nicht mehr Höhe der ökonomischen Gestaltung war und ausbaden mussten es dann die vielen, vielen Sparer. Und das registriert man einfach, dass das nicht fair ist. Und jetzt, wo sozusagen die Rentenbeträge und die Ersparnisse dauernd aufgebraucht werden, machen sich Manager auf der anderen Seite die Taschen voll und kriegen Millionen Boni-Zuschläge. Und ist das fair? Alle sagen, nein, das kann nicht fair sein. Das betrifft das System, das in den Jahren der Rot-Grün-Regierung, Hartz IV genannt, entwickelt wurde, wo dann ja unter anderen Voraussetzungen Menschen in Arbeit gebracht wurden, nicht durch einen Anreiz, sondern durch einen Druck oder durch ein Vordersystem, wenn man es so will. Das heißt aber auch, dass Menschen, die ihr Leben lang gearbeitet haben und jetzt, und zwar unverschuldet, nicht weil sie faul sind oder weil sie in die Löffelkasse gegriffen haben, arbeitslos werden, sondern weil ein Hedgefonds die Firma aufgekauft hat und auf einmal werden alle entlassen, erst ihre Wohnung aufgeben müssen, wenn sie zu groß ist, ihr Erspartes aufbrauchen müssen, wenn sie denn was Erspartes haben, um dann Hartz IV zu bekommen. Ist das fair? Nein, das kann nicht fair sein. Das ist ja unverschuldet gewesen. Und dieser Druck, den die Menschen spüren, dieser Druck, diese politische Energie sucht sich ihren Weg und leider sucht sie sich ihn zu häufig destruktiv. Und das sage ich gerade mit Blick auf Sachsen, auf der Hinfahrt habe ich die Äußerung von einigen Politikern gesehen und nochmal nachgelesen, die jetzt die Mehrheit bei der Bundestagswahl in eurem Land geholt haben. Und man muss es so sagen, das sind rassistische Äußerungen. Das, was hier in Sachsen und in Ostdeutschland passiert, hat die Grenze eines konservativen, eines bewahrenden, meinetwegen auch eines nationalen Diskurses, weit, weit, weit überschritten. Das sind menschenverachtende, teilweise nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetz stehende Äußerungen. Und das muss man auch so klar benennen, wo solche Äußerungen fallen. Aber deutlich sein muss auch, dass diese Menschen eben nicht für die Gesellschaft kämpfen, nicht für ein Gemeinwohl stehen, eben nicht für mehr Fairness streiten, sondern für mehr Unfairness, dass sie exklusiv sind, Menschen ausgrenzen wollen, unsolidarisch sind. Und umgekehrt, mit Blick auf die Schwäche, auf die gezwungenermaßen Schwäche der großen Parteien, die jetzt in der Bundesregierung sind, muss sich die Partei Bündnis 90 Die Grünen fragen, ob wir nicht unsere Aufgabe größer und weiter definieren müssen, als wir es zuvor getan haben. Es reicht meiner Ansicht nicht mehr, das ökologische Gewissen der jeweils anderen Parteien zu sein. Nehmt nochmal die Hartz-IV-Agenda, wo uns quasi die Sozialpolitik vorgeschrieben wurde, aus den Beratern von Gerhard Schröder, und dann haben wir gesagt, naja, wir verhindern das Schlimmste, aber Hauptsache, wir machen den Atomausstieg. Diese Position reicht nicht mehr, weil die Bindekräfte in der Gesellschaft nicht mehr reichen. Also brauchen wir tatsächlich, wie ihr es geschrieben habt, einen neuen Aufbruch. Und zwar nicht, weil wir größenwahnsinnig sind oder nicht, weil wir uns überschätzen wollen, sondern weil der Kitt der Demokratie brüchig wird, weil sich die Politik nicht mehr auf Augenhöhe der Gesellschaft befindet. Und weil vielleicht gerade eine Partei, und das sage ich mit Blick auf die Tradition meiner, unserer Partei in Ostdeutschland, die Bündnis heißt, die also im Titel die Idee trägt, dass Menschen unterschiedlicher Interessen, unterschiedlicher Biografien, unterschiedlicher Wertevorstellungen jeweils zu einem Bündnis zusammenkommen können, um die höheren Ideale zu verteidigen. Vielleicht ist es gerade an dieser Partei, das Versprechen der liberalen Demokratie zu erneuern. Das in Sachsen einzulösen, das wäre ganz, ganz, ganz großartig. Lasst mich. Es wäre großartig, aber es ist eben auch notwendig. Demokratie ist kein statischer Zustand. Es ist nichts, was einem geschenkt wurde und dann ist es da, dann hat man es wie ein Blumenstrauß, der vielleicht verwelkt oder wie, ich weiß nicht, eine Flasche Wein, die man dann irgendwann trinkt, aber es ist einfach so da. Demokratie ist jeden Tag Arbeit und die antidemokratischen Kräfte haben es immer leichter. Das Böse bricht sich immer schneller Bahn als die komplexe Argumentation. Das Ablehnen von Einigungen hat es immer schwerer als das Streiten für Kompromisse. Den kleinen Weg, den Umweg, die Mitnahme von möglichst vielen Menschen herzustellen, ist immer das Mühsamere als die Ablehnung von allem und das Ausgrenzen von allem. Aber es zeigt eben auch, dass es gelingen kann, wenn ihr auf eure Parteigeschichte schaut und auf euch als Landesverband. Es ist jeden Tag Arbeit, es ist jeden Tag Verteidigung und es kommt vor allem auf jeden Menschen an. Denn das, was uns die letzten zwei, drei Jahre gelehrt haben, sind zwei Dinge. Erstens, das Unwahrscheinliche passiert. Menschen, die man nicht ernst nehmen kann, werden amerikanische Präsidenten. Menschen, die nicht anders als autoritäre Herrscher bezeichnet werden kann, gewinnen Wahlen. England tritt aus Europa aus. Alles das hätte man vor kurzem für unmöglich gehalten. Und die Ergebnisse, die Wahlergebnisse, die zu diesen erstaunlichen und erschreckenden Resultaten führen, sind in der Regel knappeste Wahlergebnisse. Eine Stimme mehr, drei, fünf Stimmen mehr in irgendeinem Wahlkreis sorgt dafür, dass irgendeine Regierung zustande kommt oder nicht. Eine Einstimmenmehrheit in eurem Nachbarland Sachsen-Anhalt. Eine Einstimmenmehrheit in meiner letzten Regierung in Schleswig-Holstein. Wenige, wenige, hundert Stimmen oder tausend Stimmen im mittleren Westen haben über die Wahl von Donald Trump entschieden. Wenige, wenige Stimmen haben darüber entschieden, dass der Brexit stattgefunden hat. Und die Menschen, das ist das Letzte, was ich mitnehmen will für das nächste Jahr, was mir in der Englagerung geblieben ist, die Menschen, die gegen den Brexit gestimmt haben, haben drei Gründe danach genannt. Sie haben einmal gesagt, ich dachte, auf meine Stimme kommt es nicht an. Ich dachte, es ist nicht ernst. Und ich dachte, es passiert sowieso nicht. Und alles drei soll uns Lehre sein für das nächste Jahr. Die Dinge passieren, wenn man sich nicht dagegen stimmt, es kommt auf jede Stimme an und Demokratie ist kein Spiel, sondern es ist der Kampf um die Werte unseres Gemeinwesens. In dem Sinne, lasst uns ein gemeinsames, starkes Jahr 2018 und 2019 hinlegen und dann im Sommer 2019 feiern, den Braunkohleausstieg und einen starken Wahlkampf in Sachsen. Vielen Dank. Applaus Vielen Dank. Applaus Lieber Robert, du hast das gesehen, du hast den Saal bewegt, weil du uns natürlich auch Worte mit auf den Weg gegeben hast, die wir gemeinsam nächstes Jahr auch umsetzen wollen. Und Sachsen ist manchmal ein bisschen speziell, das sieht komisch aus. Monika hat gesagt, Sachsen ist härter als andere Bundesländer und sie bringt ja regelmäßig auch in der Bundestagsfraktion Seltsames aus Sachsen und wir haben überlegt, was können wir dann an der Stelle schenken und du liest ja viel und du schreibst ja auch selber Bücher und es gibt ein Buch, das ist in Sachsen sehr viel diskutiert worden, weil das regelmäßig auch dazu führt, dass manche Menschen die Schwierigkeiten mit der Demokratie haben, das Ganze ablehnen, das vielleicht so ein bisschen so ein Almanach zur Erklärung ist und das Buch heißt passenderweise unter Sachsen. Vielen lieben Dank. Vielen, vielen lieben Dank, Robert, für die Rede. Jürgen, du kannst gleich oben stehen bleiben. Jürgen? Na gut, okay, es fehlt noch am Redemanuskript. Dann, lieber Jürgen, du bist als nächstes dran mit der politischen Rede des Landesvorstandes. Du hast sieben Minuten. Völlig undankbare Aufgaben, nach Robert zu reden. Okay. Du wolltest es so. Ich, genau, ich, das ist völlig richtig. Liebe Freundinnen, liebe Vertreterinnen der anderen demokratischen Mitbewerber in Sachsen, liebe Gäste, wir leben in unruhigen Zeiten. Überall in Europa ist der Populismus auf den Vormarsch und es werden neue Grenzen gezogen. Eine Entwicklung, die auch hier in Sachsen stattfindet und die sich für deutsche Verhältnisse im Zeitraffer vollzieht. Die Ergebnisse zur letzten Bundestagswahl haben bundesweit für Negativschlagzeilen gesorgt. Erstmalig ist in Sachsen eine stärkste Partei, ist eine Partei in Sachsen stärkste Partei geworden, die im Kern, und das muss man in aller Deutlichkeit sagen, und das hat auch Robert gesagt, die Demokratie ablehnt und Menschenfeindlichkeit verbreitet. Das muss uns allen als Demokraten zu denken geben. Und die Auseinandersetzung mit dieser Haltung kann nicht darin bestehen, dass wir sie beständig reproduzieren und darauf hinzuweisen, wie Demokratie und menschenverachtend sie sind. Denn dadurch wird der Resonanzraum für diese Position erweitert. Wir als Demokraten müssen uns also nicht erzählen, wie schlimm alles ist, sondern verstehen, warum Menschen, die sich abgehangen fühlen, die sich ungerecht behandelt fühlen, die Zukunftsängste haben, zurück zu Grenzen tendieren, zurück zur Vergangenheit und wir müssen Antworten darauf geben und Ideen zur Diskussion stellen. Demokratie lebt vom Meinungsstreit, vom Ringen um Argumente, vom Führen wieder des Austauschs. In der Auseinandersetzung mit denjenigen, die Demokratie ablehnen, sind wir alle gefragt, gemeinsam als Demokraten, und zwar egal in welcher demokratischen Partei, in den Bürgerinitiativen und in den Vereinen, die Grundwerte der Demokratie mit Leben zu erfüllen und deutlich zu machen, dass Demokratie gelingen kann, dass Demokratie eine Erfolgsgeschichte ist. Und Demokratie braucht eben auch an dieser Stelle unterschiedliche Positionen, das Deutlichmachen von Differenzen ebenso wie das Verbindende und das Deutlichmachen, dass Demokratie die Vollendung nicht im Sieg der Mehrheit über die Minderheit findet, sondern im Konsens, der möglichst viele verschiedene Menschen einbindet. So sehr wie wir als Demokraten gefordert sind, dies immer wieder deutlich zu machen, geht es auch darum, den politischen Streit zu leben, deutlich zu machen, wo die Unterschiede sind. Einen politischen Streit, dessen Kern die Meinungsfreiheit ist, seine Meinung frei zu bilden, diese auch zu äußern, aber eben auch Widerspruch zu leisten und zu diskutieren. Und wer an dieser Stelle, wie das der Ministerpräsident jüngst getan hat, meint, dass der Widerspruch an dieser Stelle gegen eine Äußerung, eine Stigmatisierung sei, der geht fehl. Wer anlässlich von Stigmatisierung, wer anlässlich von Widerspruch, von Stigmatisierung, von Beschränkung der Meinungsfreiheit spricht, meint eine Redefreiheit ohne Diskurs und damit ohne Demokratie. Und liebe Freundinnen und Freunde, 28 Jahre nach der Friedlichen Revolution in Sachsen bin ich der Meinung, wird es Zeit, dass wir gemeinsam aufbrechen für eine neue Demokratie auf den Grundlagen von sozialer Gerechtigkeit, von Fairness und von dem Austausch der Menschen. Es greift zu kurz, Menschen, die sich abgehangen fühlen, damit zu besänftigen, indem man jetzt vollmundige Versprechungen abgibt und sagt, wie das die Landesregierung gerade gern tut, nun werde geliefert, 28 Jahre später, bei der Post, also 28 Jahre später, das schafft nicht mal die Deutsche Bahn, trotz Winter. Denn aus einer besseren Anbindung der Gemeinden, aus dem Ausbau von Glasfaserkabeln und neuen Straßen wird noch keine stimmige Gesamterzählung, ist die Frage, wie Zukunft gelingen kann, noch nicht beantwortet. Durch neue Straßen werden Zukunftsängste nicht kleiner. Und es reicht auch nicht aus, den Betriebsreden auf der einen Seite zu erzählen, wie wichtig Gewerkschaften sind und auf der anderen Seite den Vertretern der Wirtschaft dann zu sagen, wie hinderlich doch Gewerkschaften an der Stelle sind. Das ist nicht ehrlich. Falsche Versprechungen sind die Grundlage folgender Enttäuschungen und auch ein Grund für den Unmut in die Ausgestaltung der parlamentarischen Demokratie. Ehrlich zu sein heißt für uns eben auch Haltung anzunehmen, diese Haltung zu bewahren, Menschen auf Augenhöhe zu begegnen und deswegen auch unbequemen Wahrheiten zuzumuten. Und man wiederholt an dieser Stelle alte Fehler, wenn man meint, dass Menschen bereits dann zufrieden sind, wenn die Marktplätze der Gemeinde neu aussehen. Beton ist keine Idee für die Zukunft und bindet Menschen nicht ein. Und genau um diese Einbindung der Menschen geht es, genau um diese Einbindung und den Diskurs mit den Menschen geht es uns als Bündnis 90 Die Grünen, um Lösungen zu suchen für eine Zukunft für die Menschen zwischen Weißwasser und Blauen. Wir brauchen dafür für die ländlichen Räume eine neue Identität, wie wir gemeinsam mit den Menschen entwickeln müssen. Wir müssen die Frage beantworten, wie wir die verwaisten Innenstädte kleinerer Gemeinden beleben können. Und diese Gemeinden wieder für junge Menschen und für alle diejenigen, die die Zukunft aktiv gestalten wollen, attraktiv machen. Und wir brauchen diese Menschen hier, um jene mitnehmen zu können, die nicht bereit sind oder in der Lage, sich für die Gesellschaft zu engagieren, sondern lieber montags pöbeln. Dazu braucht es eine Infrastruktur im Bereich Verkehr, Internet und eben auch Bildung und die fehlt vieler Orten. Der Kapitalismus, auch das hat Robert angesprochen, der vor der Ökonomisierung des Privaten nicht halt macht, schafft sinnentleerte Räume. Die Vorteile der Globalisierung, der Europäisierung werden aktuell ausgeblendet. Und es ist dringend an der Zeit, dass wir uns mit diesen Fehlstellen auseinandersetzen und auch diskutieren, was haben wir dort falsch gemacht. Und denn wir müssen deutlich machen, dass wir die Grundlagen einer solidarischen Gesellschaft neu denken müssen. Dass wir dafür Sorge tragen, dass alle Menschen teilhaben können und dass sich Hartz IV in seiner derzeitigen Form überholt hat, um eben auf der Grundlage von Fairness, genauso wie Robert das gesagt hat, eine neue Zukunft zu schaffen. Und die Antwort von Herausforderungen für die Zukunft, das will ich an dieser Stelle ganz deutlich sagen, ist nicht das Betonen einer ostdeutschen Identität, wie das die Kollegen der anderen Parteien gerne tun. Die politische, denn eine spezifisch ostdeutsche Identität betont das Trende und schafft nicht die Grundlage für eine solidarische Gemeinschaft. Die politische Aufgabe ist doch nicht die Verklärung des Ostdeutschen und die Menschen dann auch noch in ihrem Abgehangensein zu unterstützen, sondern zu begreifen, dass hier, genau hier in Sachsen, das Experimentierfeld für die kommenden Entwicklungen ist, im Guten wie im Bösen. Und dass wir gemeinsam mit allen Menschen im Land an Lösungen arbeiten müssen, um diese Gesellschaft und diese Zukunft positiv zu gestalten. Eine Gesellschaft auf den Grundlagen von Solidarität und Demokratie. Eine Gesellschaft, die nicht über den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen diskutieren muss, weil sie begriffen hat, dass wir ohne Natur nicht leben können. Die politische Aufgabe heißt für uns Inklusion, heißt die Infrastruktur zu schaffen, die die politische Teilhabe sichert. Es geht darum, Solidarität wieder als Wert zu betonen, zurückzuholen und das Gemeinschaftliche in Stadt und auf dem Land deutlich zu machen. Im Interesse unserer Kinder und kommender Generationen müssen wir dafür streiten. Genau wie wir das heute deutlich gemacht haben, dass wir die CO2-Emissionen reduzieren müssen und der Kohleausstieg heute passieren muss und nicht irgendwann. Denn es ist verantwortungslos, den Menschen zu suggerieren, dass es ein kleinteiliges Weitermachen ausreicht und Klimaschutz irgendwann stattfinden kann. Der Strukturwandel findet aktuell statt. Und wenn wir ihn offensiv gestalten und die Veränderung auch als Chance begreifen und mit Mut daran gehen, können wir Arbeitsplätze auch hier sichern. Arbeitsplätze, die an der Stelle auch gut bezahlt sind. Immer mehr Menschen sind bereit, im Bereich der Landwirtschaft umzudenken, Geld auszugeben, weil sie das Tierleid als Folge der Massentierhaltung nicht mehr mittragen können und wollen. Und die Zerstörung der Kulturlandschaft durch Ackergifte als Katastrophe ansehen. Und es hilft nur wenigen Menschen in der Agrarindustrie, wenn Minister, und das ist eben auch der sächsische Landwirtschafts- und Umweltminister, die auf das Gemeinwohl verpflichtet sind, sich zum Lobbyisten gegen den Umweltschutz aufschwingen. Wir müssen deutlich machen, dass die Mobilitätsform des 21. Jahrhunderts in den Städten nicht das Auto sein kann, weil es jenseits von Dreck und Lärm auch den Platz nimmt, den es für die Stadt als lebenswerten Ort der Menschen des Austauschs braucht. Und wenn die CDU, wenn der Landrat Henrik Reichen an der Stelle sagt, dass sie jetzt den ÖPNV stärker fördern wollen, dann ist es komplett richtig, wie Katja das gemacht hat, an der Stelle Applaus zu geben und zu sagen, wir unterstützen die CDU dabei, endlich die Verkehrspolitik umzusteuern und hinzukommen zum ÖPNV, zur Anbindung aller Menschen, aber eben ohne das Auto. Wir als Grüne haben auf diese Fragen zukunftsfähige Angebote und Konzepte und wir haben Ideen. Und über diese Fragen müssen wir gemeinsam als Demokraten streiten. Das Trennende und das Verbindende bilden dabei die dialektische Grundlage. Wir müssen mehr denn je beides unterstreichen, aber vor allen Dingen auch selber leben. Genau dafür stehen wir bereit. Genau dafür brechen wir auf. Gemeinsam mit allen Menschen, die diese Gesellschaft gestalten wollen. Danke. Vielen Dank, Jürgen. Nach dem Prinzip, alle guten Dinge sind drei, verfahren wir auch bei den politischen Reden. Und als nächstes erhält das Wort der Fraktionsvorsitzende der Fraktion Bündnis 90 die Grünen im Sächsischen Landtag, Volkmar Czocke. Schwerden über die Quotierung sind an die entsprechenden Gremien zu richten. Ja, liebe Freundinnen, liebe Freunde, danke lieber Jürgen. Wenn positive Bilder von der Zukunft fehlen, dann orientieren sich die Menschen in der Vergangenheit. Und der Blick über den Sächsischen Tellerrand, ich will mal sagen, da kann natürlich auch Angst machen. Die Welt verändert sich, sie verändert sich tiefgreifend und schnell. Und das geht natürlich auch an Sachsen nicht vorbei. Es geht natürlich auch an Sachsen nicht vorbei. Wir Grünen in der Landtagsfraktion haben uns vorgenommen, positive Bilder von der Zukunft zu zeichnen. Aber eben nicht nur Bilder, sondern vor allem Lösungen. Lösungen, die eben auch im Alltag der Menschen hier in Sachsen funktionieren. Also Energieversorgung mit Erneuerbaren, die bezahlbar ist. Postfossile Mobilität. Attraktiv und dicht vernetzt. Innovative Unternehmen. In Leipzig, aber eben auch in Kleinwelka. Gute Bildung in allen Lebensphasen und Chancengleichheit vor allem. Eine zukunftsfähige Landwirtschaft, von der eben auch die Bauern leben können. Stabile Ökosysteme mit Lebensraum für Biene, für Rebhuhn und natürlich auch für den Wolf. Wir stellen unsere Lösungsvorschläge vor in den Ausschüssen, im Landtag selbst, in der Öffentlichkeit. Wir treiben die Regierung zum Handeln damit und wir vervollständigen Schritt für Schritt jetzt bis zum Ende der Legislatur unsere grünen Gesetzentwürfe, damit wir 2019 vorbereitet sind zum Umsteuern, weil wir die landespolitischen Instrumente dafür haben. Denn, liebe Freundinnen und Freunde, das ist unser Anspruch. Wir wollen nicht nur den Finger in die Wunde legen, die Probleme nicht nur benennen, sondern sie eben auch lösen. Und wir wollen auch nicht aus Verunsicherung und Ängsten politisch Kapital schlagen, wie die anderen Parteien das machen, wie auch SPD und CDU das tun, zum Beispiel in den Braunkohleregionen. Lasst euch da nicht täuschen, wenn die GroKo jetzt plötzlich von Strukturwandel redet. Da geht es nicht um den Braunkohleausstieg. Da geht es darum, Fördergelder vor Ort ausgießen zu können und dabei den Kohleausstieg immer weiter zu vertagen. Und wenn Michael Kretschmer warnt, der Lausitz drohen schwere Zeiten, dann sage ich ihm, Ja, stimmt, wegen eurer rückschrittlichen Braunkohlepolitik, die ihr macht. Weil ihr mit dieser Politik eine ganze Region, ganze Region von den Chancen der Zukunft abkoppelt. So wird Sachsen niemals Vorreiter beim Klimaschutz. Das, liebe Freundinnen und Freunde, das geht nur mit Grün. Und wir zeigen den Weg aus der fossilen Sackgasse. Und wir schaffen die Rahmenbedingungen, dass niemand dabei auf der Strecke bleibt. Weil wir die Transformationen in der Energiewirtschaft, in der Industrie, im Automobilbau eben immer auch mit den sozialen Fragen verbinden, die in solchen Strukturumbrüchen beantwortet werden müssen. Aber unsere Antwort heißt eben nicht, abhängig zu machen von Hilfesystemen mit entwürdigenden Sanktionen. Unsere Antwort heißt, Menschen unterstützen. Heißt, ihre Selbstbestimmung zu stärken. Heißt, sie zu ermächtigen, sich in eigener Sache einzumischen, Barrieren abzubauen, Teilhabe zu ermöglichen. Und diese Fragen versuchen wir sehr konkret zu beantworten in der Landtagsfraktion. Egal, ob es um den sich verändernden Arbeitsmarkt geht, um den Wandel der Familienformen in unserer Gesellschaft, um Pflege, um Integration, auch um die Fachkräftennot in den sozialen Berufen, die ja überall in Sachsen immer spürbarer wird. Auch um die Armutsentwicklung, auch um bezahlbares Wohnen. Denn die besten Zukunftslösungen, liebe Freundinnen und Freunde, tragen nicht, wenn es uns nicht gelingt, die sozialen Fragen zu beantworten. Wenn es nicht gelingt, Würde, Respekt und Solidarität in unserer Gesellschaft zu verteidigen. Liebe Freundinnen, liebe Freunde, seit 2014 schafft es die Sächsische Koalition, ihre Ankündigungen und ihre Vorhaben immer wieder neu zu verpacken, immer wieder neu zu verkaufen. Da gibt es Maßnahmenpakete, da gibt es Absichtserklärungen, ein 100-Tage-Programm, ein Masterplan ländlicher Raum. Da gibt es immer wieder was zu berichten, immer wieder haben die Medien was zu schreiben und immer wieder müssen wir offenlegen, dass es eben allzu oft leere Ankündigungen sind. Und auch das neue Kabinett von Herrn Kretschmer ist bisher nicht über den Ankündigungsmodus hinausgekommen. Ich muss das mal so deutlich sagen. Als Herr Kretschmer seinen, wie er sagt, sehr konkreten Plan für Sachsen vorgestellt hat, da blieb er eben sehr unkonkret. Lediglich beim Lehrerpaket scheint die Entscheidungsblockade der Koalition jetzt beendet. Aber ihr könnt euch darauf verlassen. Wir werden sehr, sehr kritisch begleiten, wie dieses Paket jetzt umgesetzt wird. Und leider dominiert diese wissentlich, seit Jahren wissentlich herbeigeführte Lehrerkrise, die Bildungsdebatte wie keine andere. Die großen Herausforderungen, die es im Bildungsbereich gibt, Inklusion, Digitalisierung, die frühkindliche Bildung, die werden durch diese dominierende Debatte in den Hintergrund gedrängt. Und das, liebe Freundinnen und Freunde, das können wir denen doch nicht durchgehen lassen. Es ist doch ein Witz, dass die großartig angekündigten Verbesserungen in der frühkindlichen Bildung jetzt in eine Elternbefragung verschoben werden. Da frage ich mich ernsthaft, wie lange das Martin Dulig hier noch mitmachen will. Ihr könnt euch vielleicht erinnern, seine tolle Idee 2014, die Worte bessere Kitas in Stein zu meißeln. Diese Idee droht sich immer mehr zur Sprücheklopferei zu entwickeln. Und wir lassen ihm auch seine ständigen Bekenntnisse zum ÖPNV nicht durchgehen. Eine Strategiekommission macht doch keinen Sinn, wenn dann daraus nichts folgt. Also Sachsenticket, Radwegenetze, Plusbusse, da gibt es schon wieder ganz viele Sprechblasen, ganz viele Ankündigungen, aber extra Geld gibt es wieder nur für den Straßenbau. Und auch die Erwartungen der vielen behinderten Menschen in unserem Land werden von dieser Koalition enttäuscht. Und da kann auch ein inklusiver Neujahrsempfang vom Ministerpräsidenten nicht darüber hinwegtäuschen. Das Bundesteilhabegesetz, was ab 01.01. dieses Jahres in Kraft ist, hat einen Paradigmenwechsel versprochen. Doch in Sachsen droht wieder alles beim Alten zu bleiben. Und dieses ewige Aussitzen und Verwalten von Problemen, das höhlt das Vertrauen in demokratische Prozesse aus. Und da, liebe Freundinnen, liebe Freunde, können wir anknüpfen an die rebellische Energie von 1989. Lasst uns die Menschen wieder anstiften, sich einzumischen. Lasst uns Aufruhr anstiften für Demokratie und Mitmenschlichkeit. Vor uns liegen, die Vorredner haben es gesagt, vor uns liegen harte Wahlkämpfe. Und da geht es bei Weitem nicht nur darum, unsere Mandate in den Kommunalparlamenten zu verteidigen oder in den Landtag wieder einzuziehen. Es geht um ganz grundsätzliche Weichenstellungen in unserem Bundesland und Richtungsentscheidungen. Wir Abgeordnete und das Team der Fraktion stehen bereit mit Expertise, mit Energie und mit Empathie. Und wir wollen mit euch gemeinsam in diese Auseinandersetzung gehen. Vielen Dank. Vielen Dank, Volkmar. Noch der Hinweis, wenn ihr hier oben redet, ihr seht, das ist nicht ganz so einfach mit der Mikrofoneinstellung. Entweder ihr nehmt es wie jetzt die bisherigen Redner, Tatsache alles männlich, in die Hand. Oder ihr versucht euch das so zu basteln, dass es ungefähr auf der Höhe eures Mundes ist. Sonst versteht man euch wirklich schlecht im Saal. Das nur als Hinweis für das andere Verfahren. Und ich habe hier offensichtlich immer wieder Aussetzer drin. Ich hoffe, das kriegen wir noch geregelt. Liebe Freunde und Freunde, wir sind damit am Ende des Tagesordnungspunktes. Dass zwei politische Reden und Berichte, da Aussprachen hier nicht vorgesehen sind. Entsprechend der leicht modifizierten Tagesordnung würde ich zurück zum Tagesordnungspunkt 1 Formalia kommen. Und wir hatten ja vorhin schon auf die bestehende Wahlordnung verwiesen. Es liegt euch ein Änderungsantrag zu selbiger Wahlordnung als W01 vorgelegt durch den Landesvorstand vor. Hier geht es um die Möglichkeit der Implementierung des elektronischen Auszählverfahrens am morgigen Tag. Das wir bisher nicht in der Geschäftsordnung geregelt haben. Damit das dann erfolgt, hat der LAFO einen entsprechenden Antrag eingebracht. Und ich bitte Jürgen Kasek um die entsprechende Einbringung. Anschließend ist eine Aussprache mit bis zu drei Redebeiträgen vorgesehen. Und schon mal die gute Nachricht, hier liegen keine Änderungsanträge vor. Lieber Jürgen, du hast jetzt fünf Minuten Zeit. Und ab jetzt beginnen wir hier oben auch zu stoppen. Und Markus beginnt böse zu gucken, wenn die Redezeit abläuft. Sehr gut. Es geht bei dem Antrag W01 um die Änderung der Wahlordnung und damit um etwas ganz Grundlegendes an der Stelle. Ich versuche euch jetzt für diesen Punkt tatsächlich zu begeistern. Denn bei Monika ist der Funke sofort angekommen. Wir hatten beim letzten Mal ja die Situation, dass wir sehr, sehr viele Wahlen hatten. Das hat sich lange hingezogen. Und vor allen Dingen beschäftigt das dann auch immer die Wahlkommission, die sehr lange per Handarbeit dann das Ganze auszählen muss. Und immer überprüfen muss, ob das Ganze geht. Und der Landesvorstand hat nachgedacht und mit dem Parteirat diskutiert. Wir können das anders machen. Ist das im 21. Jahrhundert eigentlich noch zeitgemäß? Daniel würde jetzt sagen, nein. Und er hat recht. Also haben wir gesagt, wir wollen an der Stelle ein elektronisches Abstimmungssystem einführen. Und das haben wir schon, als wir die Landesliste 2013 aufgestellt, 2014 aufgestellt haben, haben wir das schon genutzt. Und an der Stelle müssen wir jetzt nachziehen. Und die Grundlage für das, was wir morgen machen wollen, nämlich den Landesvorstand, Landesparteirat mit Hilfe von elektronischen Abstimmungsmitteln zu wählen, schaffen, indem wir die Wahlordnung entsprechend ändern und dort die Grundlagen reinschreiben. Und viel mehr muss man dazu eigentlich nicht sagen und wissen, denn alles andere steht in dem Antrag drin. Und ich will die Redezeit auch nicht ausschöpfen. Seid mutig, seid digital, stimmt dieser Wahlordnung zu und zeigt, dass wir Grünen die digitale Partei in Sachsen sind. Vielen Dank. Ach, und bitte Twitter nicht vergessen, Hashtag ist LDKSN18. Danke. Vielen Dank, Jürgen, für die Einbringung. Wir haben jetzt hier nicht feststellen können, dass es ein Regenanlauf in Richtung der Urnen gibt. Jetzt probiere ich nochmal. Ja, wir haben zumindest festgestellt, dass zwei Mikros sich hier oben nicht vertragen. Das ist hoffentlich jetzt alle wieder wach. Es ist auch bisher niemand weiter hier vorgelaufen, um sich einzuwerfen. Damit kann ich nicht erkennen, dass es Redebeiträge gibt. Wir sparen uns jetzt in die Urne zu gucken, weil wieder das Tätel da reinkommen sollte. Wäre dann ein Rätsel, das auch nicht mit Digitalisierung zu erklären wäre. Und daher gehen wir damit, weil keine Änderungsanträge vorliegen, in die Abstimmung des entsprechenden Antrags W01. Wer der entsprechenden Änderung der Wahlordnung seine Zustimmung geben möchte, den bitte ich um das Handzeichen. Vielen Dank, die Gegenstimmen. Bei zwei Enthaltungen und keinen Gegenstimmen, soweit wir das hier oben überblicken können, ist diese Änderung der Wahlordnung angenommen. Und sie tritt auch mit sofortiger Wirkung in Kraft. Ich höre hier einen Stein des Schatzmeisters plumpsen, weil dieses System für morgen war ja schon bestellt und bezahlt. Jetzt können wir es sagen. So, wir werden morgen also mit dem Oberwahrscheinlichkeit, mit dem elektronischen Wahlsystem wählen, sofern ihr dem noch zustimmt dann. Das machen wir allerdings morgen früh. Damit beende ich auch den Tagesordnungspunkt Formalia und wir treten über den Tagesordnungspunkt 3. Dazu werden wir hier oben einen Wechsel im Präsidium vornehmen. Ich bitte die entsprechenden Präsidiumsmitglieder nach oben und es kann sich auch dann von mal entsprechend der Einbringende, beziehungsweise im konkreten Fall dann der Einbringende des Landwirtschaftsantrags bereithalten, bis ihn dann gleich das Präsidium aufrufen wird. Erstmal von unserer Seite vielen Dank und das andere Präsidium setzt jetzt fort. Dafür nicht. So, kann man mich hören? Anscheinend nicht? Doch. Es ist leise. Jetzt besser. Ich muss mich noch dran gewöhnen. Eine Vorankündigung, wir werden hier im Präsidium auch gleich dafür sorgen, dass nicht immer nur ein Mann hier am Mikro sitzt. Das haben wir schon besprochen. Aber ich fange jetzt mal, aus irgendwelchen Gründen fange ich trotzdem mit der Landwirtschaft an. Wir kommen zum Tagesordnungspunkt 3. Dazu liegt der Antrag L01 Sachsens Landwirtschaft unabhängig von Pestiziden machen Glyphosatausstieg jetzt des Landesvorstandes vor. Für die allgemeine Ansprache sind zwei gesetzte und vier geloste Redebeiträge vorgesehen. Außerdem ist eine Gastrede von Dr. David Grewe vom BUND, den wir heute schon kennengelernt haben, vorgesehen. Ihr könnt dann jetzt gleich auch eure Wortmeldung einwerfen. Dafür werbe ich schon mal. Und den Antrag bringt ein Jürgen Kasek vom Landesvorstand. Landesvorstand. Immer noch. Liebe Freundinnen und Freunde, versprochen, morgen früh kommen ausschließlich Frauen. Liebe Freundinnen und Freunde, die Landwirtschaft steckt in der Krise. Und das nicht nur in Sachsen favorisierte, das nicht nur in Sachsen vom zuständigen Ministerium favorisierte Prinzip Wachsen oder Weichen hat in den letzten Jahren den gesamten landwirtschaftlichen Sektor sozial und wirtschaftlich zu einem Pflegefall gemacht. Die Arbeitsbedingungen sind in der konventionellen Landwirtschaft der Natur entfremdet und haben industriellen Charakter. Vor dem Hintergrund der aktuellen EU-Agrarpolitik und der aktuellen globalen Handelsbedingungen bleibt dem einzelnen Landwirt auch kaum die Chance, anderen Kriterien einen höheren Stellenwert einzuräumen. Robert hat das vorhin gesagt. Es ist das System. Das hat dazu geführt, dass die langfristige ökologische Verträglichkeit der praktizierten Bewirtschaftung aus dem Blickwinkel geraten ist. Neben der Belastung des Trinkwassers mit Nitrat und Bioziden ist die Bodenverdichtung eines der großen Probleme, welches sich aus dieser einseitigen Quantitätsorientierung in den Industrieländern ergibt. Das Bild des Landwirts als freiem Unternehmer entspricht schon nicht dem von Betriebsmittelpreisen, Marktpreisen, globalen Handelszwängen und staatlichen Subventionen abhängigen Bauern, der zudem noch um soziale und ökologische Anerkennung in dieser Gesellschaft kämpfen muss. Die aktuelle konventionelle Landwirtschaft bietet kaum noch attraktive Arbeitsplätze oder Einkommensmöglichkeiten und entsprechend kaum Zukunftsperspektiven. Der ökologische Landbau zeigt seit Jahrzehnten in der Praxis und in den letzten zehn Jahren mehr und mehr durch Forschungsergebnisse untermauert, dass es auch anders gehen kann. Und genau dafür streiten wir. Gerade erst wurde nachgewiesen, dass kleinere Höfe umweltverträglicher sind als Großanlagen. Genau deswegen streiten wir doch für eine ökologisch nachhaltige Landwirtschaft, die nicht auf Masse, sondern auf Qualität ausgerichtet ist und unsere Lebensgrundlagen damit nicht zerstört. Und genau aus diesen Gründen müssen wir auch den Austausch mit den Landwirten suchen und mit ihnen gemeinsam für eine andere Landwirtschaft streiten. Neben dem Problem der Verdrängung der bäuerlichen Landwirtschaft ist insbesondere der konventionelle Pflanzenanbau eine Gefahr für unsere Lebensgrundlagen. Die Studien, dass wir einen Rückgang von mehr als 80 Prozent der Biomasse bei Insekten haben, sind mehr als alarmierend. Sie sind katastrophal für unsere aller Zukunft. Doch wie Sie hören, hören Sie in Sachsen nichts. Stellenweise sogar gar nichts. Keine Reaktion vom zuständigen Ministerium. Offenbar werden dort Insekten nicht mehr wahrgenommen. Beim konventionellen Pflanzenbau kommt zur Düngung fossile und synthetische Düngemittel sowie Mist und Gülle zum Einsatz. Mit all ihren schädlichen Folgen, wie hoher Energieverbrauch, Nitratauswaschung ins Grund- und Oberflächenwasser durch Überdüngung, Trinkwasserbelastung, durch Antibiotika, resistente Keime, belastete Feldfrüchte und ein gestörtes Bodenleben. Der oftmals praktizierte Anbau in Monokultur und das häufige Befahren der Fläche mit großen Maschinen führen zu einem geringeren Humusgehalt, zu Bodenverdichtung und die Folge davon ist die Erosion. Gifte kommen zum Einsatz, die in ihrer Gesamtheit Pestizide oder beschönigend als Pflanzenschutzmittel bezeichnet werden. Je nach Untergruppe wirken sie beispielsweise als Herbizide gegen unerwünschte Pflanzen, als Fungizide gegen Pilze oder als Rodentizide gegen Nagetiere. Zahlreiche Insekten kommen durch Insektizide ums Leben. Durch Insektizide der Gruppe der Neonicotine, über die viel gesprochen wird, werden auch Wildbienen und Schmetterlinge dezimiert, worum es wiederum zu einem Bestäubungsdefizit kommt. Auch durch das Vernichten der Beikräuter wird ihnen die Nahrungsgrundlage entzogen. Die durch die konventionelle Landwirtschaft forcierte Artenarmut bei Pflanzen, Pilzen, Insekten und Kleintieren wirkt sich letztlich auf die komplette Nahrungskette negativ aus und schafft darüber hinaus multiresistente Keime und Pflanzen, sodass der Einsatz der Mittel gesteigert werden muss und der Raubbau weitergeht. Und wer, wenn nicht wir, liebe Freunde, steht an der Seite der Insekten und Bienen, um diese gemeinsam zu schützen? Katrin Göring-Eckardt hat das gesagt, wir sind die Stimme der Bienen in der Politik. Wenn wir über Landwirtschaft reden, müssen wir dabei auch über die Tierhaltung reden. Auch hier zwingt die aktuelle Politik des Landes zu immer größeren Tierbeständen. Gerade mal ein Dutzend Unternehmen haben den Tierzuchtmarkt inzwischen unter sich aufgeteilt. Die Tiere werden durch züchterische Auswahl und Missachtung ihrer Bedürfnisse in den auf Profitmaximierung ausgelegten Haltungsformen in der Massentierhaltung angepasst. Robert hat es ja vorhin geschildert. Die hiesigen Gülleüberschüsse mit all ihren Medikamentrückständen und Krankheitserregern müssen wiederum entsorgt werden, was zur Überdüngung betriebseigner Flächen führt. Da meist nicht genügend Flächen vorhanden sind, müssen noch weitere Felder und Wiesen dazu gepachtet werden. Überdüngte Wiesen weisen wiederum eine gereingere Artenvielfalt auf. Die dadurch bedingte hohe Nitratbelastung des Grundwassers sorgt dafür, dass die Wasserversorgung immer größere Probleme hat, Trinkwasser adäquat aufzubreiten. Trinkwasser ist im letzten Jahr in etlichen Regionen Deutschlands spürbar deutlich geworden. Und das müssen wir doch deutlich machen. Wir müssen deutlich machen, wohin diese Landwirtschaft führt, nämlich in den totalen Kollaps. Die Landwirtschaft trägt darüber hinaus maßgeblich zur Emissionen klimaschädlicher Gase bei. Dafür verantwortlich sind vor allem Methanemissionen aus der Tierhaltung, das Ausbringen von Wirtschaftsdünger sowie Lachgasemissionen aus landwirtschaftlich genutzten Böden als Volk der Stickstoffdüngung. Die Treibhausgasemissionen aus der Landwirtschaft für das Jahr 2016 belaufen sich auf 66,8 Millionen Tonnen CO2. Damit gerät auch das Ziel, die Treibhausgasemissionen in Deutschland zu senken, immer mehr außer Reichweite. Und auch diese Probleme müssen wir angeben. Auch hier müssen wir als Grüne deutlich machen, denn viele Menschen sind hier bereit, mit uns gemeinsam umzusteuern, hin zu einer anderen Landwirtschaft. Was wir heute mit unserem Antrag klar sagen, ich komme zum Ende, dass wir die sächsische Landwirtschaft unabhängig von Pestiziden machen wollen, gehen wir den ersten notwendigen Schritt zu einer ökologisch nachhaltigen Landwirtschaft, die die natürlichen Lebensgrundlagen erhält. Wir sagen damit Ja zu Trinkwasserschutz durch Wegfall von Bioziden und Dünger. Wir sagen Ja zur Erhaltung und Unterstützung der Artenvielfalt in der Landschaft, so wie im Bereich der Nutzfalten. Wir sagen Ja zu einer vielfältigen Agrarlandschaft. Und wir sagen Ja zur Vermeidung von Bodenerosion und Verdichtung und damit zur Erhaltung der Nahrungsgrundlage Boden. Durch eine ökologische Landwirtschaft ohne den Einsatz von Pestiziden werden jedoch nicht nur die Folgekosten von intensiven Kosten gesenkt, sondern durch den behörigen Bedarf an Arbeitskräften und die Verarbeitungsgrundsätze bietet der ökologische Landbau auch Beschäftigungs- und Entwicklungsperspektiven im ländlichen Raum. Kommst du bitte zum Schluss. Dafür streiten wir, das machen wir in unserem Antrag deutlich und dafür bitte ich euch um Zustimmung. Danke. Vielen Dank Jürgen und jetzt geben wir wieder Dr. David Grewe das Wort als Gast und dann werden wir schon mal die ersten beiden gelosten Redebeiträge ziehen. Hallo, ich nehme das mal wieder in die Hand. Vorhin haben Sie mich als Kohlekampaigner kennengelernt und jetzt stehe ich hier als der Agrarexperte. Das ist vielleicht das Schicksal der Landesgeschäftsführer oder der Landesvorsitzende, dass Sie zu jedem Thema etwas sagen sollen. Und so sage ich euch jetzt auch etwas zum Thema Landwirtschaft, denn wir vom BUND, wir freuen uns, dass ihr heute dieses Thema hier auf der Agenda habt. Denn wir haben letzte Woche unsere Landesdelegiertenversammlung gehabt und dort einen Leitantrag zum Thema Landwirtschaft verabschiedet mit großer Mehrheit. Einfach weil wir der Meinung waren, es ist jetzt an der Zeit, dass es hier eine Agrarwende geben muss und dass wir uns nicht darauf verlassen können, dass es auf Bundesebene eine Agrarwende gibt, sondern wir müssen auch in Sachsen eine Agrarwende einführen. Auch wenn wir einen Landwirtschafts- und Umweltminister haben, der das bislang immer noch nicht wahrhaben will und eigentlich immer eher als Landwirtschaftsminister der konventionellen Landwirtschaft agiert und wenig als Umweltminister und wenig als Landwirtschaftsminister des ökologischen Landbaus. Wir wissen alle, der Jürgen hat es eben dargestellt, warum müssen wir eigentlich über die Landwirtschaft sprechen, was sind denn die Probleme? Die Landwirtschaft hat eine zentrale Rolle, zentrale Auswirkungen auf unsere Ökosysteme weltweit. Die Biodiversität wird durch die Landwirtschaft enorm eingeschränkt. Wir haben das Problem der Böden, Jürgen hat es eben dargestellt, wir haben eine Verdichtung, eine Verarmung der Böden, eine Degradierung der Böden. Darüber müssen wir uns Gedanken machen. Das Wasser, unser täglich Trinkwasser, aber auch das Wasser in unseren Oberflächengewässern wird durch das Agrarsystem bedroht. Jürgen hat es eben dargestellt, in welcher Form, allein dadurch, dass unendlich viel Gülle auf die Felder kommt, haben wir einen hohen Nitrateintrag in unser Grundwasser und viele, viele Trinkwasserbrunnen haben inzwischen zu hohe Grenzwertüberschreitungen beim Nitrat, sodass eben aus anderen Regionen noch sauberes, in Anführungszeichen, Wasser zugeführt werden muss. Wir müssen die Phosphor- und Stickstoffkreisläufe schließen und nicht zuletzt ist natürlich die Landwirtschaft ein großes Problem auch für unser Klima. Selbst wenn wir alle anderen CO2-Emittenten oder Emittenten von klimawandelrelevanten Gasen ausschließen würden, würden wir die Klimaziele von Paris nicht schaffen, wenn wir nicht auch in der Landwirtschaft was machen. Also es heißt, nicht nur Kohlekraftwerke abschalten, sondern auch im Landwirtschaftssektor etwas zu ändern. Deshalb brauchen wir jetzt eine Agrarwende, auch in Sachsen und natürlich auf der Bundesebene und es ist hier schon heute viel über die große, neue große Koalition geredet worden und wir haben einige winzige, winzige Ansätze ja schon zu einer Agrarwende in diesem neuen Koalitionsvertrag drin. Warten wir mal, ob aus diesen Ansätzen irgendetwas wird oder ob da etwas reingeschrieben würde, denn auch das haben wir ja vorhin häufig gehört, auch im Koalitionsvertrag der aktuellen Regierung hier in Sachsen steht ja vieles drin, was dann im Wesentlichen mit beschriebenen Papieren, aber nicht mit Handlungen geendet hat. Wir haben zwölf Punkte aufgestellt, die uns wichtig sind. Glyphosat und Neonix müssen kurzfristig von den Äckern verschwinden und das gilt auch für alle anderen industriellen Pestizide, für die wir gesagt haben, 20 Jahre ist die Grenze, dann muss das Zeug weg sein. Und sollte das nicht auf Bundesebene durchgesetzt werden, dann muss eben Sachsen hier einen Alleingang wagen, denn auch das ist möglich. Die Landwirtschaft in Sachsen muss gentechnikfrei bleiben, auch das ist uns wichtig. Und wir müssen europäische und internationale Umweltziele anerkennen, das heißt, wir müssen uns hier in Sachsen auch zu den Pariser Klimaverträgen bekennen. Es gibt eine internationale Biodiversitätskonvention, an die wir uns auch hier in Sachsen halten müssen und die Biodiversitätsstrategie, die der Freistaat dazu aufgestellt hat, ist kaum das Papier wert, auf das es geschrieben ist. Mit dem Ökolandbau müssen wir raus aus der Nische. Das geht durch beispielsweise deutlich höhere Fördersätze oder auch die Vergabe von Pachtflächen des Freistaats nur oder größtenteils an ökologisch wirtschaftende Betriebe. Wir brauchen einen besseren Schutz und eine Stärkung der Kohlenstoffspeicher. Wir dürfen also nicht mehr Moore umflügen, um dort Felder drauf anzulegen, sondern wir müssen Moore erhalten und im Gegenteil, wir müssen sogar neue wiedervernässen, um zum Beispiel Moore zu Kohlenstoffspeichern zu machen. Die Energiewende muss sich konzentrieren auf eine Etablierung von Wind und Sonne und auf Effizienz und Suffizienz. Wir dürfen nicht Bioenergie auf unseren Feldern anbauen, das kann nicht der Weg sein, sondern Bioenergie kann nur in der Reststoffverwertung verwendet werden. Denn ansonsten bitte auf andere Wege und der wichtigste ist tatsächlich Effizienz und Suffizienz, also das Einsparen des Energieverbrauchs. 2020 steht eine Reform der EU-Agrarsubventionen an und wir müssen uns hier oder Sachsen muss sich dafür stark machen, dass das öffentliche Geld, die öffentlichen Gelder verstärkt in Ökoleistungen fließen und nicht wie bisher in die konventionelle Landwirtschaft. Für unsere Agrarstruktur bedenkliche Entwicklungen beim Boden-Eigentum müssen angegangen und möglichst gestoppt werden. Es ist ein Unding, dass ein Jungbauer oder kleinere Agrarbetriebe keine Möglichkeiten mehr haben, an Böden heranzukommen, weil die Agrarpreise einfach durch die Decke gehen. Das muss auch enden und hierzu gibt es Möglichkeiten. Wir müssen bei der Billigfleischproduktion hinschauen. Wir müssen das mit Auflagen versehen, um Anwohnerinnen und Anwohner, Umwelt und Verbraucherinnen zu schützen. Dann verlangen wir eine konsequente Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie. Ihr wisst wahrscheinlich, 2015 wurde das erste Mal geschaut, wie sieht es eigentlich aus mit der Wasserrahmenrichtlinie in Sachsen. Eigentlich hätten alle Gewässer einen guten ökologischen Zustand haben müssen. Vier Prozent haben es geschafft. Und schuld daran ist unter anderem die Landwirtschaft, die in enormen Mengen Nitrate in unser Grundwasser, aber auch in die Oberflächenwässer entlässt. 2018 ist ein wichtiges Jahr für die Wasserrahmenrichtlinie. Das sei gesagt, weil auf EU-Ebene gibt es Überlegungen, die Wasserrahmenrichtlinie aufzuweichen. Und zwar, weil EU-weit die Bedingungen der Wasserrahmenrichtlinie nicht geschafft werden und man jetzt überlegt, die Standards einfach niedriger zu setzen, weil dann könnte man vielleicht die Ziele erreichen, die dann mit den niedrigeren Standards verbunden sind. Wir werden dazu eine Kampagne machen als BUND. Ich bitte euch alle, euch daran zu beteiligen mit Stellungnahmen, damit das in diesem Jahr nicht passiert. Nötigt ist eine konsequente und unverzügliche Ausrichtung der Verwaltung, der Ministerien und der staatlichen Organe auf eine Vorbildrolle in Ernährungsfragen. Wir stellen uns zum Beispiel vor, dass man fleischärmer in Kantinen in Ministerien essen könnte und dass eigentlich nur noch Bio-Essen im Angebot sein sollte. Und wir treten ein gegen die bloße Verlagerung der Probleme, die wir hier haben in andere Länder, wobei natürlich in erster Linie Länder im globalen Süden gemeint sind, die am meisten unter unserem Lebensstil zu leiden haben. Das Fazit, wir haben viel zu tun und der Freistaat muss unheimlich viel anpacken, um eine Agrarwende auch hier hinzukriegen. Ich möchte hier an eine Forderung aus Bonn von der COP23 anschließen. Dort haben wir immer gesprochen über Klimagerechtigkeit. Wir brauchen aber auch so etwas wie eine Agrargerechtigkeit, denn auch so wie wir jetzt wirtschaften, so wie wir unser Agrarsystem aufgezogen haben, mag es für uns einigermaßen gerecht sein, aber der Robert Habeck hat es gesagt, für die Landwirte ist es keineswegs gerecht und für die Menschen im globalen Süden auf gar keinen Fall. Und wie ist das eigentlich mit unseren Kindern oder deren Kindeskindern, wenn ich sage, wir laugen unsere Böden aus oder wir verseuchen unser Wasser, wie geht es eigentlich für die weiter, was ist der Weg für sie? Ich nenne ein paar Beispiele. Wenn wir Gerechtigkeit für den globalen Süden wollen, dann müssen wir zum Beispiel an die Fleischwirtschaft denken. Denn die Rinderschweine, die bei uns hier sind, die werden ja am wenigsten noch durch die Lebensmittel oder durch die Agrarprodukte ernährt, die hier produziert werden, sondern im globalen Süden produzieren wir Soja, das hier unsere Schweine und Kühe fressen. Das heißt, im globalen Süden, dort werden Regenwälder gerodet, damit dort Sojafelder angelegt werden können. Im globalen Süden nehmen wir den Kleinbauern indirekt den Boden weg, den Sie nicht mehr mit Ihren Lebensmitteln bestellen können, weil dort Großagrarier Soja anbauen. Das darf nicht sein. Die degradierten Böden habe ich genannt, die belasteten Gewässer habe ich auch genannt. Beim Klima will ich es nochmal sagen, wie wichtig es ist, dass wir die Agrarwende auch schaffen, allein wegen des Klimaschutzes, denn wir schaffen es nicht nur über das Abschalten von Kohlekraftwerken oder über eine Verkehrswende, die Ihnen weggehen muss von den kohlenstoffbetriebenen Fahrzeugen, sondern wir müssen auch hier im Agrarbereich etwas tun. Deshalb begrüßen wir als BUND, wenn ihr heute hier einem Agrarantrag zustimmt, der anstoßen soll, dass es auch eine Agrarwende in Sachsen gibt. Das finden wir sehr gut, wir freuen uns darüber, dass ihr das macht. Danke. Ich hoffe, dass wir da Hand in Hand gehen können in diesem Jahr und in den nächsten Jahren. Ich wünsche euch, dass euch Grünen in diesem Jahr und Anfang nächstes Jahres noch eine gute Rolle in der Opposition hier in Sachsen und ich wünsche euch vor allem eine super Wahl 2019, denn das haben wir heute hier schon mehrfach gehört, sei es von Jürgen oder von Robert Habeck. Ich glaube, wir müssen uns hier warm anziehen in Sachsen und ich bin froh, wenn es euch hier gibt und wenn es euch nächstes Jahr auch mit größerer Stärke auch noch gibt. Danke. Vielen Dank. Und wir kommen zu den ersten beiden gelosten Wortbeiträgen und der erste ist von Anna Kaleri aus dem KV Leipzig. Und an der Stelle mal die Bitte, bitte beachtet die Symbole, das mit dem Pfeil ist für männliche Beiträge, das mit dem Kreuz für weibliche, das betrifft jetzt nicht Anna, aber wir mussten einmal neu losen, hat was mit Speer und Schild des Mars und dem Spiegel der Venus zu tun, fragwürdige Symbolik ist klar, aber trotzdem ist es halt so, also das macht es uns auch ein bisschen einfacher. Anna hat das Wort und bereit macht sich bitte Andreas Trautmann aus dem KV Zwickau. Drei Minuten. Ja, liebe Freundinnen und Freunde, mein Name ist Anna Kaleri, ich bin vom KV Leipzig und Mitglied der LAG Kultur, von Beruf her Autorin und Journalistin. Wenn ich aus dem Kulturbereich komme, was habe ich dann mit diesem Landwirtschaftsantrag zu tun? Ich denke, es hat auch was mit einem Teilbereich der Kultur zu tun, nämlich der Gesprächskultur und darauf würde ich gerne ein wenig eingehen mit ein paar Danken. Ich bin überzeugt, dass wir in diesem in Teilen sehr rückschrittlichen Sachsen nach ganz vorn kommen können, mit grünen Ideen und ein fortschrittliches Land gestalten können mit den Menschen, die hier leben. Und die Stellschräubchen dazu nenne ich bewusst Schräubchen, weil ich denke, vielleicht sind es manchmal kleine Sachen, die eine große Wirkung haben und speziell denke ich da an das Thema Kommunikation. Die Ökologisierung unserer Landwirtschaft ist ein urgrünes Thema und gleichzeitig auch großes Problemfeld. Nach meiner Beobachtung aus Gesprächen, die ich aus Neugier mit Landwirten und vor allem auch Milchbauern immer wieder führe, hat sich ergeben, dass dort sehr viele grünnahe Einstellungen herrschen, zum Teil aber auch eine große Verärgerung. Das kriegt man auch manchmal auf Facebook mit, wenn dann irgendwelche Landwirte dort bei den Bundesgrünen kommentieren, wie groß der Ärger ist. Und wenn man dem versucht, auf den Grund zu gehen, hängt das oft damit zusammen, dass sich Landwirte von oben herab abgecancelt fühlen und dass Gesetze über ihre Köpfe hinweg gemacht werden, ohne dass man das Gespräch mit denen sucht, die sie dann am Ende auch betreffen. Ja, ich habe mich gefragt in Vorbereitung auf diese LDK, ob ich irgendwas Kleines beitragen kann, um die Kommunikation zwischen Landwirten und Grünen zu verbessern. Ich habe eine Mini-Umfrage gemacht mit vier Landwirten, die ich zum Teil schon kannte. Die hängt draußen im Foyer, das sind diese Blätter an dem grünen Faden. Bei den Landwirten war ein breiteres Spektrum, also eins ist ein Familienbetrieb mit 64 Hektar, eins ist ein Großbetrieb mit 2400 Hektar, wo dann eben nicht eine Familie dranhängt, sondern 40 Familieneinkommen. Und das reichte vom Agraringenieur, der seit 30 Jahren tätig ist, bis hin zu einem ganz frisch vom Studium kommenden Agraringenieur. Und es waren verschiedene Bundesländer, es war von Sachsen das Vogtland dabei, war meine Redezeit, okay. Die Themen, die ich rausgehört habe, sind, dass ihnen zu wenig Wertschätzung zukommt, weil Landwirte sind immerhin die Menschen, die für unser täglich Brot sorgen. Und sie bekommen von allen Seiten Vorwürfe und das verstärkt den Druck, unter dem sie sowieso stehen, also diesen wirtschaftlichen Druck, auch im internationalen Konkurrenzkampf. Die Landwirte treibt die Sorge um beruflichen Nachwuchs um, keiner möchte mehr so gerne in diesem Beruf arbeiten. Außerdem leiden sie unter hohen Auflagen und darunter, dass sie zum Teil mehr im Büro verbringen müssen als auf dem Feld. Kommst du bitte zum Schluss? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, also um es kurz zu machen, für mich hat sich ergeben, dass es das Bedürfnis, den Wunsch, das Interesse von Seiten der Landwirten gibt, sich gemeinsam mit uns hinzusetzen und gemeinsam Lösungen zu finden. Und ich fordere euch dazu auf, nutzt die Angebote, zum Beispiel den Tag des offenen Hofes oder ruft an, macht einen Termin, zeigt grüne Präsenz, zeigt Wertschätzung für diesen Fleiß, für die Arbeit, für die Kompetenz. Und nach diesen affirmativen Gesten, glaube ich, ist erst die Grundlage dafür, auch über kritische Themen zu sprechen, wie Glyphosat. Ich unterstütze diesen Antrag. Ja, wir müssen jetzt wirklich, wir sind schon voll drüber. Ganz kurz, warum ich ihn unterstütze? Nee, tut mir leid, du hattest drei Minuten, das waren jetzt schon vier. Ich unterstütze den Antrag in der modifizierten Form. Ich bitte um Verständnis, letztlich ist es auch eine Frage der Fairness, dass wir hier bei allen gleiche Kriterien haben. Und noch mal zur Erläuterung, wenn das Licht angeht, habt ihr noch 30 Sekunden. Wenn das Licht aus ist, ist die Redezeit wirklich um. So, und jetzt Andreas, bitte. Einen schönen guten Abend. Ich möchte mit den Worten von Franz Alt beginnen. Er hat auf einem Plakat des Deutschen Bauernverbandes gelesen, Ohne uns werden sie nicht satt. Ein Landwirt ernährt 145 Menschen pro Jahr. Darauf sind wir stolz. Wir machen Landwirtschaft echt grün. Eure Landwirte gestern, heute, morgen und immer. Ist die Landwirtschaft wirklich echt grün? Und was ist mit dem Glyphosateinsatz? Was ist mit den sinkenden Vögeln, mit den herumschwürmenden Insekten und den farbenprächtigen Schmetterlingen? Die gibt es nicht mehr. Das war einmal. Ganz Deutschland leidet unter Artensterben. Die Natur brauchte 30 Jahre, um eine neue Spezies zu schaffen. Aber wir rotten pro Tag global 150 Tier- und Pflanzenarten aus. In Deutschland ist inzwischen jede dritte Tier-, Pflanzen- oder Pilzart vom Aussterben bedroht. Dabei wissen wir, ohne Tiere und ohne Pflanzen ist ein Überleben der Menschen nicht möglich. Mit den dramatischen Artensterben sind wir die erste Generation, die Gott voll ins Handwerk furscht. Schon 1962 schrieb die US-Schriftstellerin Rachel Carson in ihren Öko-Bestseller Der Stumme Frühling Über allem liegt der Schatten des Todes. Man vernimmt nur noch Schweigen über Feldern, Sumpf und Wald. Gemeint ist hier das Pflanzenschutzmittel DDT, was in Deutschland leider erst auch 1974 verboten worden ist. Inzwischen wurde aus dem Stummen Frühling auch ein stummer Sommer. Nicht nur in den Getreidegürteln der USA, sondern auch in den Sojafeldern von Brasilien und in den Feldern der Monokulturen Europas und auch in Deutschland. 2017 wurden erstmals über eine Million Tonnen dieses Pflanzengiftes verkauft. Der große Produzent Monsanto bietet praktischerweise zugleich gentechnisch veränderte Pflanzen an, die gegen Glyphosat unempfindlich sind. So werden die Chemiebauern noch abhängiger von Monsanto und von der Leverkusener Bayer AG, die ja Monsanto übernommen hat. Nur eine Landschaft ohne Glyphosat wird das Versprechen aller Versprechen der Landwirtschaftslobby einlösen können, dass alle Menschen, auch 10 Milliarden, künftig satt werden können. Liebe Freunde und Freundinnen, bitte stimmt diesen Antrag unseres Landesverstandes zum Glyphosat-Ausstieg zu. Es muss ein Ende der Chemiebaukastenlandwirtschaft geben, für ein Überleben von Mensch und Natur. Es muss eine größere Förderung von Anbausystemen mit einer größeren Blütenvielfalt in unserer Landwirtschaft geben, über das ganze Jahr, dass Insekten genug Nahrung haben und bestäuben können. Die Auszahlung von Fördermitteln muss zukünftig an Leistungen für Umwelt- und Naturschutz und auch Klimaschutz gebunden werden. Förderforschungsgelder müssen so umgeschichtet werden, zugunsten von nicht-chemischen Alternativen. Der Ökolandbau ist in Sachsen zu fördern, auf mindestens 20 Prozent im Jahr 2030. Kommst du bitte zum Schluss? Ja, und dies ist in dem Staat, ja, und dazu muss der Staat die Möglichkeit geben, dass Klein- und Biobauern auch Land kaufen können und nicht nur die großen Finanz- und Windkraftkartelle. Aber der Ausstieg kann auch nur schrittweise erfolgen, denn auf diesem Weg müssen wir die Bauern mitnehmen und ihr Partner sein, wie es Robert vorhin schon gesagt hat. Vielen Dank. Und jetzt hat das Wort Wolfram Günther mit einem gesetzten Redebeitrag von fünf Minuten und währenddessen losen wir die beiden letzten gelosten Redebeiträge hier aus. Liebe Freundinnen und Freunde, es gibt ja immer dieses Wort von uns Grünen nach Fukushima, angeblich wären uns die Themen ausgegangen. Wir erleben immer tagtäglich genau das Gegenteil im Landtag, also auch wenn man sowas behauptet, das wird immer durch Wiederholen nicht richtiger. Und wir haben ja heute schon was zum Klimawandel gehört, der einfach dringend angepackt werden muss, wo es nicht ohne uns geht. Wir haben auch schon in den Gastbeiträgen das Thema Verkehr gehört. Auch das ist was, was nur wir Grünen bewegen. Wir sind in den Bereichen Bildung. Es gibt, ich will sie gar nicht überall aufzeigen, wo es einfach auf uns Grüne ankommt, wo man nicht den Eindruck hätte, als würde jemand anders wirklich das Thema angehen. Und genauso ist es auch im Bereich Landwirtschaft. Also wenn man sich mal kurz vergegenwärtigt, wo wir da stehen, also so nach dem Zweiten Weltkrieg gab es einen relativ großen gesellschaftlichen Konsens, das nie wieder Hunger geben soll und deswegen muss Landwirtschaft viel und billig produzieren, damit alle sicher immer satt werden. Und das fanden alle gut und das klingt ja auch erstmal sehr überzeugend. Aber genauso gab es auch die Wohlstandsverheisungen in der Industrie. Alle sollen alle Produkte bekommen und sollen am Wohlstand teilnehmen. Es gab auch diese Verheisungen in der Mobilität. Alle sollen möglichst individuell überall hinfahren können, ihr eigenes Auto haben können, frei sein. Und das klang alles richtig super. Und dann hat man schon gemerkt, in der Industrie, naja, diese Vorteile sind vielleicht auch mit ein, zwei Nachteilen verbunden. Was das nämlich teilweise für ökologische Folgen hatte. Dann auch gesellschaftliche, soziale Folgen. Leute, und da musste man eingreifen. Und dann gab es einen großen Blick auch auf die Industrie. Man hat gesagt, das kann doch nicht so weitergehen. Ihr müsst Methoden umstellen. Und da wurde gesagt, um Gottes Willen, können wir nicht machen. Dann produzieren die in anderen Ländern viel billiger. Da ist die Industrie hier tot in Deutschland. Und wo sind wir heute? Wir exportieren heute Umwelttechnik weltweit, weil wir einfach dort die Stellschrauben angezogen haben. Und auch im Verkehr haben wir das gemerkt, dass das einfach eine Sackgasse ist. Immer nur weiter motorisierter Individualverkehr, Schwerlastverkehr, nur einfach auf dem Lastwagen und nicht auf der Schiene. Wir merken, das muss man anpacken. Und jetzt auf einmal gibt es auch den Blick auf die Landwirtschaft. Man hat gemerkt, dass viel und billig eben nicht alles ist, sondern dass das oft erkauft wird für Umweltfolgen, an die man früher überhaupt nicht gedacht hat. Aber das muss einem immer wieder klar sein, wo wir herkommen. Und auch wenn wir jetzt Kritik üben an dem, wie heute Landwirtschaft praktiziert wird. Das ist also kein Ergebnis von Landwirten, die sich das ausgedacht haben. Und wo man sagen kann, ihr Landwirte, ihr macht da aber was falsch, bitte ändert euch. Sondern es ist ein gesamtes System, in dem die Landwirte arbeiten und was auf einem großen gesellschaftlichen Konsens beruht. Und auch wir selber, wir Grünen, müssen bei vielen Stellen immer ein bisschen drauf achten. Auch viele Entwicklungen. Wir sind heute immer schnell dabei, Monokulturen uns zu beschweren. Aber auch wir für die Energiewende, wo wir gesagt haben, Biogasanlagen, Mais, da waren wir dafür. Aber da hat man noch nicht gesehen, welche Folgen das haben kann. Das war auch ein Problem. Oder Bodenbearbeitung, möglichst bodenschonend. Es pflügt nicht mehr. Und das ist etwa ein Grund, und da bin wir jetzt schon langsam bei dem Antrag zu Glyphosat. Das funktioniert eben oft mit Glyphosat, einem Pestizid. Also man kann auch sagen, es ist ein chemischer Pflug, weil mir das nämlich erspart, den Boden umzuwerfen. Das, was an Unkraut da ist, aus Sicht des Landwirts wegzuackern, ich spritze es eben einfach tot. Und das sind alles Entwicklungen. Da hat man oft, man hat es gefordert, auch teilweise wir, und Landwirte haben es umgesetzt, dann gab es Förderprogramme dafür. Die ganzen Systeme wurden so aufgebaut, politische Forderungen, die haben ihre Technik darauf umgestellt in den Betrieben, und dort stehen sie heute. Und wir stellen aber fest, dass das, wo wir uns hin entwickelt haben, langsam eine Sackgasse ist. Und dieses ganze System der konventionellen Landwirtschaft, was heute darauf beruht, dass es eben vor allen Dingen mit Chemikalien funktioniert, Düngung, noch ein paar ganz anderen Themen, das ist an ein gewisses Ende gekommen. Und das merken auch Landwirte selber. Das ist nämlich so ein bisschen wie in der Medizin. Also ich kann irgendwie ein Mittel einsetzen, und wenn ich das Mittel nicht mehr gezielt einsetze, sondern zum Standard mache, dann lässt es in der Wirkung nach. Das heißt, ich muss die Dosierung ständig erhöhen. Dann mänte ich aber immer mehr genau die Resistenzen raus. Auch das erleben wir in der Landwirtschaft. Da gibt es einen Haufen auch schon Unkräuter, Insekten. Da gibt es gar kein richtiges Mittel mehr. Die vorhandenen wirken einfach nicht mehr. Und es ist auch nicht so leicht, da ständig Nachfolgeprodukte herzuholen. Also das ist ein System, das hat Jahrzehnte funktioniert, und das kommt jetzt an ein Ende. Und wir merken auch die Folgen, die das hatte, an die man vorher nicht gedacht hat. Aber natürlich auch im Zusammenhang, wie wir Flur bereinigt haben. Es sind auch ganz viele andere Punkte. Insektensterben, Artenvielfalt, die zurückgeht. In einem dramatischen Ausmaß. Die ganz genauen Zahlen haben wir ja nicht. Aber das, was man hört aus Studien, diese ungefähr 70% innerhalb weniger Jahre Insekten, die wir nicht mehr haben, die die Grundlage sind für Vögel, für weitere in der Nahrungskette Tiere, das sind doch dramatische Anzeichen. Und das hat ganz wesentlich mit der Landwirtschaft zu tun, so wie sie heute betrieben wird. Aber wie gesagt, nicht, weil Landwirte sich das so ausgedacht haben und dachten, sie machen Landschaft, Natur kaputt, sondern weil das System sie dazu gezwungen hat. Und jetzt sind wir bei Glyphosat, bei diesem einen Mittel. Natürlich, am Anfang war es so ein Heilsversprechen. Ganz billig und viel ausbringen. Und es ersetzt den Flug, hat super Vorteile, baut sich in kürzester Zeit ab, kann also nirgendwo in Stoffkreisläufe reingeraten. Es ist also nur positiv zu sehen. Und wir haben natürlich festgestellt, natürlich in Mengen, tausende Tonnen jährlich in Deutschland, die ausgebracht werden. Es ist in der Umwelt. Es ist mittlerweile in uns Menschen drin. Es ist überall. Und es hat negative Folgen, auch auf die Artenvielfalt. Und jetzt, langsam verdichten sich die Zeichen, wie bei vielen anderen Mitteln, es muss zu einem Ende kommen. Glyphosat kann man nicht verlängern. Aber die Frage ist jetzt, setzen wir deswegen jetzt auf neue Pestizide und toll, toll Cocktails. Man hat schon gesagt, das wird nicht funktionieren. Und das ist der Punkt, wo wir Grüne jetzt gefordert sind, zu sagen, nee, wir müssen aus dieser Sackgasse raus, in die die Landwirtschaft auch reingedrängt worden ist. Und vor allen Dingen müssen wir, wenn wir in der Landwirtschaft was ändern wollen, das mit den Landwirten gemeinsam machen. Und da müssen wir die nicht beschimpfen, sondern wir müssen mit denen gemeinsam einen Weg finden, wie wir aus der Sackgasse rauskommen. Und genau dazu soll dieser Antrag, den wir hier heute diskutieren, einen Beitrag leisten. Und wir sind die einzige politische Kraft, die dieses Thema ernst nimmt und die sich damit beschäftigt und solche Anträge hat. Und deswegen bitte ich euch herzlich um eure Zustimmung. Vielen Dank. Und jetzt hat das Wort Franziska Schubert aus dem KV Görlitz und bereithält sich bitte Martin Wandrai aus dem KV Dresden. Liebe Freundinnen und Freunde, zum Thema Landwirtschaft kann ich natürlich nicht schweigen. Das ist mir ein Herzensanliegen und ich möchte natürlich den Antrag in der modifizierten Form, in jeder Form auch unterstützen. Die Entwicklung von ländlichen Räumen ist untrennbar mit der Entwicklung und der Art und Weise, wie Landwirtschaft betrieben wird, verbunden. Ich möchte das ganz kurz an dem Beispiel deutlich machen, von dem ich aus der Praxis einfach was einbringen kann und das ist das Beispiel der Bienen. Es geht beim Thema Bienen, Wildbienen, Schmetterlinge nicht nur darum, dass wir über Artensterben reden, dass wir über Bestäubungsleistung reden, sondern es geht ja auch ganz konkret um das Thema lokale Wirtschaft. Wirtschaften, regionale Kreisläufe. Es ist so, dass in Sachsen die Imker Angst haben, flächendeckend ihre Honige auf Rückstände von Pestiziden prüfen zu lassen, weil sie ganz genau wissen, was dabei rauskommt und sie haben Angst, dass diese Nachweisproben dazu führen, dass sie ihren Honig nicht mehr loswerden. Das ist das eine. Das zweite ist, dass deutschlandweit kein deutscher Pollen verkauft werden kann, wie das zum Beispiel in Frankreich der Fall ist. Das sind Gesundheitsmittel, die verkauft werden. Das geht nicht, weil die Grenzwerte so hoch sind im Pollen, im Deutschen, dass hier einfach Wirtschaftskraft liegen bleibt. Das heißt, wenn wir darüber reden, über Regionalentwicklung, über das Aufbauen regionaler Wirtschaftskreisläufe und über Lokalprodukte, gesunde Lebensmittel, dann hat die Landwirtschaft ganz, ganz viel damit zu tun und hat nicht nur die Dimensionen des Naturschutzes und des Artensterbens, sondern sie hat eine harte wirtschaftliche Dimension und das möchte ich an dieser Stelle einfach sagen. Was mich in Sachsen generell ärgert, ist natürlich, wie das Geld verteilt wird und wo Prioritäten gesetzt werden. Man muss deutlich sagen, das Sächsische Ministerium für Umwelt und Landwirtschaft ist eine große Geldverwaltungsmaschine. Der größte Teil des Budgets dieses Ministeriums besteht aus EU-Mitteln. Es ist ziemlich wenig, was Sachsen aus eigenen Mitteln dort mit reingibt und ich finde, das kann so nicht bleiben. Ich finde, Grün macht hier den Unterschied, denn überall dort, wo Grün mitregiert, sieht man, wie sich die Ministerienstrukturen, die Aufgabenstrukturen dort signifikant verändern und dafür stehen wir Grüne und wir sind auch die, haben wir ja auch im letzten Plenum gemerkt, wir sind die, die tatsächlich konkrete Vorschläge machen und dem, was die Sachsen-Groko schafft, nämlich leere Versprechen, etwas entgegensetzt. Ich wünsche mir, dass wir das deutlich machen, ich wünsche mir das, was auch Wolfram Günther gerade gesagt hat, dass wir auch dahin gehen, wo es manchmal weh tut, dass wir in die Gespräche mit den Landwirten gehen und ich will noch mal darauf hinweisen, hier wächst auch eine neue Generation heran, die aufgeschlossen ist und mit denen kann man reden und mit denen sollen wir reden. Das lohnt sich und ich möchte noch mal deutlich sagen, ich bitte und werbe für Unterstützung für den modifizierten Antrag. Das ist ein Zeichen für unseren Aufbruch in 2019. Vielen Dank für dieses schöne Beispiel einer Rede von drei Minuten und jetzt hat Martin die Gelegenheit, dir nachzueifern und Tom Nehmann macht sich schon mal bereit für seinen gesetzten Redezeit. Ja, dann hoffe ich mal, dass ich das jetzt auch in etwa schaffe mit den drei Minuten. Liebe Freundinnen und Freunde, ich glaube, man muss ja an der Stelle eigentlich nicht groß Werbung für diesen Antrag machen. Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass von unserer LDK hier ein klares Zeichen ausgehen muss für eine grüne und für eine nachhaltige Landwirtschaft. Aber was mir noch mal wichtig ist zu unterstreichen und Franziska hat es gerade schon ein bisschen angeschnitten, ist die Bedeutung der Landwirtschaft für den ländlichen Raum. Die Landwirtschaft ist und bleibt immer noch einer der Eckpfeiler, der wirtschaftlichen Eckpfeiler im ländlichen Raum ist immer noch verantwortlich für eine große Zahl an Arbeitsplätzen. Und hier sehen wir auch, dass die vorangetriebene Industrialisierung der Landwirtschaft, wie wir sie hier erleben, wie wir sie hier schon länger erleben im Osten, wie wir sie aber auch überall anders in Deutschland erleben, dass die Zahl der Betriebe sinkt und mit der Zahl der Betriebe steigt die Intensivität der Bewirtschaftung und sinkt die Zahl der Beschäftigten und die Zahl der Menschen, die eine Lebensperspektive in der Landwirtschaft haben. Also ich habe es selber erlebt, ich komme halt irgendwie aus einer Familie, wo fast alle in der Landwirtschaft tätig sind und man sieht, wie die Basis im ländlichen Raum mit der Landwirtschaft erodiert. Und ich glaube, für die grünen Landwirtschaft ist der Antrag, den wir haben, echt ein guter Auftakt, auch für uns, für das nächste Wahlkampfjahr 2019. Aber ich glaube, es war vielleicht ein bisschen eine Sturzgeburt, dieser Antrag, wie wir es hier erlebt haben, wie er in die Welt kam. Und ich denke, für unseren Programmprozess dann in diesem Jahr und für unser Landtagswahlprogramm, da müssen wir noch an einigen Stellen ein bisschen schrauben. Das Thema Massentierhaltung ist schon ein paar Mal angeschnitten worden. Da brauchen wir doch noch ein paar konkrete Maßnahmen, wenn es zum Beispiel darum geht, ein Verbandsklagerecht einzuführen, wenn es um die Regelungen der öffentlichen Investitionsförderung für Tierhaltungsanlagen geht, vielleicht die Einführung für den Tierschutzplan. Oder wir haben auch schon über die Eiweißprobleme gesprochen. Da müsste vielleicht eine Eiweißpflanzenstrategie rein. Aber ich glaube, für ein komplettes Wahlprogramm müssen wir in den nächsten Monaten uns alle noch mal ordentlich an den Tisch setzen und vernünftig daran weiterarbeiten, damit wir in Sachsen für eine grünere Landwirtschaft sorgen. Deswegen gucke ich auch ein bisschen neidisch auf den Herrn Dr. Grewe vom BUND, weil da können wir uns, glaube ich, als Grüne noch eine Menge Punkte abschreiben für unser Wahlprogramm. Und ich finde da auch die Forderung, vernünftig zu sagen, 20 Jahre für den Pestizidausstieg. Ich finde die sieben Jahre, die jetzt als Änderungsantrag noch vorliegen, vielleicht ein bisschen überstürzt, weil das Wichtigste ist, und das wurde hier auch schon ein paar Mal angedeutet, das hat Robert schon gesagt, das hat Anne am Anfang schon gesagt, wir müssen im Dialog bleiben mit den Landwirten. Wir müssen ihn glaubhaft und klar und deutlich machen. Wir stehen an eurer Seite. Wir kämpfen für euch. Vielleicht habt ihr mit euren Interessensverbänden, und da müsst ihr ein bisschen widersprechen, Wolfram, mit der Politik der Exportorientierung, die der Bauernverband durchgepeitschert in den letzten Jahren, vielleicht euch selber ein bisschen in eine Sackgasse manövriert. Aber wir stehen an eurer Seite für eine zukunftsfähige Landwirtschaft, für eine grüne Landwirtschaft, für eine humane Landwirtschaft und vor allem für eine zukunftsfähige Landwirtschaft, die die Zukunft der ländlichen Räume sich hat. Deswegen lasst uns mit dem Antrag hier einen guten Aufschlag machen für einen tollen Wahlkampf 2019, wo Landwirtschaft eines unserer absoluten Kernthemen sein muss. Dankeschön. Auch das war eine Punktlandung, und jetzt hat Tom Lehmann aus dem KV Chemnitz das Wort. Liebe Freundinnen und Freunde, Herbizide gehören nicht auf unsere Äcker, nicht ins Trinken, nicht ins Essen. Und sie gehören auch nicht im Badewann, vielleicht bei Glyphosatschmidt von der CSU. Wenn es regnet, werden Herbizide, wer wir alle wissen, von Feldern und Wegen in den nächsten Teich gespült. Je nach Dosis vernichtet das Gift im Wasser nahezu alles, was dort kreucht und fleucht. Ob nun Fische, Frösche oder Algen. Der Mensch ist ja nun aber bekanntlich keine Alge oder kein Frosch. Doch was einen Frosch tötet, kann auch an uns Menschen, glaube ich, nicht spurlos vorübergehen. Liebe Freundinnen und Freunde, ich bin ja nicht nur Stadtrat, sondern unter anderem auch Landwirt. Ich weiß also, wie schwer Umstellung in der Landwirtschaft ist. Sie dauert oft Jahre, deshalb braucht es natürlich Übergangsfristen. Aber ich kann euch versichern, dass man nicht pleite geht, wenn man auf chemische Herbizide verzichtet. Meine Felder kennen dieses Gift nicht. Pleite bin ich noch nicht und meine Bienenleben immer noch. Liebe Freundinnen und Freunde, um chemische Herbizide endlich aus unserem Leben zu verbannen, sind wir Grüne nicht nur im Bund und im Land gefordert, sondern auch wir Grünen Stadt, Kreis und Gemeinderäte. In Chemnitz wurde durch uns schon mit einem Antrag von 2015 Glyphosat im öffentlichen Raum wie auf Gehwegen, Spielplätzen und Sportanlagen untersagt. Das Verbot hielt Einzug in alle kommunalen Satzungen. Allerdings einen Fehler gab es in unserem Antrag. Wir hatten uns auf Glyphosat beschränkt. Mittlerweile ist uns aber wohl bewusst, dass es noch schlimmere Herbizide als Glyphosat gibt. Die Konzerne stehen schon in den Startlöchern. Nur dank eines grünen Bürgermeisters, Michael Stötzer heißt er, müssen wir derzeit nicht handeln. In der Praxis werden auch andere Herbizide derzeit zum Glück nicht eingesetzt. Bei unserem Antrag in diesem März haben wir es versucht, besser zu machen und haben es dann auch gemacht. Chemnitz hat nun auf seinen landwirtschaftlichen Pachtflächen den Herbizideinsatz insgesamt mit einer Übergangsfrist von vier Jahren. Und wer früher aussteigt, kann mit finanziellen Vorteilen bei der Pachthöhe rechnen. Liebe Freundinnen und Freunde, wir hatten wirklich nur eine geringe Hoffnung, dass unser Antrag durchkommt. Wunder gibt es aber anscheinend manchmal. Es gab keine Gegenrede. CDU-Stadträte verließen zuhauf den Saal, um nicht dagegen stimmen zu müssen. Auch die dunkelroten Agrargenossen, die nach dem Motto viel hilft viel, früher gerne Herbizide versprühten, hielten sich dezent zurück. Und man glaubt es kaum, der Antrag erhielt eine Mehrheit. Eventuell auch aufgrund der namentlichen Abstimmung. Liebe Freundinnen und Freunde, macht den Herbizidbaronen klar, dass ein paar blühende sogenannte Unkräuter nicht nur schön aussehen, sondern äußerst wichtig für unsere Umwelt sind. Habt den Mut, lasst uns den kommunalen Aufstand wagen, wie beim Wildtierverbot in den Zirkussen. Liebe Freundinnen und Freunde, Sachsen herbizidfrei jetzt. Danke. Applaus So, vielen Dank. Und damit sind wir am Ende der Aussprache angelangt. Und wir kommen zur Behandlung der Änderungsanträge. Es liegen jetzt einige vor. Und Matthias Weiland, wo ist er, wo ist er, da ist er, wird uns jetzt das Verfahren dazu vorschlagen. Vielen Dank. Ja, vielen Dank. Ich habe meinen Computer mitgebracht, denn es ist etwas komplizierter. Wir haben 16 Änderungsanträge, die auch erst kurzfristig reingekommen sind. Und ich würde euch jetzt das Verfahren vorstellen. Bitte unterbrecht mich, falls ich die Ergebnisse der Antragskommission mit den Änderungsantragstellerinnen falsch wiedergebe. Und zwar, ich gehe es der Reihe nach durch. L 01008. Änderungsantrag wird übernommen. L 01022 wird übernommen. L 01037 wird übernommen. L 01074 wird übernommen. Dann haben wir L 01095. Der entfällt durch die Übernahme des darauf folgenden Änderungsantrags L 01095.2 der LAG Ökologie. Dann sind wir bei L 01 146. Und jetzt wird es das erste Mal spannend. Dieser Antrag soll abgestimmt werden und den habt ihr auch ausgedruckt. Entweder schon vor euch liegen oder ihr findet ihn vorne am Empfang. Zusammen mit diesem, weil die inhaltlich zusammengehören, soll die Abstimmung der weiteren Änderungsanträge L 01 244 und L 01 348 erfolgen. Dann sind wir bei L 01 227. Hier wird eine modifizierte Übernahme vorgeschlagen und zwar wie folgt. Der Änderungsantrag sieht vor, dass der Satz Zeile 227, 228 eine Belastung der landwirtschaftlichen Produkte mit Pestiziden ist darunter nicht zu verstehen, gestrichen wird. Und die modifizierte Übernahme geht sogar darüber hinaus, nämlich durch Einfügung nach den Lebensmitteln, Streichung des Punktes und Ersetzung durch folgendes, Komma, das heißt auch ohne Rückstände von Pestiziden. Dann sind wir bei eben bereits genannten L 01 244. Der wird zusammen mit L 01 146 abgestimmt. Dann kommt der L 01 245. dieser wird übernommen. Gegebenenfalls erfolgt aber eine redaktionelle Änderung, soweit der Änderungsantrag L 01 146 erfolgreich abgestimmt wird. L 01 260 ist eine redaktionelle Änderung, wird dementsprechend behandelt und übernommen. L 01 305 entfällt wiederum, weil der Änderungsantrag L 01 306 eine entsprechende entsprechende Inhalt hat. Ich helfe aus. Ach nee, da kommt die Lösung. Dann behalte ich das. So, dann können wir weitermachen, denke ich. Alle sind wach. L 01 Wir sind bei L 01 305. Der entfällt, wie gesagt, durch die Übernahme des darauf folgenden L 01 306. L 01 348 wird, wie ich es gerade schon erwähnt hatte, vorgeschlagen, ihn zusammen mit L 01 146 L 01 244 abzustimmen. L 01 390 wird übernommen und L 01 417 wird eine modifizierte Übernahme vorgeschlagen mit dem folgenden Wortlaut in Zeile 417 nach bewirtschafteten Flächen in Sachsen sein. Punkt. Das mittelfristige Verbot von Glyphosat muss vorbereitet werden durch die Unterstützung der Landwirtschaftsbetriebe beim Einsatz praktikabler Alternativen unter Abfederung ökonomischer Nachteile. Dies wird als Schritt in die richtige Richtung nein Entschuldigung ich korrigiere dies wird als Schritt in Richtung einer Ökologisierung der Landwirtschaft gesehen. Die Strategie dazu ist in engen Austausch mit Vertretern von Landwirtschaftsbetrieben zu entwickeln. Damit sind wir durch die Änderungsanträge das war der Verfahrensvorschlag. Ja vielen Dank und über den müssen wir abstimmen und da sind auch Gegenriegen möglich und ich frage mal ob es möglich ist tatsächlich mehrere Änderungsanträge zusammen abzustimmen in einer Abstimmung. Das war ja eben der Vorschlag dass die zusammen abgestimmt werden sollen habe ich auch noch nicht gehabt jetzt was für möglich Die wollen die zusammen abstimmen das ist mir egal wie sie gehört weil sie sich ergießen ja weil sie sind natürlich die müssen leider abgestimmt werden also zusammen Das würde ich jetzt vorschlagen das ist ein anderer Vorschlag Okay wir modifizieren jetzt den Vorschlag Ihr hattet jetzt ja Zeit mehr als ich euch mit den Anträgen auseinander zu setzen Wir würden jetzt so vorgehen dass wir den einen Änderungsantrag 01 L01 146 abstimmen würden und sollte der angenommen werden gelten die Änderungsanträge 01 244 und 01 348 als modifizierte Übernahme dann sind die sozusagen haben wir es quasi im Paket abgestimmt das heißt wir stimmen nur noch über den einen Änderungsantrag ab übrigens mit der veränderten Redezeit wie zu Beginn der Versammlung beschlossen Das ist jetzt der Vorschlag wenn ihr mit dem Vorschlag und den übrigen also die Übernahmen modifizierte Übernahmen entfallen und so weiter einverstanden seid dann bitte ich euch ums Kartenzeichen Vielen Dank gibt es Gegenstimmen Ich sehe da eine oder der hat sich nur am Kopf gekratzt und Enthaltungen dann ist das sogar einstimmig gut dann verfahren wir so das heißt wir stellen jetzt nur noch den Antrag Änderungsantrag 01 146 zur Abstimmung mit der veränderten Redezeit es gibt es gibt 5 Minuten für die Einbringung und auch für eine Gegenrede sind 5 Minuten möglich und Malte bringt den Änderungsantrag ein Danke nochmal dass ihr mir die zusätzliche Zeit gegeben habt es geht ja nicht um Glyphosat allein um ein einziges Unkrautvernichtungsmittel sondern es geht um Kontamination von Grundwasser von Trinkwasser von unseren Lebensmitteln von Böden von Oberflächen Gewässern es geht um Biodiversität Bodenqualität und in der Folge das Leben von Insekten Vögeln und so weiter es geht um saubere Lebensmittel all das ist heute schon ganz oft gesagt worden und wir sind ja nicht ungeübt darin die Zustände der heutigen Landwirtschaft und Lebensmittelwirtschaft anzuprangern und Änderungen zu fordern das reicht aber nicht wir brauchen klare Wege wir brauchen Ziele und wir brauchen eine Perspektive auf der grünen Agenda wir als der politische Arm der grünen Bewegung haben in 40 Jahren unheimlich viel verändert in dieser Gesellschaft unheimlich viel verändert in der deutschen und europäischen Landwirtschaft Käfighaltung Bodenschutz Gesetze Naturschutz Gesetze die Gülleregelung alles das sind Dinge wo wir der Industrie wo wir den Landwirten was zugemutet haben was Geld kostet was mehr Mühe macht was mehr Wissen erfordert was immer wieder neues Umlernen und Umdenken erfordert das kann also kein echter Grund sein um heute nur in kleinen Trippelschritten vorwärts zu gehen es ist Zeit für nächste Schritte es ist Zeit dass in den letzten Jahren gewonnene neue Wissen in die Praxis zu bringen und zwar in die breite Praxis und nicht nur in der Nische der Biobauern der Biolandwirtschaft zu belassen es wird Zeit für eine herbizidfreie Landwirtschaft und danke Tom Lehmann ihr habt das ja in Chemnitz schon umgesetzt es geht also und sogar mit einer vierjährigen Übergangsfrist es ist also möglich eine herbizidfreie Landwirtschaft umzusetzen für alle und nicht nur für die Bios zur Erklärung noch ganz kurz herbizide meint also nur die Unkraut Vernichtungsmittel und nicht die ganzen anderen Dinge aus dem Gift Baukasten also Insektizide etc. wird es weiter noch geben müssen weil dort die Technologie für einen Ersatz noch nicht da ist zumindest für den konventionellen Bauern noch nicht da ist es ist heute möglich aus der Herbizid Landwirtschaft auszusteigen weil in 50 Jahren Biobauern ausprobiert haben alte Methoden mit neuen Ideen kombiniert haben weil in vielen Wintern und Nächten in Bauernhof Werkstätten Geräte ausprobiert und gebaut wurden sind übrigens entsteht auch gerade in meiner Nachbarschaft ein neues Gerät mit Elektroantrieb und das ist möglich heute auf die gesamte Landwirtschaft umzusetzen weil genau wie in der Geschichte der Windräder aus diesen Bastelwerkstätten mittlerweile mittelständische Unternehmen Maschinenbauunternehmen geworden sind die auch in ihrem Bereich Weltmarktführer sind das ist möglich weil wir keinem Bauern die Pistole auf die Brust setzen werden friss oder stirb es wird und muss Übergangsfristen geben es muss Unterstützung geben in der Schulung im Wissenstransfer und es muss natürlich auch Investitionshilfen geben es ist aber auch einfach notwendig weil es möglich weil es notwendig ist ja es wird pro Hektar ein paar Euro teurer werden nein und wir werden damit nicht die wesentlichsten schlimmsten Probleme der Landwirtschaft ein für allemal vom Tisch haben aber es ist ein wichtiger Schritt und nein das bedeutet auch nicht die Verwischung der Unterschiede zwischen Biolandwirtschaft und konventioneller Landwirtschaft es gibt noch die chemisch synthetischen Düngemittel all diese Dinge die die Erträge und die hohen Leistungen der konventionellen Landwirtschaft die es zweifellos gibt aufrecht zu erhalten aber es wird uns eine ganze Menge bringen es wird ein Schleier von unschädlichen Ackerkräutern Ackerwildkräutern auf den Äckern erhalten es wird weniger Gift in Boden Wasser und Wildtieren bringen mehr Lebensraum für Insekten und damit in der Folge für Vögel und ich möchte euch bitten wenn wir heute darüber entscheiden wir schreiben heute oder beschließen heute keinen Koalitionsvertrag sondern heute geht es um strategische Ziele für grüne Landwirtschaftspolitik für die grüne Landwirtschaftsagenda der nächsten Jahre und machen wir uns nichts vor wir werden lange darum kämpfen müssen Augenmaß und Einbindung der betroffenen Interessen ist Aufgabe für die Umsetzung und nicht für die Zielsetzung deshalb möchte ich euch bitten diesem Antrag zuzustimmen danke Dankeschön gibt es eine Gegenrede Wolfram du hast fünf Minuten Freundinnen liebe Freunde noch mal kurz zusammenzufassen worum es hier geht mit dem Änderungsantrag im Vergleich auch zum bisherigen Antrag wir haben dort gefordert eine Pestizid Reduktions Strategie wir wollen dass die Landwirte erstens komplett auf Glyphosat verzichten so schnell wie es geht aber wir wollen dass sie das nicht durch andere Pestizide oder Pestizid Cocktails ersetzen sondern dass sie gucken dass sie dort wirklich runterkommen aber wir fordern bisher nicht dass ein Pestizideinsatz komplett beendet wird und der Antrag von Malte geht in diese Richtung dass es innerhalb von sieben Jahren ein komplettes Ende gibt ist richtig und bitte nicht Pestizide mit Herbiziden verwechseln das ist ein wichtiger Unterschied also also die Teilgruppe der Pestizide die nur auf Pflanzen spricht aber auch da es gibt einen Unterschied zwischen ökologischem Landbau und der sogenannten konventionellen Landwirtschaft und es ist ganz klar im ökologischen Landbau gibt es überhaupt keine synthetischen Pflanzenschutzmittel Agrochemikalien Herbizide das ist dort nicht zulässig es gibt sehr wohl natürliche also ich kann Kupfer oder solche Sachen einsetzen also es ist nicht komplett weg aber zumindest keine Agrochemie in der konventionellen Landwirtschaft im Unterschied dazu ist es eben genau zulässig und wir wollen jetzt einen Antrag stellen wo wir die Landwirtschaft abholen und sagen wir müssen uns auf den Weg machen wir müssen raus aus dieser Sackgasse dass wir abhängig sind von Agrochemie dass wir also ohne große Chemiekonzerne gar nicht Landwirtschaft betreiben können dass uns aber auch für viele Dinge gar keine Mittel mehr zur Verfügung stehen ich hatte es vorhin schon beschrieben weil sie ihre Wirkung verlieren mit der Zeit weil die Dosierung immer mehr hochgehen muss und weil die negativen Folgen immer stärker werden aber die Landwirtschaftsbetriebe auch das hatte ich gesagt sind nicht von heute auf morgen irgendwie in ein anderes System zu bringen sondern dass es über Jahrzehnte gewachsen wiederher kommen und das stellt man auch nicht von heute auf morgen auch nicht innerhalb von sieben Jahren um und wir können uns das wünschen und ich glaube das eint uns alle auch mit dem Ziel von Malte dass wir mal in der gesamten Landwirtschaft auskommen ohne diese Mittel aber wir haben auch für den Ökolandbau in den euphorischsten Zielen auf Bundesebene und überall mal das Ziel dass wir mal auf 20% Anteil kommen in Sachsen sind wir bei reichlich 5% weiter Weg das heißt aber im Umkehrschluss dass immer noch 80% der Landwirtschaft konventionell sein werden mehr hat noch keiner verlangt und das heißt wir müssen Landwirtschaftspolitik das ist der Großteil vor allen Dingen auch machen wenn wir was im Wesentlichen verändern wollen für die konventionellen Landwirte und dort kann man sich nicht vorstellen komplett auf diese Mittel zu verzichten im Ökolandbau funktioniert das die machen das vor das muss man alles gar nicht neu erfinden aber die haben ein komplett anderes Betriebssystem wie die Abläufe sind wie die Fruchtfolgen sind auch welche Technik da ist und das ist in den anderen großen in den konventionellen Betrieben einfach so nicht gegeben die sind im Moment noch abhängig davon die müssen wir langsam dort rausführen aus dieser Sackgasse und wir müssen mir auch die Chance geben auch die investieren in sehr langen Zeiträumen in Technik das überhaupt hinzubekommen und dort ist die Fantasie auch noch nicht da dass man mal komplett verzichten könnte dass wenn in einem bestimmten Jahr ein bestimmter Schädling ob das jetzt Pflanzen sind also Herbizide oder auch andere ob es Insekten sind dass man dort gezielt einsetzen muss und deswegen haben wir uns gesagt wenn wir uns auf den Weg machen wollen wenn wir die Landwirtschaft als gesamte Branche mitnehmen wollen dann können wir die nicht im Prinzip vor eine Tatsache stellen sagen in sieben Jahren endet das komplette System wie ihr das bisher betreibt sondern da haben wir ein bisschen Angst das wird nicht funktionieren da können wir euch auch nicht so richtig ernst nehmen mit dem was ihr wollt und deswegen haben wir uns ganz bewusst bisher entschieden eben keinen kompletten Ausstieg innerhalb von sieben Jahren zu verlangen sondern überhaupt mal die Reduktion denn auch das ist was was überhaupt noch nicht stattfindet aktuell steigt der Einsatz immer nur von Jahr zu Jahr wir wollen mal eine Trendwende herbringen und deswegen muss ich jetzt einfach eine Gegenrede gegen dich halten und sagen auch wenn ich dein Ziel also ich würde es mir wünschen dass wir da hinkommen aber ich glaube nicht dass das Teil einer seriösen Politik im Moment ist die wir machen können wo wir einfach Landwirte mitnehmen und wo wir auch Bevölkerung zeigen können wir Grünen stellen auch nur Forderungen auf die realisierbar sind für den Fall dass wir hier mal in Verantwortung kommen in dem Land denn das wäre unmöglich innerhalb von sieben Jahren in Sachsen auszusteigen komplett und deswegen möchte ich sowas auch nicht fordern und versprechen aber ich kann jedem sagen der mich fragt ja ich wünsche mir dass wir dort hinkommen aber vielleicht unterhalten wir uns in sieben Jahren wenn unser Antrag Früchte getragen wird darüber in welchen Zeiträumen wir das dann bekommen deswegen muss ich euch bitten gegen mein Bauchgefühl aber einfach Nationalität gegen diesen Antrag von Malte zu stimmen ja vielen Dank und dann kommen wir zur Abstimmung wer dem Änderungsantrag den Malte eingebracht hat die Zustimmung gibt die und den bitte ich um das Kartenzeichen und wer lehnt es ab ich war gerade weg Dankeschön und die die Enthaltungen also bei einigen dafür stimmen große mehrheitliche Ablehnung und einigen Enthaltungen acht Enthaltungen ist der Antrag abgelehnt und wir kommen jetzt zur Abstimmung des Gesamtantrages mit den modifizierten und nicht modifizierten Übernahmen die gerade besprochen wurden wer dem Leitantrag zustimmt bitte ich um das Kartenzeichen die Ablehnung sehe ich keine und Enthaltungen sehe ich auch nicht damit ist der Antrag einstimmig angenommen worden zu der Tagesordnungspunkt Tagesordnungspunkt 3 ist abgeschlossen wir kommen zum Top 4 der Rechenschaftsbericht des Landesvorstandes der wird durch einen Vertreter des Landesvorstandes eingebracht anschließend ist eine Aussprache vorgesehen mit bis zu fünf gelosten Redebeiträgen die Einbringung des Rechenschaftsberichtes geschieht durch Sebastian Walter und wenn ihr dazu sprechen wollt könnt ihr während des Vortrages die Zettel einwerfen Sebastian du hast das Wort danke liebe Freundinnen Freunde als eines der sechs Vorstandsmitglieder des letzten Landesvorstandes habe ich heute Abend die Ehre den Rechenschaftsbericht des Landesvorstandes einzubringen ihr wisst der Landesvorstand ist vor ziemlich genau einem Jahr vor einem Jahr vor zwei Wochen erweitert worden auf sechs Personen es sind wieder BeisitzerInnen im Landesvorstand gewählt worden und die Arbeit des neuen Landesvorstandes stand natürlich das hat man auch schon in Redebeiträgen gehört sehr stark im Zeichen natürlich der Bundestagswahl 2017 ist bekanntermaßen eine Bundestagswahl gewesen die eine Bundestagswahl der härteren Sorte war wo gerade hier in Sachsen der Wind uns ziemlich ins Gesicht geblasen hat und uns als Landesvorstand war es wichtig neben der Bundestagswahlkampagne neben der Strategie der Bundestagswahlkampagne des Bundesverbandes auch noch eine eigene sächsische Strategie mit aufzusetzen also sozusagen ganz fokussiert die Themen die Themen der Bundestagswahl aufzugreifen fokussiert in den sächsischen Regionen darzustellen die gerade unsere Region stärker betreffen das heißt wir hatten unter anderem ein Verkehrsplakat neben der allgemeinen Bundestagswahlkampagne produziert aber dazu werde ich einiges später noch dazu sagen zu diesen ja zu dieser sächsischen Strategie gehörte eben auch dass wir als Landesvorstand einen Grünen Tag organisiert haben wir haben im Landesverband diesmal einen Grünen Tag gehabt im letzten Jahr mit rund 120 Mitgliedern aus meiner Sicht war das ein voller Erfolg im Ergebnis dieses Grünen Tages hatten wir auch so viele Änderungsanträge aus dem Landesverband Sachsen wie noch nie auf einer BDK also auf der Programm BDK für die Erarbeitung des Bundestagswahlprogramms wir haben diese sächsische Strategie zur Bundestagswahl auch weiter untersetzt mit mehreren landesweiten Thementouren vielleicht ist einigen von euch noch die Kaffee-Tour oder die Kaffee-Becher-Tour bekannt wir hatten das Thema das ist ja auch durchaus aktuell in der Diskussion das ganze Thema Müll im Meer oder beziehungsweise Müllvermeidung am Beispiel von Coffee-to-go-Bechern aufgegriffen einige Kommunalverwaltungen die ja auch mit Grünen besetzt sind haben auch das Problem angezeigt dass eben nicht nur ein Problem im Meer ist sondern eben auch direkt in Sachsen wir haben zudem wie auch schon in der Vergangenheit eine Briefwahltour aufgesetzt wir haben dabei die Hochschulstädte in Sachsen besucht wir haben damit die Kreisverbände in die frühzeitige Adressierung an die Wählerinnen eingebunden wir haben zudem eine Kita-Tour durchgeführt weiterhin auch über die Bundestagswahl hinaus eine Baumschutztour also das ganze Thema Baumschutz was ja auch ein Landesthema ist unter dieser großen Koalition weitergetrieben und nicht zuletzt wie ich schon angesprochen hatte neben den Plakaten der Bundestagswahl aus dem Bundesverband ergänzend ein Verkehrsplakat produziert was sehr stark neben dem Bundesthema der Elektromobilität auch den ÖPNV den Nahverkehr hier in Sachsen adressiert hat wir hatten dabei das Glück unsere gute Zusammenarbeit mit den anderen ostdeutschen Ländern auszuspielen da hatten auch andere ostdeutsche Bundesländer andere ostdeutsche Landesverbände dieses Plakat abgenommen und ja ich glaube es war zumindest was die Konzeptionierung der Bundestagswahl anging mit dieser sächsischen Strategie durchaus ein Erfolg doch das ist die Kehrseite dessen wir wissen wir hatten vor ungefähr einem Jahr im Bund Umfragewerte von 6 bis 7 Prozent am Ende waren wir bei knapp 9 Prozent gelandet im Land bei 4,6 Prozent wir hatten das muss man so feststellen relativ stabiles Wählerinnenpotenzial beziehungsweise stabile Wählerinnen in absoluten Zahlen relativ aufgrund der gestiegenen Wahlbeteiligung ein relativ schlechteres Ergebnis 4,6 Prozent können natürlich mit Blick auf 2019 nicht zufrieden stellen wir haben daher auch Handlungsbedarfe ausgemacht unter anderem das ganze Thema moderne Wahlkampfführung als Handlungsbedarf ausgemacht auch das ganze Thema Stellenzuschnitte in der Landesgeschäftsstelle auch gerade mit dem Ziel Reibungsverluste zu vermeiden und natürlich auch die individuellen Potenziale die jeder in sich trägt zu heben und da die Zusammenarbeit auch mit den Gremien auch mit den Kreisverbänden reibungsloser zu gestalten Abschließend möchte ich einige Punkte noch nennen ich komme auch zum Schluss dass gerade nach der Bundestagswahl hier in Sachsen ein starker Mitgliederzuwachs eingetreten ist wir hatten für das Gesamtjahr 2017 111 Neumitglieder wir haben auch in der Vorlage ein Mitgliederzuwachs verzeichnet beziehungsweise hier stehen noch 1601 Mitglieder das war am Anfang diesen Monats inzwischen sind es 1620 Mitglieder hier in diesem Landesverband also ein Allzeithoch was die Mitgliederzahl angeht und was mich besonders freut ist dass eben der Mitgliederzuwachs eben nicht nur in unseren Hochburgen stattgefunden hat nicht nur in Chemnitz Leipzig Dresden sondern auch den Flächenkreis Verbänden und das ist alles nur mit eurer Hilfe geschehen und damit komme ich mit meinem Dank zum Schluss hinter uns liegt ein sehr ereignisreiches Jahr und das geht natürlich nur mit euch mit den Ehrenamtlichen in den Kreisverbänden mit den aktiven Landesarbeitsgemeinschaften mit den aktiven in den Parlamenten im Landtag im Bundestag mit den Räten in den Kommunalräten in den Stadträten Gemeinderäten in den Kreistagen natürlich nicht zuletzt mit den Mitarbeiterinnen der Landsgeschäftsstelle Gemeinsam haben wir wichtige Hürden genommen und ich hoffe dass wir die mit Blick auf 2019 auch nehmen werden und ich hoffe dass wir gemeinsam mit Blick auf 2019 an einem Strang ziehen Vielen Dank Danke Sebastian Gibt es Redebeiträge möchte jemand etwas dazu sagen Wir haben bis jetzt eine Wortmeldung eine männliche Wortmeldung Wenn sich jetzt keine Frau meldet möchte die Versammlung befragen ob wir mit der männlichen Wortmeldung anfangen wollen Wer ist dagegen Wer enthält sich Dann gehen wir davon aus dass die meisten dafür sind und Michael Schmelig Entschuldigung Michael du hast drei Minuten Liebe Mitstreiterinnen und Mitstreiter Seht mir nach dass ich etwas Schwierigkeiten habe das Wort Freundinnen und Freunde so ganz einfach in den Mund zu nehmen weil Freunde gehen eigentlich ein bisschen ehrlicher miteinander um Freunde machen sich ehrlich weil das eine Voraussetzung ist wenn man aufbrechen will dass man auch darüber spricht was man falsch gemacht hat und da muss ich ganz offen sagen dass sich dieser Rechenschaftsbericht doch in vielfacher Hinsicht eine unglaubliche Beschönigung darstellt des Zustandes in dem sich Grüne hier in Sachsen befinden wir stehen mit dem Rücken an der Wand liebe Freundinnen und Freunde sage ich jetzt mal wir stehen mit dem Rücken an der Wand und wir tun so als ob wir daran eigentlich nicht selbst die Schuld haben ich behaupte wir sind hauptsächlich verantwortlich dafür dass wir in einem Land das in der Mehrheit bei der letzten Bundestagswahl AfD gewählt hat in einem Land in dem ökologische Fragen an die Wand gedrückt werden selbst sozusagen mit dem Rücken an der Wand stehen und da sage ich einfach mal wenn ich dann reinschaue alleine über das was zum Beispiel über die Landesgeschäftsstelle gesagt wird mit keinem Wort werden die Probleme wirklich dargestellt hier wird so getan dass Herausforderungen zu lösen sind Herausforderungen von Problemen die teilweise selbst verursacht wurden und ich weiß dass es schwierig ist in dieser Partei offen und ehrlich auch Probleme aufzuarbeiten die bleiernde Zeit die wir mit Frau Hermenau hinter uns haben ist nie in dieser Partei aufgearbeitet worden es hat nie eine offene Diskussion darüber gegeben wie wir vielleicht auch anders ehrlicher miteinander umgehen und umgehen sollten stattdessen wurden Probleme verschwiegen kleingeredet möglicherweise den anderen die Schuld gegeben und ich glaube wenn man aufbrechen will dann darf man nicht nur vielleicht den einen oder anderen im Personaltableau auswechseln dann muss es auch so was geben wie eine kollektive Verantwortung derjenigen die im letzten jahr die Verantwortung für diese Landespartei getragen haben und sie müssen auch kollektiv dazu stehen welche Fehler gemacht wurden und das fehlt mir und da fördere ich auch den Landesvorstand die Sprecher auch aber den Landesvorstand auf diesen Diskurs hier mit den Mitgliedern einzugehen weil ich glaube der Rechenschaftsbericht jedenfalls drückt nicht aus das Defizit welches diese Partei hier in Sachsen hat und ich darf euch eins sagen Heimat ja die Grünen sind meine politische Heimat seit 35 Jahren und ich habe in diesem Haus manchmal gefroren manchmal vor Angst geschwitzt aber ich habe immer versucht dieses Haus auch zu renovieren immer an der Verbesserung des Hauses zu arbeiten und man kann nicht aufbrechen ohne dass man dieses Haus verbessert vielen Dank danke Michael für diese Wortmeldung wir haben eine weitere Wortmeldung von Lea Frenze von Mittelsachsen Lea du hast das Wort du hast drei Minuten liebe Freundinnen liebe Freunde und ich verwende dieses Wort bewusst auch wenn ich mir mit manchen hier selten sehr selten zum Teil einer Meinung bin eines ist klar gerade an den Vorredner ja es gab Fehler in diesem Landesverband und ja einer dieser Fehler war dass vergangene Fehler nicht schnell genug behoben wurden ja man muss auch zugeben dass die Schuld an diesen Fehlern zum Teil an Personen festzumachen ist aber eben nicht das ist nicht alles und eins ist klar nur meckern hat noch niemanden genutzt Reminiszenzen an vergangene Zeiten so ehrenvoll ich finde seit 35 Jahren Mitglied dieser Partei zu sein ja sind schön es gab sicherlich bessere Zeiten für die Grünen als wir sie jetzt haben es gab auch bessere Zeiten in Sachsen als wir sie jetzt haben aber wir sind doch dazu da diese Zeiten hier wieder besser zu machen und dazu müssen wir nach vorne schauen und das ist eigentlich das was ich euch mit auf den Weg geben will schaut nach vorne wenn wir aufbrechen wollen schauen wir nicht nach hinten dann schauen wir nach vorne und schauen was wir besser machen können und ich glaube da haben wir mit einem neuen Landesgeschäftsführer mit einem jetzt stärkeren LAFO und ich hoffe dass wir morgen wieder einen sehr guten DAFO wählen werden wir haben ja die Auswahl wir haben die guten Menschen hier auch die Möglichkeit haben Dinge besser zu machen in Zukunft und das sollten wir tun darauf sollten wir uns konzentrieren Dankeschön Vielen Dank Lea sind noch weitere Redebeiträge Also es hat sich keiner angemeldet aber möchte vielleicht noch jemand spontan etwas sagen Damit sind wir am Ende der Aussprache eine Abstimmung über den Rechenschaftsbericht ist nicht vorgesehen und wir beenden damit den Top 4 Vielen Dank und wir wechseln auch das Präsidium ich hoffe alle sind noch da Ich rufe auf Gesine Mertens, Jens Bitzka, Thomas Pils und Tina Siebeneiche Ja von uns auch einen schönen guten Abend vom neuen Präsidium Wir sind das letzte Aufgebot für heute, wir haben uns jetzt hier eingerichtet Wir schließen jetzt gleich mal die Türen, alle bleiben im Raum Wir kommen jetzt zu Tagesordnungspunkt 5 Der Rechnungsprüfungsbericht und danach schließt sich der Haushalt an Auch ihr wollt dann wieder alle Geld haben Wir haben ja oben mal so beschlossen, wenn die KVs nicht mehr da sind, gibt es auch nächstes Jahr kein Geld Also Danke für den Beifall des Schatzmeisters Also bitte bleibt da, hört zu, stimmt mit ab Ohne Moos ist nichts los, ist ein wichtiges Thema für uns alle Wir bitten, Astrid Weid wird sich den Rechnungsprüfungsbericht einbringen Astrid, kommst du schon zu uns Nach der Einbringung gibt es eine Aussprache mit bis zu drei gelosten Redebeiträgen Also bitte werft euch ein, wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder Wünsche Hallo, ich darf euch heute den Rechnungsprüfbericht für das Geschäftsjahr 2016 vorstellen Thorsten Hans und ich haben am 1. März 2018 vor allen Dingen die Belege stichtpunkthaft geprüft Hauptsächlich achten wir darauf, ob die Belege richtig in den Haushalt eingeflossen sind Das ist unsere Hauptaufgabe Allgemein werden die Belege in der Landesgeschäftsstelle aufgewahrt Wir bekommen dann vier, fünf Ordner und die dürfen wir mit dem Haushalt durchgehen und uns die Kostenstellen zum Beispiel anschauen Dabei ist uns Folgendes aufgefallen Die Einnahmen sind wesentlich höher als erwartet Wir haben ungefähr 34.000 Euro mehr Einnahmen Das liegt vor allen Dingen an höheren Zuschüssen durch den Bundesverband Dadurch, dass die AfD in den Bundestag eingezogen ist, Änderungen ergeben haben und die Parteien, die vorher da waren, relativ leicht kalkuliert haben Das heißt konservativ Deswegen sind uns Mehreinnahmen entstanden Zudem haben die Manz-Dartsträgerin ihre Beiträge sehr pünktlich und gewissenhaft bezahlt Dafür vielen Dank Und so konnten wir vor allen Dingen Mehreinnahmen verbuchen Die Spenden sind leider immer noch gering Es gibt kaum Unternehmensspenden Nur einige Verzichtsspenden Und das kann definitiv gespeichert werden Die Ausgaben sind wesentlich geringer ausgefallen als erwartet Das sind ungefähr 100.000 Euro geringer Und das lag an unterschiedlichen Gründen Zum einen konnten die Personalkosten nicht komplett ausgeschöpft werden Da beispielsweise der Landesgeschäftsführer geringer bezahlt wurde Da es davor Umstrukturierungen gab Zudem sind die Bürokosten gesunken Das finden wir sehr gut Darin verbirgt sich leider ein Fehler Die sind nochmals um 5.200 Euro geringer als im Haushalt berechnet Da in den Bürokosten Kosten für die Wirtschaftsprüfer eingebucht waren Dadurch ändert sich letztlich der Saldo nicht Aber sie sind halt im falschen Punkt eingebucht Weiterhin ist die Gremienarbeit gestiegen Vor allen Dingen der Landesparteirat Und durch die Mitarbeit an BAG Haben Mitglieder mehr Kosten abgerufen Vor allen Dingen Fahrtkosten Und somit konnte der Punkt besser ausgeschöpft werden Die Öffentlichkeitsarbeit ist ebenfalls geringer ausgefallen Um die 16.000 Euro Das liegt zum einen daran, dass der Aufwind nicht mehr verlegt wird Und nicht mehr verschickt wird Es gab eine Neuauflage vom Schrägstrich Und da Sachsen als Einziger noch Landesseiten wollte Und diese nicht realisiert werden konnten Sind keine Beträge oder keine großen Beträge da reingekommen Zudem wurden 2016 Projekte geplant Zum Beispiel das Lausitz-Konzept Und Projekte zum Thema Hate Speech Die wurden aber 2016 noch nicht abgerechnet Da sie 2017 erst stattfanden Und somit sind dort weniger Ausgaben vorhanden Bei den Zuschüssen an Gliederungen Hat sich nicht so viel getan Die Sherpa-Kosten sind etwas gesunken Was letztlich dem Landesverband dient Wir schließen das Haushaltsjahr 2016 mit einem Plus von 151.000 Euro ab Das ist sehr viel Wenn wir das auf die mittelfristige Finanzplanung beziehen Sind es nur noch 120.000 Denn es fließt ein Teil zurück Zum Beispiel werden Frauenförderungsprogramme stärker bezuschusst Für den Wahlkampf in diesem Jahr Für die Landtagswahl gab es Zuschüsse Die durch die Mehrkosten oder die durch das hohe Plus zustande kommen Und auch 2019 werden vor allen Dingen die Kreisverbände Im Kommunalwahlkampf stärker unterstützt Letztlich Ein Teil wandert natürlich auch in die Rücklagen Auch für weitere Wahlkämpfe Letztlich ist die Buchführung sehr gut Es ist alles relativ sinnvoll gebucht Und die Ordnerführung und Belegführung ist vorbildlich Zum Schluss ist noch zu sagen Dass es sehr positiv wäre Wenn es verstärkt Spenden geben würde Das könnt ihr zum Beispiel selbst generieren Indem ihr Verzichtspenden zur Landesgeschäftsstelle einreicht Das heißt, ihr rechnet eine Fahrt ab Und spendet das dem Landesverband Dadurch könnt ihr selbst diesen Posten erhöhen Und unsere Einnahmen erhöhen Wir können nur als Rechnungsprüfung Eine Entlastung des Vorstandes für das Geschäftsjahr 2016 empfehlen Genau Und ich wünsche euch viel Spaß Beim nächsten Haushaltspunkt Liebe Astrid, vielen Dank für die Einbringung Bisher hat noch niemand einen Redebeitrag angekündigt Möchte jetzt spontan noch jemand nach oben kommen Und Fragen stellen, Meinungen äußern 3, 2, 1 Los, Stopp, Schade Niemand da Dann kommen wir zur Abstimmung Der Rechnungsprüfungsbericht schlägt Der Rechnungsprüfungsbericht hat euch die Entlastung des Vorstandes Für das Geschäftsjahr 2016 vorgeschlagen Wir stellen diesen Vorschlag nun zur Abstimmung Wer den Landesvorstand für das Geschäftsjahr 2016 entlasten will Den bitte ich um das Kartenzeichen Vielen Dank Gegenstimmen? Nein Und Enthaltungen? Zwei Enthaltungen? Dann ist die Entlastung Dann ist der Vorstand Der Landesvorstand mit einer großen Anzahl von Vorstimmen Und keinen Gegenstimmen und zwei Enthaltungen entlastet Dann können wir in die nächsten Punkte eintreten Sascha Tümmler ist schon auf dem Weg Jetzt kommt der Tagesordnungspunkt 6 Hier liegt euch der Antrag zur Änderung der Kassen- und Finanzordnung H01 Und dann der Haushalte des Landesverbandes für das Jahr 2018 als H02 vor Wir treten in die Behandlung von H01 ein Sascha, du hast das Wort Vielen Dank Schönen guten Abend, ihr Lieben Freitagsabends ist immer Geldzeit Und ich freue mich, dass ihr alle noch da seid Wir behandeln zunächst den Antrag zur Änderung unserer Kassen- und Finanzordnung Es ist tatsächlich lediglich eine redaktionelle Änderung Die darauf gründet, dass die letzte BDK Die Regeln über die Zusammensetzung des Bundesfinanzrates anders gefasst hat Und wir setzen einfach diese Regelungen in unserem Landesverband mit diesem Änderungsantrag um Bisher hat unser Landesverband in den Bundesfinanzrat den Landesschatzmeister oder die Landesschatzmeisterin Und eine Basisvertreterin entsendet Nunmehr ist die Regelung des Bundesverbandes Dass in den Bundesfinanzrat je Landesverband zwei Personen entsendet werden Möglichst ein Mitglied des Landesvorstandes und ein weiteres sachverständiges Mitglied Das heißt, der bisherige Terminus Basisvertreterin fällt weg Wir ersetzen diesen Begriff in dem Antrag einfach nur durch den Terminus sachverständiges Mitglied Und erreichen damit etwas, was mir oder was uns im Landesvorstand sehr wichtig ist Nämlich, dass weiterhin die zweite Person, die aus dem Landesverband Sachsen in den Bundesfinanzrat entsendet wird Und sozusagen von den Kreiskassiererinnen und damit von der Basis entsendet wird Und das wollen wir gern beibehalten Deswegen bitte ich um Zustimmung zu diesem Änderungsantrag Vielen Dank Vielen Dank Sascha Ich frage jetzt nochmal die Landesgeschäftsstelle, ob es Änderungsanträge dazu gibt Oder die Änderungsantragskommission, weil das uns hier nicht vorliegt Gibt es im Kopfschütteln oder keine gegenteiligen Dinge Dann gehen wir jetzt davon aus, dass es keine Änderungsanträge zu H01 gibt Gibt es Menschen, die dazu sprechen möchten? Nein Dann sind wir am Ende der Aussprache angekommen und treten nun in das Verfahren für Änderungsanträge ein Frage nochmal, gibt es Änderungsanträge? Nein Dann können wir darüber abstimmen Wer möchte diesem Antrag H01 so zustimmen, den bitte ich um das Kartentreißen Vielen Dank Die Gegenstimmen? Enthaltungen? Vielen Dank Dann ist der Antrag mit einer Vielzahl von Pro-Stimmen, keinen Gegenstimmen und drei Enthaltungen angenommen Dann Sascha, komm wieder zu uns Zur Einbringung des Antrags H02 Ja, vielen Dank Wir reden Beiträge Wenn ihr reden möchtet, werft euch in die Boxen ein Liebe Freundinnen und Freunde Euch liegt der von der Kreiskassiererinnenkonferenz und dem Landesvorstand beschlossener Haushalt für dieses Jahr vor Und wir bitten um eure Zustimmung dazu Bevor wir abstimmen, möchte ich ein paar Schlaglichter auf diesen Haushalt werfen Und ein bisschen was habt ihr jetzt auch schon von Astrid gehört Der ich herzlich für ihre Arbeit danke und auch Thorsten Die finanzielle Lage unseres Landesverbandes ist bis zum Ende des nächsten Jahres als solide einzuschätzen Und tatsächlich möchte ich mich bei allen sehr herzlich bedanken, die dazu beigetragen haben Seien es die Menschen in der Landesgeschäftsstelle und ohne deren umsichtige Bewirtschaftung Die Einhaltung der Budgets nicht möglich wäre Seien es auch unsere Abgeordneten im Bundes- und Landtag, die durch ihre unglaublich disziplinierte Abführung der Mandatsträgerinnenbeiträge Und das kann man tatsächlich nicht oft genug wiederholen, denn jeder oder viele kennen noch andere Zeiten Erheblich zu unserer soliden Lage beitragen Das ist nicht gering zu schätzen, weil wir damit eine Planbarkeit haben Die uns sehr hilft, vielen vielen Dank dafür Der Haushalt 2018 zeigt drei Schwerpunkte aus meiner Sicht Erstens konnten wir die Finanzausstattung der Kreisverbände auf ein solides und hoffentlich dauerhaftes Fundament stellen Die Zuwendungen enthalten jetzt keine Sonderzahlungen mehr Sondern dieses System, wie wir es jetzt haben, soll auch zukünftig beibehalten werden Zur Erinnerung mal, noch 2014 haben wir den Kreisverbänden knapp 50.000 Euro zugewendet Für 2018 stehen gut 70.000 Euro bereit Zweitens, wir wollen 2018 erhebliche Anstrengungen der Mitgliederentwicklung, insbesondere in der Förderung von Frauen unternehmen Und drittens, können wir schon in diesem Jahr die Wahlkämpfe des nächsten Jahres vorbereiten Ohne dafür das bisher geplante Wahlkampfbudget 2019 schon im Vorfeld zu belasten Das finde ich ist etwas, worüber wir uns sehr freuen können Erwähnen möchte ich allerdings auch Und dann ist natürlich der Schatzmeister immer der, der auch ein bisschen Wasser in den Wein gießt Dass natürlich die mittelfristige Finanzplanung, die zwar nicht Bestandteil des Haushaltsbeschlusses ist, die ihr aber vorliegen habt Starken Unsicherheiten unterliegt Das hängt zu einem großen Teil mit der Landtagswahl im nächsten Jahr zusammen Aber auch mit den Entwicklungen der staatlichen Parteienfinanzierung und deren Verteilung in unserer Partei Diese stellt die stärkste Grundlage unserer finanziellen Leistungsfähigkeit dar Die BDK hat den Bundesfinanzrat beauftragt Die Verteilung unter den Landesverbänden zu evaluieren und gegebenenfalls anzupassen Wir können nicht abschätzen, was dabei herauskommt Von diesen Dingen können wir uns nur unabhängig oder wenigstens unabhängiger machen Durch die Erhöhung unserer eigenen Mittel Das heißt, eine weitere signifikante Erhöhung unserer Mitgliederzahlen Und da hoffe ich sehr, dass die Entwicklung anhält, die wir jetzt haben Durch mehr Abgeordnete, durch erfolgreiche Wahlen Und durch mehr Spendeneinnahmen Insbesondere mit Letzterem können wir ganz und gar nicht zufrieden sein Hier müssen wir uns an allen Stellen verbessern Und alle stehen hier in der Verantwortung Wie auch immer, eine solche Entwicklung wird dauern Und ich empfehle daher, dass wir uns bereits in diesem Jahr Mit unseren grundlegenden finanziellen Kennzahlen beschäftigen Auch um eine Situation wie im Herbst 2014 zu vermeiden Und zusammen Ansätze zu erarbeiten Zuletzt bedanke ich mich bei allen, die an der Erarbeitung dieses Haushaltsentwurfs beigetragen haben Insbesondere die Mitglieder der Kreiskassiererinnenkonferenz Für die immer sachlich konstruktive und auch menschlich absolut angenehme Zusammenarbeit Und den Mitgliedern des Landesvorstandes Vielen Dank Lieber Sascha, vielen Dank Gibt es Fragen oder Anmerkungen zum Haushalt aus eurer Runde? Wie ich bereits gesagt habe Wollen wir in diesem Jahr schon Mittel aufwenden Für die Vorbereitung des Wahlkampfes im nächsten Jahr In der Vergangenheit war das immer so Dass wenn im Vorwahljahr schon Ausgaben angefallen sind Die eigentlich das Wahljahr betreffen Dann sind die aus dem Budget des Folgejahres abgezogen worden Das können wir dieses Jahr verhindern Und ich kann sagen, diese Mittel stehen bereit Zum einen, weil wir gesagt haben Wir wollen uns schon in diesem Jahr strategisch gern beraten lassen Zweiter Punkt ist die Finanzierung des Programmprozesses Mit unter Umständen Regionalkonferenzen, die da stattfinden sollen Und der dritte Punkt, der mit diesen 30.000 Euro finanziert werden soll Ist der diesjährige Grüne Tag, der als Programmforum stattfinden soll Dafür sind die Mittel Vielen Dank, Sascha Na, unseren Erkenntnissen liegen keine Änderungsanträge zu diesem Haushalt vor? Gut, die Geschäftsstelle nicht Dann sind wir am Ende der Aussprache angekommen Ah, Martin Widerstedt vom KV Leipzig Begrüße den Leipziger Schatzmeister hier oben Es sind keine Frauen Und das ist schlimm Ja, nur ganz kurz Ich möchte die Debatte ja gar nicht so verlängern Ich wollte nur sagen Liebe Landesvorstand, liebe Landesgeschäftsstelle Liebe Sascha Wenn ich jetzt viel von Sascha rede, dann meine ich alle Grundsätzlich, dass beim Wort solide Wenn es ums Ergebnis 2016 geht Da muss ich ein bisschen schmunzeln Also wer kalkuliert und Erfahrungswerte mitbringt aus all den Jahren Und dann statt 14.000 Überschuss 152.000 damit am Ende rauskommt Und das war ja auch in 2015 Nicht in ähnliche Richtung, aber es war die gleiche Richtung Das ist natürlich schon mehr als solide Mir fällt das Wort nicht ein, was ich verwenden würde Aber solide, eine leichte Untertreibung Dennoch möchte ich jetzt kurz sprechen zu 2018 Grundsätzlich Was für eine Schönheit Also vielen Dank dafür Was für eine Schönheit hast du uns hier präsentiert Oder präsentierst du uns Ich würde sagen, dieser Haushalt ist eine Schönheit Er ist gut aufgestellt Warum sage ich das? Warum sage ich das? Vor allem auch Leipziger werden schütteln, die mich kennen Wir gehen raus mit einem Minus von 64.000 Aber ich finde ihn trotzdem sehr schön, sehr schick Weil ihr seid mutig Also ihr geht neue Wege dahingehend Dass ihr sagt, 30.000 werden vorweg gezogen Schon Wahlkampfkosten werden in das vorhergehende Jahr reingenommen Und werden hier quasi eingesetzt Für Grüner Tag, für Wahlprogrammforen Das sind einfach Debattenforen Das sind Plattformen, die ihr uns damit bietet Finanziell ausstattet Wo wir uns treffen können Und wo wir quasi miteinander ins Gespräch kommen können Was ich sehr wertvoll finde Gleichzeitig finde ich es super toll Dass ihr es wagt, weiter an der Schraube zu drehen Stichwort Öffentlichkeit Stichwort allgemeine Öffentlichkeit Mitgliederkommunikation, Mitgliederbetreuung und Entwicklung Liebe Leute, guckt euch die Zahlen mal an Die da aufgerufen werden Gerade bei Mitgliederbetreuung und Entwicklung Da springt das Ganze mal soeben 2017 waren es 3.500 Jetzt auf über 11.750 Euro Das ist ein ziemlich großer Sprung Da guckt jeder Schatzmeister schon mal genauer hin Was ist da los? Das soll natürlich für Frauenförderungskampagnen Eingesetzt werden Und da sollten wir auf gar keinen Fall Diesen Landesvorstand alleine lassen Da sollten wir jetzt mit reingehen Das haben wir heute schon wieder alle gemerkt Das ist ein bisschen schmunzeln Ich bin mit einer kleinen Träne im Auge Dass eben zu Beginn nur Männer gesprochen haben Die Frauen Ihr merkt, ihr seht Hier kann Geld jetzt verwendet werden Um eben solche Kampagnen zu machen Wir in Leipzig haben immer wieder mal probiert Über Postkartenmotive etc. Wollten Frauen Sprüche in die Umgebung bringen In die Stadtgesellschaft hineinbringen Und Frauen werben Politisch aktiv zu werden Wir sind immer wieder so ein bisschen gescheitert Das ist Ehrenamt Das liegt vor allem aber auch am Geld Was im Kreisverband dafür nicht da ist Hier ist jetzt ein Landesverband Der hat die Mittel aufgestockt Und vielleicht schaffen wir es gemeinsam Auch Richtung Landesvorstand Das Signal zu senden Gebt die Mittel vielleicht auch dafür frei Für Postkartenkampagnen etc. Damit wir die Flyerstände Die Postkartenstände in unseren Kneipen Vor Ort damit beflyern können Das wäre toll Und gleichzeitig möchte ich trotzdem Noch mal allen ins Gedächtnis rufen Wir sind dafür verantwortlich Wir müssen Mitgliederbetreuung und Entwicklung Hier denken Guckt euch noch mal die Planzahlen 2016 Und die Ist-Zahlen 2016 an Wir alle haben bisher wenig Geld rausgenommen Oder umgesetzt Um eben solche Kampagnen Um Mitgliederkommunikation zu fördern Um Mitgliederbetreuung voranzubringen Das ist auch eben ein Punkt An dem es hakt Und wir müssen das mehr mit Leben füllen Und da sind wir alle gefragt Deswegen es ist eine Schönheit Dieser Haushalt meines Erachtens Der euch vorgelegt worden ist Aber er ist zugleich Verpflichtung Für uns alle Und wir dürfen auf gar keinen Fall Den Landesvorstand alleine lassen Und gefühlt haben wir das eigentlich gemacht Die letzten Jahre Und da müssen wir alle jetzt Für 2019 kräftig dran drehen Danke Martin, vielen Dank Wie schön, dass es Menschen gibt Die so für Zahlen brennen Ich gucke noch mal leid Jetzt wirklich niemand mehr Der sprechen möchte dazu Dann kommen wir zur Abstimmung Über den gesamten Antrag Wer dem Haushalt so zustimmt Den bitte ich um das Kartenzeichen Vielen Dank Gegenstimmen gegen den Haushalt? Keine Enthaltungen? Auch keine Lieber Sascha Der Haushalt ist einstimmig angenommen Vielen Dank Und an ihr Lieben sind wir auch schon am Ende Liebe Freundinnen und Freunde Wir danken, dass ihr bis zum Ende geblieben seid Für die Disziplin Morgen früh geht es weiter Bitte pünktlich 10 Uhr Wir haben eine Menge vor Bringt euch Essen, Trinken Warme Sachen mit Geld Um an der Kantine Dinge zu bekommen Redebeiträge, jede Menge Aber jetzt wünsche ich euch einen schönen Heimweg Wo immer ihr auch hin müsst Bis morgen Bis morgen Vielen Dank.